4. Bundeskanzler und Bundeskanzleramt mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf Drucksachen 8604 und 8661. Berichterstattung haben die Abgeordneten Otto Fricke, Dennis Rode, Kerstin Radomski, Andreas Audretsch, Markus Bühl und Dr. Gesine Lötzsch sowie den Einzelplan 22 unabhängiger Kontrollrat mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 8661 und 8662. Berichterstattung haben die Abgeordneten Franziska Hoppermann, Martin Gerster, Sven Christian Kindler, Thorsten Herbst, Wolfgang Wiele und Dr. Gesine Lötzsch. Wir werden später über den Einzelplan 04 namentlich abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 210 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache, und zuerst hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Friedrich Merz. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es fällt einigermaßen schwer, nach dieser Gedenkstunde heute Morgen jetzt ganz einfach zur Tagesordnung rüberzugehen. Vielleicht darf ich damit beginnen, dass ich Ihnen, Frau Präsidentin, aber auch unseren beiden Gästen, die heute Morgen hier gesprochen haben, Eva Cepesi und Marcel Reif, noch einmal sehr herzlich Danksage für die bewegenden Worte, die Sie gesprochen haben. Ich möchte ein weiteres Wort des Dankes hinzufügen. Am Montag der letzten Woche hat der französische Staatspräsident Emanuel Macron von dieser Stelle aus und zu Ehren unseres verstorbenen Kollegen Wolfgang Schäuble eine, ich finde, das darf man auch heute noch einmal sagen, eine wirklich große Rede gehalten. Immanuel Macron hat uns Deutschen erneut die Hand sehr weit ausgestreckt. Er hat uns in seiner Rede geradezu aufgefordert, zusammen mit seinem Land, zusammen mit Frankreich, Führungsverantwortung in und für Europa zu übernehmen. Ein Blick auf die aktuelle Lage in der Welt, ein Blick auf die Krisen und die Kriege, mit denen wir nun auch in das Jahr 2024 hineingehen, zeigt uns, Deutschland sollte, ja Deutschland muss diese ausgestreckte Hand des französischen Staatspräsidenten jetzt ergreifen. Deutschland muss gemeinsam mit Frankreich neue Initiativen erarbeiten, um die Handlungsfähigkeit Europas unter Beweis zu stellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte uns daran erinnern, dass die letzte große deutsche Initiative für Europa aus dem Jahre 1989 stammt, also heute schon mehr als 35 Jahre alt ist. Im Zuge der Wiedervereinigung unseres Landes legte der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher abgestimmt mit Frankreich ein währungspolitisches Memorandum vor, aus dem dann gut zehn Jahre später die Währungsunion wurde. Die letzte große industriepolitische Initiative für Europa, die aus Deutschland kam, liegt mittlerweile fast 60 Jahre zurück. Es war im Jahr 1965 die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Airbus, so hieß sie damals, zwischen Deutschland und Frankreich, aus der dann, wie wir alle wissen, der größte europäische Luft- und Raumfahrtkonzern wurde. Ich nenne diese Beispiele, weil sie zeigen, die Zeit ist mehr als reif für Vorschläge in ähnlicher Dimension und mit vergleichbarer Tragweite Vorschläge, die vor allem von Deutschland und Frankreich auf den Weg gebracht werden müssen. Erlauben Sie mir, dass ich hinzufüge, das wären auch Vorschläge, die uns Europäer vorbereiten auf einen möglichen Wechsel im Weißen Haus in Washington. Ich will zwei sehr konkrete Beispiele nennen. Was früher die Währungspolitik war, muss heute im Interesse Europas die Außen- und die Sicherheitspolitik sein. Deutschland und Frankreich müssen enger zusammenarbeiten und auf dem Weg hin zu einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik so früh wie möglich andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit einbeziehen, nach dem Regierungswechsel in Polen vor allem die neue polnische Regierung. Diese gemeinsame Verteidigungspolitik, meine Damen und Herren, muss von Anfang an die Rüstungspolitik, die Beschaffung und die militärische Unterstützung der Ukraine beinhalten. Was früher die Luft- und Raumfahrtindustrie war, müssen heute die Unternehmen der Digitalwirtschaft, der Telekommunikation und die Banken sein. Deutschland und Frankreich sollten so bald wie möglich Verabredungen darüber treffen, wie denn in diesen und anderen Sektoren wirklich europäische, weltweit wettbewerbsfähige Unternehmen entstehen könnten. Dazu muss das europäische Kartellrecht geändert werden, denn der sogenannte relevante Markt für diese Unternehmen ist längst nicht mehr allein Europa oder schon gar nicht der einzelne Mitgliedstaat, sondern der globale Markt, auf dem europäische Unternehmen wettbewerbsfähig sein müssen. Meine Damen und Herren, zu allen diesen strategischen Fragen, zu dieser strategischen Neuausrichtung Europas sollte das Format des Weimarer Dreiecks wiederbelebt werden. Am besten mit einer sehr bald ausgesprochenen Einladung der deutschen Bundesregierung nach Weimar, um von dort aus den Weg hin zu einer gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik und auch hin zu einer gemeinsamen europäischen Industriepolitik zu beschreiten. Deutschland sollte diese Aufgabe aus einer Position der Stärke und der Verantwortung zugleich übernehmen. Voraussetzung dafür ist, dass Deutschland seine Wachstumsschwäche überwindet. Diese Wachstumsschwäche, meine Damen und Herren, hat ganz überwiegend strukturelle Gründe und hängt zusammen mit Standortbedingungen, die in mehrfacher Hinsicht unzureichend sind. Ich will es auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Die Arbeitskosten in Deutschland sind zu hoch, die Bürokratielasten werden immer drückender, die Energieversorgung ist zu einseitig auf Wind und Sonne ausgerichtet und die Steuerlast der Unternehmen ist im internationalen Vergleich ebenfalls zu hoch. Spielräume in den öffentlichen Haushalten lassen sich erzielen, wenn Sozialleistungen unseres Landes auf die konzentriert werden, die sie wirklich brauchen, wenn die Lohnzusatzkosten wieder bei 40 Prozent gedeckelt werden und wenn die gesamte Last der Transformation hin zur Klimaneutralität unserer Volkswirtschaft nicht allein über Subventionen aus den staatlichen Haushalten finanziert wird. Lassen Sie mich das etwas konkreter machen. Wir sollten in Zukunft in der Sozialpolitik wieder stärker unterscheiden zwischen beitragsfinanzierten Lohnersatzleistungen und steuerfinanzierten Sozialleistungen. Lohnersatzleistungen, für die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge gezahlt haben, dienen der Überbrückung einer begrenzten Zeit der Arbeitslosigkeit bei gleichzeitigem Erhalt des Lebensstandards. Steuerfinanzierte Sozialleistungen dienen der Gewährung des Existenzminimums und eines Minimums einer sozialen Teilhabe. Und nur wenn zwischen Arbeitseinkommen und Sozialleistungen ein hinreichend großer Abstand besteht, wird die Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch hinreichend belohnt, meine Damen und Herren. Deshalb ist das System Bürgergeld das genaue Gegenteil von dem, was wir jetzt brauchen, um diese Leistungsbereitschaft unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder zu fördern. Und meine Damen und Herren, dieser Befund wird durch empirische Erhebungen bestätigt. Wenn die Sozialpolitik, so schreibt Renate Köcher in der letzten Woche in ihrer monatlichen Erhebung, wenn die Sozialpolitik zu einer Annäherung von Unterstützungs- und Erwerbseinkommen führt, verliert sie an Vertrauen und Unterstützung, und zwar besonders in der Mittelschicht und in den schwächeren sozialen Schichten. Meine Damen und Herren, gerade von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Sie waren einmal die Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie sind heute eine Partei der subventionierten Arbeitslosigkeit geworden und nicht mehr eine Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir sehen in unserem Land die gleichen Fehlsteuerungen in einer Energie- und Klimapolitik, die vor allem auf umfangreiche Förderprogramme und auf staatliche Subventionen setzt. Der Weg hin zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft und zu der dafür benötigten Infrastruktur lässt sich nicht allein über öffentliche Haushalte beschreiten. Dieses Land, unser Land, meine Damen und Herren, braucht mutige, aber realistische Ziele. Unser Land wird den Wettbewerb auf der Welt nur gewinnen, wenn wir aufhören, alle anderen zu belehren und immer wieder einen Sonderweg zu suchen. Wir brauchen Wirkungsmechanismen über den Preis, wie mit der Bepreisung des Schadstoffausschusses. Und wir brauchen in erheblichem Umfang privates Kapital für den Ausbau der Infrastruktur, insbesondere des benötigten Leitungsnetzes. Und, meine Damen und Herren, das alles, ob Sie das nun wollen oder nicht, geht nicht ohne einen Ja, die Zwischenrufe zeigen ja, dass ich Sie genau an der Stelle erreiche, wo Sie einfach die größte Schwäche haben in Ihrer gesamten Argumentation. Meine Damen und Herren, das alles, was ich hier gerade beschreibe, geht nicht ohne einen tieferen und einen breiteren europäischen Kapitalmarkt. Und auch dazu wird Frankreich zusammen mit uns und anderen ohne Zweifel bereit sein. Nun werden Sie, und ich höre es an Ihren Zwischenrufen, spätestens an dieser Stelle fragen, was diese Themen denn mit Ihrer Koalition und Ihrem heute hier zur Abstimmung gestellten Bundeshaushalt zu tun haben. Ich will Ihnen die Antwort geben. Gar nichts. Gar nichts. Sie haben gar nichts damit zu tun. Wir sind nämlich, meine Damen und Herren, wir sind nämlich in allen wesentlichen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, der Wirtschafts- und Finanzpolitik, der Arbeitsmarktpolitik, der Innen- und Rechtspolitik und nicht zuletzt der Asyl- und Einwanderungspolitik vollkommen anderer Meinung als Sie. Und zwar nicht im Grund, nicht im Detail, sondern im Grundsatz, im Grundsätzlichen. Und das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach der Grund dafür, dass wir darauf verzichtet haben, in den Haushaltsberatungen irgendwelche Änderungsanträge zu stellen. Ja, meine Damen und Herren, wir wissen doch, wie das geht. Wir stellen die Anträge. Sie lehnen alle Anträge ab. Sie addieren die Summen unserer Anträge und halten uns dann hier im Deutschen Bundestag im Plenum vor, wir hätten noch höhere Ausgaben vorgeschlagen. Das ist doch genau der Wirkungsmechanismus, den wir von Ihnen immer wieder hören. Wenn Sie es so nicht verstehen, dann will ich es Ihnen etwas salopper sagen. Wenn Sie, nein, meine Damen und Herren, wenn Sie die Jacke unten falsch einknöpfen, dann diskutieren wir nicht mit Ihnen, wie groß denn der Knopf oben im letzten Loch sein sollte. Diese Diskussion führen wir mit Ihnen nicht. Ganz einfach. Im Übrigen, wir haben in den letzten zwei Jahren immer wieder und so gut wie in jeder Sitzungswoche unsere Vorstellungen und unsere Änderungsanträge hier im Deutschen Bundestag eingebracht. Sie haben bis zum heutigen Tag ausnahmslos allesamt abgelehnt. Damit hier kein Missverständnis entsteht, das ist Ihr gutes Recht. Sie haben hier zurzeit die Mehrheit. Aber bitte ersparen Sie sich und uns doch in Zukunft Ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit. Diese Aufrufe sind nichts anderes als reine politische Rhetorik. Sparen Sie sich und uns die Zeit. Und wenn Sie es noch etwas genauer haben wollen, da wo wir Sie bitten, wie in der vorletzten Woche geschehen, doch einmal innezuhalten und die Tragweite Ihrer Entscheidungen noch einmal zu überdenken, machen Sie von Ihrer Mehrheit hier im Haus kaltschneuzig und rücksichtslos Gebrauch, wie zum Beispiel beim Staatsbürgerschaftsrecht oder wie wieder in dieser Woche beim Wahlrecht, meine Damen und Herren. Und den Deutschlandpakt Migration, den haben wir nicht gekündigt, den haben Sie aufgekündigt. Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre zeigen, dass Sie an einer wirklichen Zusammenarbeit mit uns nicht wirklich und ernsthaft interessiert sind. Im Gegenteil, da wo wir Ihnen, wie beim Sondervermögen Bundeswehr, zugestimmt haben, halten Sie sich anschließend nicht an die mit Ihnen verabredeten Vereinbarungen. Und deshalb, meine Damen und Herren, sind wir auch sehr zurückhaltend, sehr zurückhaltend, wenn es um weitere Änderungen des Grundgesetzes geht. Ich stelle Ihnen eine Zustimmung dazu heute grundsätzlich nicht in Aussicht. Und ich schließe eine Zustimmung meiner Fraktion zu einer Aufweichung der Schuldenbremse des Grundgesetzes heute von dieser Stelle aus hier erneut aus. Damit können Sie nicht rechnen. Wir sagen stattdessen unserer Bevölkerung, die Aufgaben, vor denen wir stehen, lassen sich lösen, auch ohne zusätzliche Abgaben und ohne neue Schulden. Dazu müssen allerdings die Prioritäten der Staatsausgaben neu geordnet werden. Und, meine Damen und Herren, ja, ich tue das von dieser Stelle aus. Noch vor der Sicherung unseres Wohlstandes muss die Bewahrung unserer Freiheit gegen alle Angriffe von innen und von außen die absolute Priorität haben. Nur in Freiheit lässt sich der Friede sichern. Nur in Freiheit wird die Ukraine überleben. Und nur in Freiheit kommt auch der Staat Israel hoffentlich eines Tages wieder zur Ruhe. Freiheit und vor allem Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit sind auch die Voraussetzungen für den inneren Frieden in unserem Land. Dafür gehen die Menschen in diesen Wochen in vielen Hundert Städten, zu Tausenden in Deutschland auf die Straße. Vor allem, um gegen Rechtsradikalismus und Rechtspopulismus zu demonstrieren. Dass Sie dabei nervös werden, kann ich gut verstehen. Wir begrüßen das ausdrücklich. Wir begrüßen das ausdrücklich. Denn das Treffen der AfD und anderer Rechtsextremisten in der Villa Adlon in Potsdam hat offenbar doch einer größeren Zahl von Bürgerinnen und Bürgern über den wahren Charakter dieser Partei und ihrer Funktionäre die Augen geöffnet, meine Damen und Herren. Das Erstarken und das Anwachsen des Rechtsradikalismus in Deutschland besorgt uns, wie viele andere hier im Haus und im Land insgesamt wirklich sehr. Aber wir sollten weniger Zeit mit Abscheu und Empörung verbringen, als vielmehr nach den tieferen Gründen zu suchen, warum wir in der Lage sind. Denn, meine Damen und Herren, die Wählerinnen und Wähler der AfD sind nicht alle rechtsradikal, aber sie sind alle ziemlich frustriert. Machen wir ein kurzes Gedankenspiel. Stellen wir uns doch mal einen kurzen Augenblick vor, wir hätten in Deutschland eine Regierung, die wenigstens, die Ansprüche sind gar nicht so hoch, mittelmäßig gut regieren würde und die im langjährigen Mittel in unserer Bevölkerung halbwegs angesehen und respektiert werde. Kann sich irgendjemand hier im Haus vorstellen, dass die AfD unter solchen Umständen innerhalb von zwei Jahren von zehn auf zwanzig Prozent in Deutschland angewächst wachsen wäre? Meine Damen und Herren, das glauben vermutlich doch noch nicht einmal Sie von den Ampelfraktionen. Die Lösung des Problems besteht also offensichtlich darin, dass Sie die Probleme unseres Landes lösen. Dafür sind Sie gewählt und dafür sitzen Sie in der Regierung, meine Damen und Herren. Aber von einer Lösung der Probleme in Deutschland sind Sie zu Beginn des Jahres 2024 noch weiter entfernt als zum Ende des Jahres 2023. Vor allem, Sie bekommen die Flüchtlingskrise nicht in den Griff. Die Umsetzung der Beschlüsse mit den Ministerpräsidenten verläuft zäh und träge. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, zum Beispiel bei der Einführung der Bezahlkarte, meine Damen und Herren, die vor allem an dem systematischen Widerstand von SPD und Grünen in Deutschland scheitert. Da, wo sie eingeführt wurde, nämlich in einigen Landkreisen auf Initiative der dortigen Landräte, sinkt die Zahl der Asylbewerber über Nacht, weil einer der wesentlichen Aufenthaltsgründe, nämlich der Bezug von Bargeld, plötzlich nicht mehr möglich ist, meine Damen und Herren. So könnte es in ganz Deutschland gehen, wenn Sie sich an die Verabredungen halten würden, die Sie mit den Ministerpräsidenten des ganzen Landes, mit allen 16 Ministerpräsidenten, geschlossen haben. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang zur Klarstellung aber für unsere Bundestagsfraktion und auch für die Sie beiden tragenden Parteien hier noch einmal Folgendes und sehr unmissverständlich sagen. Mit uns gibt es keine Rückkehr zum Nationalismus in Europa. Die Europäische Union hat ihre Stärken und ihre Schwächen, aber sie ist vor allem die Grundlage für Freiheit, Frieden und Wohlstand auf unserem Kontinent, gerade in Deutschland. Wir werden nicht zulassen, dass diese Grundlage zerstört wird, meine Damen und Herren. Wir stehen zur transatlantischen Partnerschaft. Putins Russland ist kein Partner für uns, sondern der Feind auch unserer Freiheit. Keiner politischen Gruppierung, die diese fundamentalen Überzeugungen infrage stellt, werden wir unsere Hand reichen. An diesen Überzeugungen endet jeder Kompromiss, meine Damen und Herren. Und ein letztes Wort zu Ihnen, meine Damen und Herren, von der sogenannten Alternative für Deutschland. Sie haben in den letzten Tagen und Wochen Ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie machen gezielt und seit langer Zeit geplant gemeinsame Sachen mit Rechtsextremisten jedweder Herkunft. Ihre Netzwerke umfassen identitäre Bewegungen, genauso wie sogenannte Reichsbürger. Sogenannte Reichsbürger, meine Damen und Herren, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Nationalismus gehen bei Ihnen Hand in Hand, ebenso wie enge Beziehungen zu Russland und ein tiefsitzender anti-amerikanischer Komplex. Unsere Botschaft an Sie, die Sie da drüben ganz rechts sitzen, ist klar und eindeutig. Genug ist genug. Sie sind nicht die Alternative für Deutschland. Sie wären der endgültige Abstieg für Deutschland, und zwar gar nicht mal nur wirtschaftlich, sondern vor allem moralisch. Und diesem Abstieg, meine Damen und Herren, werden wir uns mit aller Kraft, die uns zur Verfügung stellt, entgegenstellen. Das Spiel bei Ihnen geht jetzt zu Ende. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als Nächster hat das Wort der Bundeskanzler Olaf Scholz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, Eva Schepp, Sie hat es uns eben gesagt, wer schweigt, macht sich mitschuldig. Die Gedenkveranstaltung, sie hat uns alle nachdrücklich beeindruckt. Aber sie hat uns auch einen Auftrag mitgegeben, dass wir jetzt nicht schweigen, wenn in diesem Land Konferenzen stattfinden, in Landhäusern, wo darüber beraten wird, wie ein Teil der Bevölkerung, wie ein Teil der Bevölkerung aus diesem Land herausgebracht werden kann. Remigration als Stichwort, das erinnert an die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte. Und das ist nicht nur ein Wort, wie dann einige Verharmlosen versuchen, sich das zurechtzulegen, was dort von Ihnen selber diskutiert und gesagt wird und von Ihren Mitarbeitern mitgeplant wird. Wir wissen, dass es in Landtagen jetzt von der AfD beantragt wird. Und deshalb bin ich sehr froh darüber, dass so viele Bürgerinnen und Bürger über alle Parteigrenzen hinweg, auch solche, die sich überhaupt nicht parteipolitisch verorten, gemeinsam in Deutschlands Straßen zusammenkommen, in Kundgebung und für die Demokratie, für unser Grundgesetz und gegen das Vergessen demonstrieren. Und das ist mir an dieser Stelle auch ganz wichtig, weil mir immer wieder und viel zu oft jetzt Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, Staatsangehörige, Frauen und Männer, die seit Jahrzehnten hier leben, die ihren Kindern hier groß geworden sind, erzählen, dass sie Angst haben, ob sie gemeint sind, ob sie jetzt das Land verlassen müssen. Und deshalb, finde ich, braucht es an dieser Stelle auch ein ganz klares Bekenntnis von uns allen. Wir stehen vor diesen Bürgern und Bürgern. Sie müssen sich nicht fürchten. Die Demokratie beschützt uns, wie Eva Schäppes sie es heute gesagt hat. Ich glaube, dass es deshalb auch wichtig ist, dass wir im Umgang miteinander anständig sind und dass wir... Lachen Sie über sich selber. Anstand ist ja jetzt nicht das Kernkompetenzanliegen der AfD. Sondern es geht doch darum, dass wir auch dann klarmachen, worum es hier geht, um rechtsextreme Ansichten, die wir nicht akzeptieren können. Und deshalb finde ich es immer, immer, Herr Merz, ein kleines Karo, wenn in dieser Situation dann jeweils auf den anderen gezeigt wird, was die Verantwortung dafür betrifft, wir müssen als Demokraten zusammenstehen. Und es wird der großen Herausforderung nicht gerecht, die wir sehen, wenn der rechte Populismus in den USA so viel Unterstützung bekommt, wenn wir gesehen haben, dass er Großbritannien in ein ökonomisches Unglück gestürzt hat mit dem Brexit, und wenn wir sehr klar sehen, dass so viele Regierungen in Europa von Rechtspopulisten getragen werden, dass sie manchmal dabei sind. Wir haben in Deutschland eine Aufgabe vor unserer Geschichte. Wir wollen als Demokratinnen und Demokraten zeigen, dass wir diesen Trend stoppen, und zwar gemeinsam. Und es ist ja alles gesagt, das, finde ich, gehört doch zur Wahrheit dazu. Es ist alles gesagt, man soll alle wörtlich nehmen, auch die AfD. Sie meint, was man ihr unterstellt, und zwar das Schlimme. Und das ist, glaube ich, wirklich die Wahrheit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Plötzlich fällt so ein Wort wie Dexit, und das ist die größte Wohlstandsvernichtung, die für Europa und für Deutschland passieren könnte. Unser Land hat wie kein anderes profitiert von der Europäischen Union und der Zusammenarbeit dort. Und deshalb, Herr Merz, kann ich Ihnen versichern, Emmanuel Macron und ich sind verabredet. Sehr, sehr sorgfältig, wie wir im Einzelnen reagieren auf die möglichen politischen Entwicklungen, die in der Welt auf uns zukommen. Und auch für alle muss klar sein, wenn die Welt noch schwieriger wird, auch zum Beispiel durch das, was an Wahlen in den USA als Ergebnis möglich ist, dann muss die Europäische Union umso stärker werden. Und Frankreich und Deutschland müssen diese Aufgabe wahrnehmen, dass das auch tatsächlich möglich wird. Und natürlich zählt dazu, dass wir immer im Blick haben, dass Europa das stärkste nationale Interesse ist, das wir haben. Und das hat dann viele, viele Konsequenzen. Aber zu denen zählt auch, dass es manchmal nicht gut ist, die Politik eine Zeit lang nicht so sorgfältig verfeucht zu haben, wenn immer die Beispiele, wo es irgendwie noch was war, sehr, sehr lange zurückliegen. Aber ich finde, dass es doch eine gute Zusammenarbeit war, die ich auch mit Frau Merkel hatte, als wir mit der französischen Regierung gemeinsam dafür gesorgt haben, dass es möglich ist, auf die Corona-Krise zu reagieren mit einem europäischen Wiederaufbaufonds. Die letzte große europäische Initiative liegt nicht lange zurück. Nur Ihre Beteiligung an diesen politischen Geschehnissen, die liegt lange zurück. Und ich finde, man muss dann auch einmal stolz sein auf das, was eine eigene Regierungschefin zustande gebracht hat. Es war richtig, was wir dort gemacht haben. Herr Merz, vergessen Sie es nicht, reden Sie nicht drüber hinweg. Es war eine CDU-Kanzlerin, mit der mir das gemeinsam gelungen ist. Im Übrigen sind wir dabei, all das aufzuarbeiten, was in diesem Land liegen geblieben ist. Und es ist sehr viel liegen geblieben. Über viele Jahre, über sehr, sehr, sehr viele Jahre sind die entscheidenden Weichen nicht gestellt worden, damit Deutschland eine industrielle Zukunft haben kann. Und deshalb, Herr Merz, war Ihre Frage berechtigt. Was hat eigentlich diese Rede von Ihnen mit dem gegenwärtigen Haushalt und der gegenwärtigen Lage zu tun? Nichts. Da haben Sie recht. Aber die Frage muss man erweitern. Was hat eigentlich Ihr politisches Programm mit der Zukunft Deutschlands zu tun? Nichts. Das ist die Antwort, die wir darauf geben müssen. Und nachdem Sie wirklich im Untergrundkampf und intensiv dafür gesorgt haben, dass es keinen Ausbau der Netze in Deutschland gibt, nachdem Sie als CDU-CSU Verantwortung dafür haben, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht vorangekommen ist, nachdem Sie nichts geschafft haben für die Erschaffung einer Wasserstoffindustrie und Struktur für Deutschland, nachdem Sie es nicht hingekriegt haben, dass Investitionen in der Stahlindustrie, in der Halbleiterindustrie, in den Batteriefabriken in Deutschland stattfinden, finden alle diese Dinge jetzt statt. Zwei Jahre haben Tempo gemacht, wo Tempo notwendig war. Und wenn wir genau hingehört haben bei dem, was Sie gesagt haben, dann haben Sie ja gar nichts gelernt. All die Wachstumsbremsen, die Sie für Deutschland gezogen haben, die wollen Sie wiederziehen, haben Sie hier angekündigt. Wie kann man so die Zukunft Deutschlands verspielen wollen, wie Sie das tun? Ökonomischer Sachverstand. Null. Das ist die Wahrheit. Keine Perspektive für Deutschland. Keine industrielle Perspektive. Keine Perspektive für die Arbeitsplätze. Und ich will Ihnen gerne ergänzen. Sie reden damit, dass es so klappt, an all dem vorbei, was an Wirklichkeit über Deutschland zu berichten ist. Und zu dieser Wirklichkeit gehört in der Tat, dass wir zu kämpfen haben mit weltweiter Wachstumsschwäche, dass wir zu kämpfen haben mit den Wachstumsbremsen der Vergangenheit, die wir gelöst haben, dass wir aber auch verzeichnen können. Deutschland hat den höchsten Beschäftigungsstand in der Geschichte, den wir jemals verzeichnet haben. Noch nie waren so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwerbstätig. Und wenn sich die Unternehmen in diesem Lande vor etwas fürchten, dann ist es nicht wie vor 20 Jahren Arbeitslosigkeit, sondern dann ist es Arbeitskräftemangel. Das ist die Herausforderung der Zukunft. Und diese Regierung hat die Weichen dafür gestellt, dass wir etwas dagegen tun können mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht. All das ist eine Perspektive für die Zukunft Deutschlands. Und darum haben wir dafür gesorgt, dass sich Arbeit in Deutschland endlich wieder lohnt. Mit dem Mindestlohn, mit einem Mindestlohn, den Sie immer wieder bekämpfen, weil wenn Sie dafür reden, dass Arbeit sich lohnlos, meinen Sie, 10, 20, 30, 40 Prozent unserer Arbeitsbevölkerung, die viel zu wenig verdienen, nie mit. Wir brauchen bessere Löhne. Und der Mindestlohn war genau der Weg, das auf einen guten Kurs zu bringen. Und das gleiche gilt für die Frage der Einkommensverhältnisse derjenigen, die wenig verdienen. Wir haben das gemacht mit den Dingen, die wir als Erleichterung für diejenigen, die etwas weniger als 2.000 Euro verdienen, gemacht haben, bei den Sozialversicherungsbeiträgen, mit dem Wohngeld für Erwerbstätige und für Rentnerinnen und Rentner, mit der Kindergelderhöhung und dem Kinderzuschlag. Lauter Maßnahmen, die das Einkommen von Erwerbstätigen, die leider zu geringe Löhne haben, verbessern. Wir sind stolz auf diese gemeinsame Leistung. Und wir haben, auch das gehört dazu, mehrfach Steuern gesenkt. Für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, für Erwerbstätige, die selbstständig sind und nicht so große Einkommen haben. Wir haben Steuern gesenkt und die arbeitende Mitte dieses Landes entlastet. Und ich sage Ihnen hier, diesen Kurs werden wir auch weiter verfolgen. Es ist aber gegen die Zukunftsperspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gegen diejenigen, die jeden Tag sich anstrengen, wenn man ihnen dann mitteilt, das Allerwichtigste, was wir in Deutschland machen wollen, trotz stabiler Rentenfinanzen, die wir gegenwärtig verzeichnen können, ist die Anhebung des Renteneintrittsalters. Ergänzt noch durch schöne, laute Reden über den Freizeitpark Deutschland, den wir angeblich bei der großen Beschäftigungszahl, die wir heute haben. Ich finde, diese Verunsicherung der Lebensperspektive von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Sie dort verbreiten, ist nicht in Ordnung. Und ich finde, dass es eine Beleidigung ist von fleißigen Bürgern und Bürgern, wenn man sagt, Sie würden in einem Freizeitpark leben. Das ist nicht in Ordnung. Was soll die altväterliche Beschimpfung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die ihren Alltag zu organisieren wollen mit? Alle müssen mal mehr arbeiten. Sie arbeiten ganz schön viel. Und ich finde, solche Belehrungen haben sich die Fleißigen dieses Landes auch vom Oppositionsführer nicht verdient. Meine Damen und Herren, natürlich ist es wichtig, dass wir uns den Herausforderungen stellen, die wir haben. Und eine davon ist, das ist angesprochen worden, die irreguläre Migration. Und da haben wir sehr viele, sehr weitreichende Entscheidungen getroffen. Übrigens im größten Einvernehmen mit den 16 Ländern. Dreimal haben wir uns mit ihnen getroffen im letzten Jahr und haben alle Fragen abgearbeitet und dreimal gemeinsame Beschlüsse gefasst. Ein endgültiger Finanzierungsmechanismus für aufsteigende und absteigende Zahlen. Wir haben ganz konkrete Maßnahmen vereinbart, die der Bund machen muss. Und er hat sie alle mit den Gesetzen, die wir jetzt in diesem Januar beschlossen haben, geliefert und auf den Weg gebracht. Und wir arbeiten daran, dass es auch den Ländern gelingt, die Dinge voranzubringen, die sie übernommen haben. Kürzere Asylverfahren, schnellere Digitalisierung der Ausländerbehörden und so weiter. Aber wenn es dann so ist, dass ganz ohne ihr Zutun die Länder mit dem Bund vereinbaren, dass wir eine Bezahlkarte für Asylbewerber einführen, wenn jetzt die Ausschreibung läuft und der Oppositionsbörer liest offenbar nicht mal Zeitungen und kann daraus berichten, dass das der Fall ist und links auf dem Weg, dann ist irgendwas nicht richtig im Lande der Opposition. Ganz offenbar lesen Sie nicht nur wenig Zeitungen, sondern reden auch nicht mit den CDU-Ministerpräsidenten. Die hätten Ihnen das so beim Bier mal nebenbei sagen können. Das wäre eine gute Sache gewesen. Übrigens mit dem intensivierten Schutz unserer Außengrenzen, mit den Dingen, die wir auf den Weg gebracht haben, gehen die Zahlen jetzt auch zurück, was die irreguläre Migration betrifft. Die Maßnahmen, über die ich eben geredet habe, sind ja alle jetzt erst beschlossen, werden gerade gesetzt. Die kommen ja zu dem noch dazu, was jetzt auch in der Realität in nächster Zeit wirken wird. Dazu zählt aus meiner Sicht übrigens auch der Jobturbo, mit dem wir dafür Sorge tragen, dass die ukrainischen Flüchtlinge, nachdem Sie die ganzen Sprachkurse gemacht haben, jetzt auch aktiv in den Arbeitsmarkt vermittelt werden, mit wachsendem Erfolg. Und ich finde übrigens auch dort ist es kein Beitrag zur Solidarität mit der Ukraine, wenn der Oppositionsführer den hier schutzsuchenden Ukrainerinnen und Ukrainer mitteilt, dass wir ihm so entgegengekommen sind, war wohl ein Fehler. Das haben Sie gemacht, Herr Merz. Das haben Sie gemacht. Aber ich will gerne einen Satz hinzufügen. Ich habe ja bei dem einen großen Thema, ich will gleich noch darauf kommen, Tempo Tempo in Deutschland versucht, einen Deutschlandpakt zustande zu bringen und Sie dazu zu bringen, mitzumachen, was Sie irgendwie nicht richtig hingekriegt haben. Aber es ist so, dass Sie sich dann auf ein Teilthema kurzzeitig konzentriert hatten, Migration. Und wir hatten darüber auch gute Gespräche. Jedenfalls erinnere ich mich an keins davon schlecht. Wir hatten eins, das war sehr sorgfältig. Und in diesem Gespräch habe ich Ihnen erläutert, dass es schon quasi über viele Fragen, die ganz wichtig sind, eine Verständigung gibt mit den Chefs der Senats- und Staatskanzleien. Und dass wir am folgenden Montag, wir trafen uns Freitag, das wohl mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vereinbaren werden. Sie hatten überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Weil wir nämlich gesagt haben, darüber hinaus können wir ja noch was machen. Und was erlebt die erstaunte Öffentlichkeit? Kaum ist diese Einigung mit den Ministerpräsidenten beschlossen, erklärt der Oppositionsführer, Ja, dann war es das wohl mit der Zusammenarbeit in der Migration. So eine Hasenfüßigkeit vor der eigenen Verantwortung davonlaufen, das habe ich noch nicht erlebt, Herr Merz. So viel Feigheit vor der eigenen Courage habe ich noch nie gesehen. Ich rede für das heute, warum Sie davon gelaufen sind. Und ich glaube, es lag daran, dass Sie das schöne Thema nicht loswerden wollten. Wir können alles geliefert haben, alles kann ordentlich gemacht sein. Wir kriegen das in den Griff gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen in Deutschland, was die irreguläre Migration und ihr Manage-Pigment betrifft. Aber dann können Sie ja nicht mehr sagen, alles läuft schief. Und darum sind Sie weggelaufen. Das ist der Grund, warum Sie für einen Kompromiss nicht mehr weiter zur Verfügung stehen. Überhaupt sind Sie da ein ganz Besonderer. Teilen jeden Tag gegen die Bundesregierung aus, ist Ihr Recht. Ordentlich, schwer unter die Gürtellinie, ist auch Ihr Recht. Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer boxt, der soll kein Glaskin haben. Aber Sie haben ein ganz schönes Glaskin, Herr Merz. Meine Damen und Herren, wir haben eine große Herausforderung angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und er wird ja jetzt auch heute Abend in Brüssel nach den Trauerfeierlichkeiten für Jacques Delors und morgen eine große Rolle spielen. Wir müssen die Ukraine unterstützen in ihrem Freiheitskampf, um den es in der Tat geht. Und es ist notwendig, dass wir mit der Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen. Das ist unsere Verpflichtung für den Frieden in Europa und für die Sicherheit in Europa. Es ist übrigens Erstaunliches, was die Ukrainerinnen und Ukrainer geleistet haben. Vergessen wir nicht, wie viel von ihrem Territorium von Russland schon erobert war und wie viel sie auch wieder zurückerobert haben. Vergessen wir nicht, mit welcher Beharrlichkeit sie sich den unglaublichen Ansturm russischer Truppen, wo der russische Präsident den Verlust eigener Soldaten nicht scheut, in größeren Ordnungen, die man kaum auszusprechen mag. Und wo er nicht scheut, Material einzusetzen und alles zerstören zu lassen, um das Ziel, das er hat, tatsächlich zu erreichen, nämlich einen Teil oder die ganze Ukraine zu erobern. Und er hat damit das in Frage gestellt, was Willy Brandt und Helmut Schmidt auf den Weg gebracht haben mit KSZE und heutiger OSZE, mit der Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa, die lautet, mit Gewalt dürfen keine Grenzen in Europa mehr verschoben werden. Das muss unser Prinzip sein. In der ganzen Welt hat sich rumgesprochen, bald auch in Deutschland. Wir sind der größte Unterstützer nach den USA für die Ukraine, auch was militärische Unterstützung mit Waffen betrifft. Und wir sind es mit dem Haushalt, über den wir hier beraten, und den Plänen für dieses Jahr auch in Europa. Nach allem, was wir wissen können, ist es mehr als die Hälfte, was aus Deutschland geleistet werden wird in diesem Jahr für diesen Widerstand der Ukraine. Und deshalb sage ich hier an dieser Stelle, ist es mir ganz wichtig, dass wir eine breitere europäische Unterstützung hinbekommen. Es kann nicht alleine an Deutschland hängen, um noch einmal Helmut Schmidt zu zitieren, Wir sind nur eine Mittelmacht. Und wenn wir diejenigen wären, die das überwiegend machen müssen, dann ist es nicht genug für die Ukraine. Wir wollen, dass mehr Länder sich aktiv beteiligen an der Unterstützung der Ukraine, auch mit Waffen-Livierung, auch mit dem, was sie dort finanziert. Ich sage das bewusst nicht, um andere vorzuführen. Deshalb haben wir das auch nicht getan, dass wir da Einzelne öffentlich angesprochen haben. Weil wir wollen ja das Gegenteil. Wir wollen ja, dass alle sagen, okay, wir strengen uns noch einmal an. Und das hoffe ich, wird auch das Ergebnis der Beratung sein, die wir heute und morgen beginnen, aber sicherlich in dieser Frage nicht abschließen werden. Nur das will ich hier gerne versichern. Wir werden unseren großen Beitrag für dieses Jahr leisten. Und wir werden alles dafür tun, dass der gemeinsame Beitrag Europas so groß ist, dass die Ukraine darauf bauen kann und dass Putin nicht darauf rechnen kann, dass unsere Unterstützung irgendwann nachlässt. Das darf er nicht denken. Ja, es ist so. Wer hofft auf die amerikanischen Präsidentschaftswahlen? Wer hofft auf das Ermüden in Europa? Und wir wissen, wie schwierig das ist, wenn wir in die USA gucken. Es ist immer noch nicht gelungen, dass der amerikanische Präsident eine Zustimmung im Kongress für seine Haushaltsmittel bekommen hat, die er für die Unterstützung der Ukraine dieses Jahr benötigt. Ich bin ganz zuversichtlich, dass er das schaffen wird. Und wir werden alle unseren Beitrag leisten, mitzuhelfen, zu überzeugen, dass das eine gemeinsame Sache für uns, die Freunde der Freiheit, der Demokratie und des Rechtsstaats ist, die Ukraine nicht alleine zu lassen. Aber man stelle sich einmal kurz vor, das gelingt nicht. Und dann wäre Deutschland, Stand jetzt, der größte Unterstützer, was Waffenlieferungen betrifft, für die Ukraine weltweit. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist etwas, wo wir international alles dafür tun müssen, dass dieser Zustand nicht eintritt. Denn es wäre hybris, wenn wir glaubten, dass wir alleine es richten können. So ist es nicht. Wir brauchen Gemeinsamkeit und Solidarität. Übrigens gilt das auch für die anderen Beschlüsse, die jetzt in Europa notwendig sind, über den europäischen Haushalt, den wir jetzt endlich beschließen wollen. Und in dem ist ja auch eine Haushaltshilfe für die Ukraine von 12 Milliarden Euro pro Jahr für die nächsten Jahre vorgesehen. Es geht also um sehr viel Unterstützung, die notwendig ist. Es geht um ein Zusammenstehen Europas in diesen Zeiten. Und das will ich dann auch zum Schluss im Hinblick auf unser gemeinsames Europa sagen. Ja, wir brauchen eine gemeinsame Anstrengung, dass Europa vorankommt. Und wie ich es vielleicht für den einen oder anderen überraschend unbedingt auf einem SPD-Parteitag gesagt habe, wir brauchen die Banken- und Kapitalmarktunion, damit das vorangeht. Und deshalb müssen wir aus dem, was wir schon geschafft haben, eine weitere Initiative entfalten. Die Mindestbesteuerung, die wir in Europa etabliert haben, könnte doch auch der Maßstab sein für eine einheitliche gemeinsame Basiskörperschaftsteuer, damit die Banken europaweit unter fairen Bedingungen Wettbewerb machen können. Das wäre ein echter Fortschritt für Europa. Und wir brauchen ihn dringend. Wir brauchen ihn dringend. Denn tatsächlich ist ein Teil des besseren Wirtschaftswachstums der USA zurückzuführen. Auf ihre Banken und Kapitalmärkte, die mehr in der Lage sind, das Wachstum der Wirtschaft ohne öffentliche Subventionen zu begleiten und groß zu investieren in Start-ups und wachsende Unternehmen, manchmal welche, die jahrelang trotz Milliardenbewertung keine Gewinne machen. Das ist etwas, was in Europa in gleicher Weise nicht vorkommt. Und deshalb ist es unsere gemeinsame Aufgabe, dass wir dieses Hindernis für Wachstum und Wohlstand in Europa beseitigen. Und die Tatsache, dass es dieses Jahr so viel um Europa gehen muss, die ist vielleicht ein Anlass, an diesem und allen anderen notwendigen Reformen für ein starkes, souveränes Europa in einer globalisierten Welt zu arbeiten. Schönen Dank. Applaus 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 Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Dr. Alice Weidel. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! Sehr geehrte Damen und Herren! Die beiden Vorredner haben eindrucksvoll gezeigt, dass es ihnen an Ernsthaftigkeit für die wahren Belange und Probleme der Bürger in diesem Lande fehlt. Applaus Es brennt in Deutschland. Und diese Regierung aus überforderten Fehlbesetzungen und starrsinnigen Ideologen ist der Brandstifter. Die geschundenen Leistungsträger dieses Landes gehen auf die Straße. Bauern, Handwerker, Mittelständler, Gastwirte, Händler, Transportunternehmer. Sie protestieren weiter, weil sie nicht mehr können, verschwiegen von den Medien. Drei Viertel der Deutschen stehen hinter den Mittelstandsprotesten. Drei Viertel wünschen sich ein Ende dieser Regierung. Sie ziehen eine Schneise der Verwüstung durch dieses Land. Aber statt zu korrigieren, setzen Sie sich an die Spitze einer beispiellosen Verleumdungskampagne, wie gerade hier eindrucksvoll geschildert, gegen die Mittelstandsproteste und gegen die Oppositionskraft, auf die immer mehr Bürger ihre Hoffnung setzen. Frei nach dem Motto, wird der Bürger unangenehm, bezeichne ihn als rechtsextrem. Ihre Hilfsstasi, Korrektiv, eine der vielen Nichtregierungsorganisationen, die von Ihrer Regierung mit reichlich Steuergeld versorgt wird, hat Ihnen dafür die Vorlage geliefert. Mit unglaublichen Lügen, Verleumdung und übelster Nachrede. Und die Chefin von Korrektiv lügt jetzt ein vor sich hin. Sie hätte das Wort Deportation nie benutzt. Soweit ist es schon gekommen. Steuerfinanzierte Denunzination gegen eine Konkurrenzpartei. Sie schämen sich nicht einmal. Sie schämen sich nicht einmal, das Demonstrationsrecht zu pervertieren. Ein Freiheitsrecht der Bürger gegenüber dem Staat und nicht umgekehrt. Statt den Menschen zuzuhören, die ihre Not in die Öffentlichkeit tragen, demonstrieren Sie selbst gegen die Opposition. Und Sie finden auch nichts dabei, wenn auf solchen Demos ganz offen Mordaufrufe gegen Oppositionspolitiker zur Schau gestellt werden. AfDler töten, steht dort. Und Sie klatschen Beifall. Der Bundespräsident bezeichnet AfD-Wähler als Ratten und die FDP-Spitzenkandidatin AfD-Wähler als Schmeißfliegen. Schämen Sie sich. Schämen Sie sich in Grund und Boden. Mit Ihrer unsäglichen steuerfinanzierten Verleumdungs- und Rufmordkampagnen spalten Sie dieses Land und nur, um sich an Ihre eigene Macht zu klammern. Die Reparatur der Reparatur eines missglückten und aufgeblähten Haushaltsentwurfs ist ein Dokument Ihrer Arroganz und Ihres Unvermögens. Sie reden vorm Sparen, aber Sie bürden die Lasten allein den Bürgern auf. Die Stimmung bei den Unternehmen ist am Boden. Die Ampel ist das größte Standortrisiko für Deutschland. Mittelständische Unternehmen werfen reihenweise das Handtuch und ergreifen die Flucht. Die Liste der Firmen, die zigtausend Stellen streichen oder ins Ausland verlagern, wird täglich länger. Klangvolle Namen sind darauf, von BASF, Bayer und Bosch über Continental, Mercedes und Miele bis SAP und ZF. Deindustrialisierungsminister Habeck, der bekanntlich Vaterlandsliebe steht zum Kotzenpfand, fordert die Unternehmen nun zum Patriotismus auf, Pleite zu gehen. Das ist das Konzept dieser Bundesregierung. Deutschland steckt tief in einer Rezession. Als einziges Industrieland schrumpft es. Dafür trägt weder Putin die Verantwortung, noch die Welt, noch irgendeine herbeifantasierte Weltklimakatastrophe. Diese unfähige Regierung trägt als einzige die Verantwortung für das Desaster in unserem Land. Und zwar mit Ihrer zerstörerischen Politik, der künstlichen Energieverknappung und Energieverteuerung, des unablässigen Drehens an Steuerschrauben, der Verbotspolitik, der Enteignung, der Geldverschwendung, während Sie den Leuten das Märchen vom reichen Land erzählen. Reich ist in Deutschland nur der überfütterte, übergriffige Staat, aber nicht der Steuerzahler. Hunderttausende Deutsche erhalten in diesen Tagen ihre Heizkostenabrechnung und wissen oft nicht, wie sie sie bezahlen sollen. Normalverdiener, Rentner, Familien, Mittelständler, Freiberufler müssen sich Jahr für Jahr mehr einschränken, um noch über die Runden zu kommen. Sie selbst aber denken gar nicht daran, sich einzuschränken. Sie gönnen sich neue Hubschrauber und Fuhrparks. Ihre Kabinettsmitglieder geben Unsummen für Friseure und Fotografen aus. Die Außenministerin fliegt mit großem Tross in peinliche Missionen weltweit, während der Durchschnittsverdiener nicht weiß, was er sich überhaupt noch leisten kann. Sie halten an Ihrem Protzkanzleramt für fast, sage umschreibe, 800 Millionen Euro fest. Der gigantomanische Erweiterungsbau kostet allein fast so viel wie das jährliche Sonderopfer, was Sie den Bauern abverlangen wollen. Sie haben den Beamtenapparat in nur zwei Jahren um rund 11.500 Stellen aufgebläht. Schön für Ihre Günstlinge, schlecht für die Steuerzahler, denen der ganze Spaß 8 Milliarden Euro kostet. Wo andere Regierungen ihr internationales Engagement überdenken und zurückfahren, drängen Sie sich überall auf mit dem deutschen Steuergeld. Die eigenen Bauern bedrohen Sie in der Existenz, um eine knappe Milliarde zu sparen. Aber für unsinnige Agrarprojekte in der Welt geben Sie weiter Hunderte Millionen Euro aus. Die viel zitierten Radwege in Peru sind nur eines von Hunderten überflüssigen Entwicklungshilfevorhaben, die in der Summe den Steuerzahler 33 Milliarden Euro kosten. Für nichts, nur für Ihre NGO-Günstlinge. Sie verpulvern dieses Geld ohne Gegenleistung für Öko-Kühlschränke in Kolumbien, feministische Außenpolitik in Südafrika, für die Taliban in Afghanistan und für Hamas-Terroristen im Gaza. Selbst nach Indien gehen Milliarden, obwohl Indien zum Mond fliegt, während bei uns die Infrastruktur zerfällt, die Schulen vergammeln und die Schüler teilweise nicht mehr richtig lesen, schreiben und rechnen können. Gegen die Gesetze der Physik und der Logik treiben Sie das Planwirtschafts- und Subventionsmonster Energiewende weiter voran. In der Energiepolitik ist Deutschland der Geisterfahrer der Welt. Die Kosten sprengen alle Dimensionen. Sie sind der Hauptgrund für die Haushaltskrise. Sie summieren sich auf fast eine Billion Euro. Das ist eine Eins mit wie vielen Nullen, Herr Habeck? Wissen Sie nicht. Das sind keine Investitionen in die Zukunft. Das ist die teuerste Zerstörung einer funktionierenden Infrastruktur, die die Welt je gesehen hat. Und Sie fluten das Land weiter mit illegalen Migranten. Jeder kann kommen, keiner muss gehen. Sie bürgern im Akkord Neue Wähler ein, verschaffen Illegalen über das Chancenaufenthaltsrecht eine Scheinlegalität. Ihr Abschiebungsbeschleunigungsgesetz ist ein Abschiebungsverhinderungsgesetz, wenn der Steuerzahler abgelehnten Asylbewerbern auch noch einen Anwalt bezahlen muss, um weiter gegen die überfällige Ausreise zu prozessieren. Mit dieser Politik treiben Sie die Kommunen in die Verzweiflung, sprengen die Sozialsysteme, verschärfen die Wohnungsnot und untergraben die innere Sicherheit. Aber vor allem, Sie nehmen den Deutschen ihre Heimat. Über 1 000 Frauen werden jedes Jahr Opfer sexueller Gewalt durch Zuwanderer. 7 000 seit dem Willkommensputsch der CDU-Kanzlerin von 2015. Aber darüber schweigen Sie, darüber schweigen auch die Medien. Unter dem Schwindeletikett Bürgergeld haben Sie ein Migrationsmagneten geschaffen, dessen Kosten längst außer Kontrolle sind. Das nächste Haushaltsloch steht schon vor der Tür. Sie lassen die Bürger im Stich, wo der Staat dringend gebraucht würde. Wo bleibt die Entschädigung an die vielen Impfgeschädigten ihrer Covid-Impfung? Wo bleibt die eigentlich? Wo bleibt überhaupt die Aufarbeitung dieses ganzen Desasters? Wieder und wieder habe ich hier aufgeführt, was nötig ist, um dieses Land auf Vordermann zu bringen. Nochmal. Schließung und Kontrolle der Grenzen. Zurückweisung illegaler Einwanderer. Rückführung abgelehnter und krimineller Asylbewerber. Und jener, die kein Aufenthaltsrecht haben. Das ist die Durchsetzung von Recht und Gesetz nach Jahren des Herrschafts des Unrechts. Sie wollen Abschiebung kriminalisieren. Das haben wir gesehen in Ihrer Kampagne. Stopp der Energiewende, Beschränkung der Staatsausgaben und natürlich Streichung des Bürgergelds für ausländische Staatsbürger, die nie in die Sozialkassen eingezahlt haben. Sach statt Geldleistung ist die Devise. Aber rationale Argumente erreichen Sie schon gar nicht mehr. Sie können Deutschland nicht gut regieren und Sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch warum. Weil Sie Ihr eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen. Diese Regierung hasst Deutschland. Akzeptieren Sie wenigstens die Möglichkeit eines demokratischen Machtwechsels. Und machen Sie den Weg frei für Neuwahlen. Ich bedanke mich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie recht herzlich, genauso wie die Damen und Herren auf den Besuchertribünen. Und wir fahren in der Debatte fort. Und die nächste Rednerin ist für Bündnis 90 Die Grünen, Britta Hasselmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Und heute sage ich mal einmal ausnahmsweise Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger auf den Tribünen und denen, die am Bildschirm vielleicht unsere Debatte verfolgen. Wenn es eines Beweises bedurft hätte, warum es höchste Zeit ist, dass in Nordhausen, Eckernförde, Altenburg, Frankfurt, Sonthofen, Zwickau, Hamburg, Bielefeld, Wernigerode, Halle, Brandenburg, Plauen, Gießen, München, Regensburg, Füssen, Worms, Beutzenburg oder Wismar oder Bautzen, Menschen auf die Straße gehen und sagen, wir haben etwas zu verteidigen, nämlich nicht weniger als unsere Demokratie, unsere Freiheit und unseren Rechtsstaat, dann die Rede von Alice Weidel, meine Damen und Herren. Wie viel Verachtung, wie viel Menschenfeindlichkeit, wie viel Gefährlichkeit und wie viel Verächtlichmachung demokratischer Institutionen waren hier gerade in zehn Minuten zu hören. Meine Damen und Herren, es ist unglaublich, eine Verunglöpfung der Opfer des SED-Regimes durch unsägliche Vergleiche in einem freien Land von einer freien Presse, die geklärt hat und rausgekriegt hat, wie tief die Verstrickung von Rechtsextremismus, identitärer Bewegung, AfD in sogenannten Geheimtreffen in Potsdam war. Und der Fraktionsvorsitzenden steht heute wahrscheinlich das Wasser zum Hals, weil der zweite ihrer Mitarbeiter soll auch in Potsdam gewesen sein. Ich wäre auch nervös, meine Damen und Herren, wenn so etwas passieren würde. Beim Geheimtreffen war offenbar nicht nur Ihr Roland Hartwig, sondern auch ein gewisser Mürrik, der vom Bundesvorstand der AfD bezahlt wird. Meine Damen und Herren, es ist so. Sie sind demokratisch gewählt, diese AfD-Abgeordneten. Aber Sie sind keine Demokraten. Und das erkennen immer mehr Menschen. Und deshalb braucht es die inhaltliche Auseinandersetzung mit Ihnen. Sie führen dieses Land in ein Rückwärts, in ein Nie wieder, was wir auf jeden Fall verhindern werden als Demokratinnen und Demokraten. Denn das sind wir, Menschen wie Eva Zippeschi und Marcel Reifs Vater, schuldig. Das sage ich stellvertretend. Nach einer so würdigen Gedenkstunde wie heute Morgen, in der Eva Zippeschi uns aufgefordert hat, gemeinsam und Sie alle auch an Ihrer Stelle, zu sagen, nie wieder ist jetzt. Und Marcel Reif gesagt hat, sei ein Mensch, wissen wir ganz genau als Demokratinnen und Demokraten, und zwar von CDU, CSU, FDP, Grünen und SPD, was unsere Arbeit ist, nämlich diese Demokratie zu verteidigen, mit allem, was wir haben, meine Damen und Herren, gegen die Feinde der Demokratie. Und ich weiß, dass Sie nervös sind. Ich weiß, dass Ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Drei Ihrer Landesverbände, in denen unter anderem bald Wahlen sind, sind als rechtsextrem, gesichert rechtsextrem eingestuft, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich nicht erzählen, Sie hätten Rezepte, Lösungen und Ideen für die Zukunft. Ein Ausstieg aus der Europäischen Union, ein Ausstieg aus dem Euro würde national Verarmungen und eine Deindustrialisierung in diesem Land bedeuten, meine Damen und Herren, und zwar für alle Bürgerinnen und Bürger. Das muss jede und jeder wissen, der oder die mit der AfD sympathisiert. Und ich kenne den Bundespräsidenten, ich schätze den Bundespräsidenten, und niemals wird er über die Wählerinnen und Wähler auch einer solchen Partei wie Ihrer gesagt haben, es seien Ratten. Ich finde es ungeheuerlich, dass Sie einen solchen Vorwurf in diesem Haus erheben, meine Damen und Herren. Und ich erwarte, dass Sie das zurücknehmen, denn Sie können es durch nichts belegen. Sie schaden damit dem Ansehen der demokratischen Institutionen. Und das muss man in aller Klarheit zurückweisen, meine Damen und Herren. Weil die Lage aber so ist, wie sie ist. Meine ganz große Bitte an Sie, Herr Merz. Sie haben vorhin gesagt, sparen Sie sich Aufrufe zur Zusammenarbeit. Nein, das werde weder ich tun, noch die FDP, Bündnis 90 die Grünen, noch die SPD. Denn wir wissen, dass in diesen Stunden Demokratinnen und Demokraten aller demokratischen Parteien gefordert sind. Und ich möchte, dass Sie diese Haltung auch einnehmen. Denn die Lage ist ernst in diesem Land. Wir sparen uns diese Aufrufe zur Zusammenarbeit nicht, denn sie sind notwendig. Und machen Sie sich doch nicht so klein. Wir haben doch in diesem Haus auch schon gezeigt, dass es geht. Um die Demokratie wehrhafter zu machen, haben wir gemeinsam die Parteienfinanzierung verändert. Meine Damen und Herren, unlautere Wahlwerbung, Ihre ganzen Parteispendensümpfe sind so klarer darlegbar, meine Damen und Herren. Da haben wir einen Riegel vorgeschoben. Gemeinsam mit Ihnen, Herr Merz. Wir haben gerade das Stiftungsgesetz geändert, damit einfach klar ist, wir haben erst mal eins geschaffen, was einen klaren Rechtsrahmen gibt, meine Damen und Herren, dafür, dass Stiftungen auf dem Grund und Boden dieser Verfassung stehen müssen. Und das klar und deutlich geregelt ist, und zwar zusammen mit der sie tragenden Bundesregierung und unseren Fraktionen und Ihnen. Wir haben das Disziplinarrecht geändert, damit rechtsextremen Umtrieben in Polizei und Bundeswehr Einhalt geboten wird. Also tun Sie doch nicht so, als würden wir hier nicht zusammenarbeiten. Und diese Zusammenarbeit ist auch notwendig, dringend notwendig in dieser Zeit. Und ich sage Ihnen mal, aus vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, ob bei der Kirche oder Ihren CDU-Kolleginnen und Kollegen vor Ort, ich weiß das ganz genau, dass Sie sich alle wünschen, dass Demokratinnen und Demokraten jetzt zusammenstehen. Das tun Sie nämlich auch vor Ort in den Städten, in den Gemeinden. Und wir arbeiten in sehr unterschiedlichen Konstellationen als demokratische Kräfte in den Ländern zusammen. Also treiben Sie hier keinen Spalt rein, wo er nicht gebraucht wird beziehungsweise gefährlich ist, meine Damen und Herren. Ich bedauere, meine Damen und Herren, die Unsicherheit, die nach dem Bundesverfassungsgericht entstanden ist, was den Haushalt angeht. Wir wissen sehr genau, dass wir lange gebraucht haben, um das Urteil auszuwerten und die Schlüsse daraus zu ziehen, die notwendig waren. Dass das in Wirtschaft, Industrie, Handwerk, bei den Bürgerinnen und Bürgern auch für Verunsicherung gesorgt hat. Aber diese Woche entscheiden wir in der Sache über einen Haushalt. Und wir haben das hingekriegt, trotz aller Unterschiedlichkeit in den Auffassungen, die vielleicht zwischen FDP, Bündnis 90, die Grünen und SPD und auch in der Bundesregierung existierten. Wir bringen diese Woche einen Haushalt auf den Weg, der für Klarheit schafft und der einen Rahmen gibt für die Zukunftsinvestitionen, die notwendig sind, für die soziale Gerechtigkeit und für die Demokratie. Und das ist ein gutes Signal bei aller Unterschiedlichkeit. Es verbindet uns drei nämlich die Überzeugung, auch wenn es schwer war, dass wir zusammen agieren und dass wir hier gemeinsam für Bürgerinnen und Bürger, für die Industrie, für das Handwerk und vor allen Dingen für die zentralen Zukunftsfragen, die Bekämpfung der Klimakrise, die notwendige Transformation, also das heißt die Veränderung, die soziale und ökologische, die notwendig ist, weil wir uns nach 16 Jahren Stillstand so etwas nicht mehr leisten können, meine Damen und Herren. Es braucht Veränderung. Das ist mittlerweile bis tief in die großen Wirtschaftsunternehmen klar. Die lächeln danach, dass wir die Rahmenbedingungen setzen. Ein einfaches Weiter, so Herr Merz, wie in der 90er Jahre Wirtschaftspolitik, ist nicht die Zukunft unseres Landes. Die führt uns nach unten. Im Best Case bleibt sie da stehen. Aber das können wir nicht gebrauchen. Wir haben viel zu viele Herausforderungen. Und tun Sie mir noch einen Gefallen. Sozialer Zusammenhalt, das soziale Miteinander und auch die Verantwortung dieses Parlaments für die sozialen Fragen und die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern beantwortet man nicht, indem man das Bürgergeld als subventionierte Arbeitslosigkeit bezeichnet. Wissen Sie eigentlich, was die Menschen gegenüber damit machen? Das ist ein Treten nach unten, eine Abwertung. Und das spüren Menschen. Sie sollten das nicht tun. Denn Sie haben gemeinsam mit uns im Bundestag und im Bundesrat mit allen Ländern gemeinsam das Bürgergeld auf den Weg gebracht. Und sich jetzt so billig aus der Verantwortung zu schleichen, das wird doch Ihnen auch gar nicht gerecht in Ihrer Rolle, mein Gott. Meine Damen und Herren, Sie tragen Verantwortung, wie wir, für dieses Bürgergeld, für das Konzept, weil Sie haben in beiden Kammern dem Bundesrat und dem Bundestag zugestimmt. Und ich rate einfach nur dazu, tun Sie nicht das Gleiche, was andere versuchen, durch die Abwertung von Menschen und andere in eine bessere Lage zu versetzen oder Leute gegeneinander auszuspielen. Olaf Scholz hat gerade in seiner Rede darauf hingewiesen. Wo waren Sie denn? Wo waren Sie, als wir über den Mindestlohn gesprochen haben? Wo sind Sie, wenn es um Tariftreue geht? Alle Absicherungsfragen, die notwendig sind, auch für die Zukunft, ich höre nichts von Ihnen. Oder ist jetzt Steffen Kampeter Ihr neues, altes Sprachrohr, der zu allem nur Nein sagt, weil er in der Wirtschaftspolitik der Neunziger verhangen geblieben ist. Gucken Sie sich den Aufruf der Unternehmen der 50, die gerade sagen, wir haben eine Herausforderung, es gibt keinen Stillstand oder zurück, es gibt nur ein nach vorn. Und wir brauchen die Unterstützung dieser Bundesregierung und dieses Parlamentes dafür, notwendige Investitionen, Anschübe für Transformation auch wirklich stemmen zu können. Niemand redet in diesen Unternehmen davon, dass wir sie auf Dauer subventionieren sollen. Das ist doch völliger Quatsch. Sie brauchen verlässliche Rahmenbedingungen. Sie brauchen Anschübe für Zukunftsinvestitionen. Und das ist es, was Sie brauchen. Und Jens Spahn, diese billigen Zwischenrufe gerne, gucken Sie sich doch Thyssenstahl in Essen an. Thyssen in Essen an. Was ist denn mit dem grünen Stahl? Reden Sie doch mal mit den Leuten. Ich habe doch gerade schon gesagt, reden Sie nicht nur mit Campeta, sondern gehen Sie in die Unternehmen und reden mit denen. Fragen Sie doch mal, wie die das sehen. Die schütteln mit dem Kopf, wenn die ihre wirtschaftspolitischen Vorstellungen hören. Und tun sie mir einen Gefallen. Reden Sie dieses wunderbare Land nicht so schlecht. Viele Bürgerinnen und Bürger, die ich gerade erlebe, auf den Straßen, die wollen in diesem Land leben, weil dieses Land für sie Freiheit bedeutet. Weil dieses Land bedeutet, hier sind sie aufgewachsen, geboren oder hierher gekommen, weil sie hier eine Arbeit gefunden haben und weil sie hier ihre Familie gegründet haben, weil ihre Kinder hier zur Schule gehen. Und die lieben dieses Land. Und im Einzelfall wird es so sein, dass der eine oder die andere unter bestimmten Fragen leidet oder unzufrieden ist. Und auch wir können vieles besser machen. Da bin ich überzeugt. Und wir müssen einiges besser machen. Aber in dieser Plattheit auf das, was Menschen draußen von uns erwarten, in dieser Situation der Demokratie, so einfach und schlicht zu antworten, wird auch Ihnen nicht gerecht. Wir sind alle zusammen gefordert, wirklich gefordert, unser Land zukunftsfest zu machen, Sicherheit zu geben, damit diese notwendige Veränderung auch gestaltet werden kann. Dass wir niemanden zurücklassen in dieser Situation. Und wir sind gemeinsam verantwortet, diese Demokratie und den Rahmen dafür auch gemeinsam fester und resilienter zu machen, wehrhafter in unserer Demokratie. Und da fordere ich Sie auf, Herr Merz, nehmen Sie Ihren Eingangspunkt nicht so ernst, dass Sie keine Zusammenarbeit wollen. Ich fände es wichtig, wir alle geben als demokratische Kräfte ein Signal aus, dass wir wissen, was die Stunde geschlagen hat und als Demokratinnen und Demokraten nicht nur die Rede und Gegenrede suchen, sondern auch den Konsens, denn der gehört zu einer Demokratie. Danke. Danke. Und für die FDP-Fraktion hat jetzt das Wort Christian Dürre. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir erleben gegenwärtig überall in Deutschland Demonstrationen gegen Rechtsextremismus mit beeindruckenden Teilnehmerzahlen. Ich habe selbst an der Demonstration in Bremen teilgenommen. Dort habe ich die breite bürgerliche Mitte unserer Gesellschaft angetroffen. Ganz normale Menschen, die sich Sorgen um unsere freiheitliche Demokratie machen. Wir haben heute Vormittag hier im Deutschen Bundestag eine Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus gehabt. In einzigartiger Weise tragen wir Deutsche Verantwortung für unsere Geschichte und dafür, jüdisches Leben hier und überall sicher zu machen. Der barbarische Angriff der Hamas auf Israel unterstreicht diesen Auftrag und ja, auch manche Reaktionen auf deutschen Straßen, meine Damen und Herren. Ich will deshalb in aller Deutlichkeit sagen, mich bei der Kollegin Britta Hasselmann und dem Kollegen Friedrich Merz bedanken, auch für die Worte am Anfang ihrer Reden. Ich möchte eine Wahrheit heute aussprechen, dass die AfD hier heute in einem demokratischen Parlament sitzt und von Remigration spricht, ist geschichtsvergessen und gruselig, meine Damen und Herren. Die Bundesrepublik Deutschland hat eine lange Migrationsgeschichte und verdankt auch seinen Wiederaufbau. und das ehemalige, das damalige Wirtschaftswunder verlangt es Menschen, die zu uns gekommen sind. Wir sind ein weltoffenes Land. Herr Merz, ist es richtig? Ich teile die Ausführung. Das Thema Migration bedarf Recht und Ordnung. Keine Frage. Aber gleichzeitig das Signal heute aus dem Bundestag geht nach Deutschland aus. Die demokratischen Parteien, der politischen Mitte, sie stehen zur Weltoffenheit für Menschen, die zu uns kommen und sich bei uns integrieren wollen, die ranklotzen wollen, die unser Land mit uns gemeinsam nach vorne bringen wollen. Sie sind in Deutschland herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und richtig ist auch, dass die allgemeinpolitische Debatte zweimal im Jahr, jetzt haben wir sie im letzten Jahr gehabt, im September, jetzt im Januar etwas verspätet. Ich komme darauf gleich noch einmal zu sprechen. Es ist ein guter Anlass, über Grundsätze der Politik zu sprechen. Und, Herr Kollege Merz, weil Sie das vorhin angesprochen haben, es ist gute parlamentarische Tradition, dass wir eben zweimal im Jahr die allgemeinpolitische Debatte im Rahmen der Beratungen zum Bundeshaushalt durchführen. Deshalb ist es, es ist deshalb gut, weil sich am konkreten Handeln von Regierung und Opposition ablesen lässt, ob man willens und in der Lage ist, das rhetorisch Vorgetragene auch in konkrete Politik umzusetzen. Und da, lieber Kollege Merz, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, CSU, weil Sie es selbst angesprochen haben, da ist die Antwort in Bezug auf Ihre Fraktion leider null. Sie kritisieren hier am Pult, rauf und runter, aber sind nicht in der Lage, einen einzigen Änderungsvorschlag zum Bundeshaushalt 2024 zu machen. Das spricht Bände. Das ist ein Fehler, ein fundamentaler strategischer Fehler, den Sie heute begangen haben, aus meiner Sicht. Ein fundamentaler Fehler. Wenn Sie, Herr Merz, wenn Sie selbst schon keine Idee haben, hätten Sie doch wenigstens die zahlreichen, über 500 Änderungsanträge der FDP-Bundestagsfraktion aus der letzten Wahlperiode stellen können. Viele haben es übrigens hier rhetorisch hier gerade eingeführt. Und ich will sagen, zugegebenermaßen, da ist nicht mehr so viel übrig von den damaligen Änderungsanträgen, weil die meisten Vorschläge, die wir damals vorgetragen haben, heute in Regierungshandeln umgesetzt werden im Deutschen Bundestag, meine Damen und Herren. Wir machen das real. Aber, Herr Merz, der Grund, warum ich das anspreche und sage, die allgemeinpolitische Debatte findet im Rahmen der Haushaltsberatung statt, der Grund, warum ich das anspreche, was sagt es über Ihre Partei aus, die sich richtigerweise anschickt, auch in ferner Zukunft einmal wieder Regierungsverantwortung in Deutschland zu übernehmen, wenn sie nicht einmal zu Oppositionszeiten in der Lage ist, konkrete Vorschläge zu machen. Reden ist gut, handeln ist besser. Selbst wenn Anträge abgelehnt werden, ich ermutige Sie, machen Sie Oppositionsarbeit. Das ist Ihr Job. Das ist Ihr Job. Und ich habe das vorhin angedeutet. Wir führen jetzt die abschließende Beratung des Bundeshaushalts im Januar 2024 statt, wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November. Es war wegweisend aus meiner Sicht. Das Bundesverfassungsgericht hat die Schuldenbremse im Kern gestärkt und Änderungen an langjähriger Staatspraxis von uns verlangt. Wesentlich war aber auch die Art und Weise, wie diese Koalition mit den Folgen umgegangen ist. Wir können heute feststellen, dass wir das Urteil des Verfassungsgerichts eins zu eins im Bundeshaushalt umsetzen. Zugleich wird dieser Bundeshaushalt der Erste sein seit 2019, der die Schuldenbremse wieder vollumfänglich einhält. Das ist ein Erfolg nicht nur dieser Regierung, sondern aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wir können da sehr gern in den direkten Vergleich gehen. Wie haben denn unionsgeführte Bundesländer auf das Haushaltsurteil reagiert? Gab es da harte Verhandlungen zur Neupriorisierung von Staatsausgaben? Beispiel Berlin. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner hält die Schuldenbremse für, Zitat, gefährlich. Der Berliner Rechnungshof hat die Pläne für ein neues Klimasondervermögen als unvereinbar mit dem Karlsruher Urteil gebrannten Markt. Schleswig-Holstein. Die Koalition von Herrn Günther hat Ende November eine außergewöhnliche Notsituation für 2023 und 2024 festgestellt und nimmt weiter munter Kredite auf, als ob es das Urteil nicht gegeben haben. Ich weiß, es wird richtigerweise auch über die Schuldenbremse in diesem Haus demokratisch gestritten. Aber ich will mit einem Vorurteil aufhören. Es wird behauptet, die Schuldenbremse sei eine Investitionsbremse. Doch der Haushalt 2024 ist der Beweis dafür, dass das nicht der Fall ist. Denn trotz gehärterter oder gerade wegen gehärterter Schuldenbremse bringen wir umfassende Zukunftsinvestitionen auf den Weg. Diese Koalition schafft es, dass der Bundeshaushalt 2024 eine fast 50 Prozent höhere Investitionsquote hat, als das 2019 in Ihrer Verantwortung noch der Fall war. Wir investieren in Schiene, in Straße, in Wasserstraße im Vergleich zum letzten Jahr 40 Prozent mehr. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, das ist einerseits eine Leistung dieser Koalition, andererseits aber auch die notwendige Antwort auf, sagen wir es offen, eine katastrophale Infrastrukturpolitik. der Verkehrsminister Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Katastrophal, was Sie gemacht haben. Das räumen wir jetzt auf. Das korrigieren wir. Es war eben ein Fehler, sich jahrelang nicht um die deutschen Brücken gekümmert zu haben, sondern lieber sich mit einer Ausländermaut beschäftigt zu haben. Zweitens. Mit 12 Milliarden Euro legen wir die Grundlage für die Aktienrente für das Generationenkapital. Das ist einerseits eine Leistung dieser Koalition, andererseits aber auch bitter notwendig, angesichts eines immer weiter steigenden Bundeszuschusses in die gesetzliche Rentenversicherung. Wir brauchen mehr Kapitaldeckung. Herr Merz, es war ein Fehler, dass Sie in den langen CDU-geführten Bundesregeln in den langen Jahren mit dem überfälligen Einstieg in die Kapitaldeckung unserer Rente nicht angefangen haben. Das korrigieren wir jetzt mit diesem Bundeshaushalt, meine Damen und Herren. Wir sorgen damit, dass die Steuerquote in Deutschland sinkt. Zum 1. Januar 2024, der Bundeskanzler hat es vorhin angesprochen, haben wir die arbeitende Mitte erneut bei der Lohn- und Einkommenssteuer um 15 Milliarden Euro entlastet. Das ist einerseits eine Leistung dieser Koalition, andererseits aber auch bitter notwendig, angesichts langjähriger steuerpolitischen Stillstands in Deutschland und immer weiter zunehmender Belastung der arbeitenden Mitte in ihrer Regierungsverantwortung. Um das in aller Klarheit zu sagen, ist ein Fehler, den diese Koalition jetzt korrigiert für die arbeitende Mitte in unserem Land. Ich will das an dem Beispiel deutlich sagen, weil Sie riefen vorhin bei der Rede des Bundeskanzlers dazwischen, er würde reden wie ein Generalsekretär. Ich habe neben Bi-Jan-Jeray gesessen. Ich finde, Generalsekretäre sind ganz wunderbare Redner, um das noch mal zu unterstreichen. Aber ich will auf etwas anderes hinaus. Ich habe nämlich gelesen, was Ihr Generalsekretär in Bezug auf steuerliche Reformen in Deutschland gesagt hat. Er hat gesagt, man müsse bei der Einkommenssteuer eine Rechtsverschiebung des Tarifes machen, um die arbeitende Mitte zu entlasten. Genau das tut diese Koalition. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn Sie solche Dinge im Kopf haben, warum bringen Sie so etwas nicht in den Bundestag ein? Für Sie sind Steuersenkung immer nur Wahlkampfthema, nie Regierung und Parlamentshandel. Das unterscheidet uns von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will einen weiteren Punkt ansprechen. Das Staatschancenprogramm, das wir auch mit diesem Bundeshaushalt absichern, haben, was unsere Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger auf den Weg bringt, in den kommenden zehn Jahren 4 000 Schwerpunktschulen mit insgesamt 20 Milliarden Euro zu unterstützen. Wir helfen damit, eine Million Kinder in unserem Land. Das ist einerseits eine Leistung dieser Koalition, andererseits angesichts der schlechten PISA-Ergebnisse in unserem Land, aber auch bitter notwendig. Herr Merz, es war ein Fehler, dass das Bildungsministerium in Deutschland jahrelang von Durchsetzung schwachen Bundesministerin ihrer Partei besetzt worden ist. Das hat sich jetzt geändert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich sage das deshalb, weil wir viel über Zukunftschancen reden. Ich bin dankbar, dass sich die Länder am Ende des Tages bewegen haben, hoffentlich bewegen werden, und genau dieses Staatschancenprogramm zur Unterschrift kommt. Aber es geht ja um mehr, wer Recht hat oder wer nicht hat in der Bildungspolitik. Es geht um wesentlich mehr. Es geht um die Chancen junger Menschen. Es ist die himmelschreitendste soziale Ungerechtigkeit in Deutschland, dass die Chancen junger Menschen vom Elternhaus abhängen. Das muss sich ändern. Jeder junge Mensch hat eine Chance. Da geht es nicht um soziale Unterstützung, sondern um faire Bildungschancen. Das setzen wir in dieser Koalition an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Merz, Sie haben richtigerweise auch über die wirtschaftliche Situation in unserem Lande gesprochen, die herausfordernd ist. Das teile ich ausdrücklich. Ich will hinzufügen, manchen Vorwurf lasse ich mir allerdings nicht machen, dass wir hinter dem Scherbenhaufen, den Sie angerichtet haben, nicht schnell genug hinterherkehren. Aber wir tun etwas, beispielsweise die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe um 96 Prozent gesenkt. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz für Start-ups, der Bundeskanzler sprach davon, wir haben hier national das getan, was notwendig ist, um unseren Gründungsstandort zu stärken. Und schließlich mit dem Wachstumschancengesetz entlasten wir die Unternehmen in Deutschland und setzen ein sehr wichtiges Signal für Investitionsanreize und Forschungsvorhaben in neue Technologien. Und da verstehe ich nicht Ihre Strategie. Ich will das in aller Deutlichkeit sagen. Bei genau dieser Zukunftsfrage. Der Bundesfinanzminister hat in seiner Rede bei der finanzpolitischen Debatte gestern gesagt, dass ihm der vor ihm redende Kollege Matthias Middelberg aus meinem geschätzten Heimatland Niedersachsen vorkomme wie ein Marsianer, der vor 14 Tagen hier im Deutschen Bundestag gelandet ist, sich umschaut, was aus Deutschland geworden ist und wo die Probleme liegen, dass zu wenig in Infrastruktur investiert worden ist in der Vergangenheit und die wirtschaftlichen Herausforderungen da sind. Ich muss eines feststellen. Nach den Debatten zu Einzelplänen am gestrigen Tag und Ihrer Rede am heutigen Vormittag, Herr Kollege Merz, Herr Bundesfinanzminister, wir haben es nicht mit einem einzelnen Marsianer zu tun. Es ist eine Invasion von Marsianern, die wir hier erleben, die sich offensichtlich an nichts, aber auch gar nichts erinnern können und jetzt nicht einmal in der Lage sind, das Wachstumschancengesetz durch den Bundesrat zu bringen. Das wäre Ihre Aufgabe als CDU und CSU in dieser harten Situation, auch für die deutsche Volkswirtschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen will ich eines zum Schluss sagen, weil am Anfang auch in verschiedenen Regeln über Migrationspolitik gesprochen worden ist. Ja, ich habe gesagt, mehr Recht und Ordnung in der Durchsetzung und gleichzeitig das Ganze mit Weltoffenheit verbinden. Deswegen haben wir das Fachkräfteeinwanderungsgesetz hier im Bundestag beschlossen und das Staatsangehörigkeitsrecht novelliert. Aber eines finde ich besonders spannend. Als ich als Fraktionsvorsitzender der FDP im letzten Oktober gesagt habe, dass ich vor den Ministerpräsidenten in der MPK am 6. November eine klare Zusage zur Bezahlkarte erwarte, da war das Wort Bezahlkarte im Wortschatz der Union noch gar nicht verankert. Dass Sie sich jetzt hier hinstellen und die Bezahlkarte hochleben lassen, ist ein Treppenwitz der Geschichte. Ich bin, und der Kanzler hat es gesagt, dankbar, dass endlich der klaren Positionierung meiner Partei und dieser Koalition beim Thema Bezahlkarte Folge geleistet wird. Boris Reinhardt erklärt, sie kommt in allen 16 Ländern. Das ist ein gutes Signal. Zeigt übrigens, dass Deutschland insgesamt handlungsfähig ist. Also bitte mehr Zeitung lesen, dann sind Sie auch up to date bei Ihren Haushaltsreden, Herr Merz. Ich danke Ihnen. Für die Unionsfraktion hat jetzt das Wort Alexander Dobrindt. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute Morgen in der Tat zwei sehr ergreifende Schilderungen von Eva Cepesi und Marcel Reif gehört, die uns noch mal sehr deutlich gemacht haben, was die demokratische Mitte dieses Hauses eint. Dass sich eben nicht wiederholt, was sich nicht wiederholen darf. Und dass wir diese Demokratie gegen diejenigen verteidigen müssen, die sie angreifen. Und da ist es in der Tat ein großartiges Zeichen, wenn in den vergangenen Tagen und Wochen tausende Menschen in Deutschland gegen den Rechtsextremismus auf die Straße gegangen sind. Wir sind ein großes Zeichen unserer lebendigen Demokratie. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Sie haben hier am Rednerpult vorhin gesagt, wir müssen als Demokraten zusammenstehen. Ja, wir müssen als Demokraten zusammenstehen. Aber zu einer Demokratie gehört eben auch eine Opposition in der Mitte dieses Parlaments. Und der sollte man mit mehr Respekt begegnen, als Sie das in Ihrer Erklärung hier gemacht haben. Der Sinn von Politik besteht nicht ausschließlich im Ausdruck einer Haltung, sondern in der Bewältigung von Problemen. So Jasper von Alten-Bockum vor kurzem in seiner Zeitung. Und ich stimme ihm ausdrücklich zu. Es geht um die Bewältigung von Problemen. Und sehr geehrter Herr Bundeskanzler, dass Sie in Anbetracht der Lage, in der die Ampel dieses Land gebracht hat, heute kein Stück Einsicht und Demut gezeigt haben, das ist wirklich der Gipfel der Rauganz. Haben Sie sich eigentlich die Konjunkturdaten von gestern mal im Detail angeschaut? Haben Sie sich angeschaut, was alle Institute über Deutschland im Vergleich zu Europa und der Welt zum Auszug bringen? Es ist ein weiteres Schrumpfen des vergangenen Jahres von minus 0,3 Prozent festgestellt worden. Es gibt eine pessimistische Prognose mit negativen Wachstum für das Jahr 2024. Und dann ist noch der internationale Währungsfonds dazugekommen, dass er Deutschland drastisch nach unten abstuft. Während für die ganze Welt, für Europa, für alle Industrienationen, die Prognosen nach oben gehen, wird Deutschland als einzige Industrienation abgewertet. Die Kernaussage ist eindeutig und klar. Deutschland steckt in der Rezession, die Krise verfestet sich, das Land wird weiter abgehängt, und die Verantwortung liegt dafür bei der Ampelregierung und nirgendwo anders, meine Damen und Herren. Herr Bundeskanzler, Sie haben in der letzten Woche in der Zeitung die Zeit formuliert, wörtliches Zitat, die Koalition mutet sich angesichts der großen Herausforderungen Konflikte zu. Die Koalition mutet sich Konflikte zu. Nein, Herr Bundeskanzler, es ist umgekehrt. Nicht die Ampel mutet sich etwas zu, sondern die Ampel ist eine Zumutung für die Menschen in Deutschland. Das ist die Wahrheit. Eine Zumutung für die Bauern, eine Zumutung für die Spediteure, eine Zumutung für die Gastronomen, eine Zumutung für das Handwerk, eine Zumutung für den ländlichen Raum. Sie bieten in Ihrem Haushalt dazu auch überhaupt keine Lösungen an. Hören Sie doch aufständig dazwischenrufen, Sie sind einfach schlichtweg nicht das Opfer dieser Konflikte, Sie sind der Urheber dieser Konflikte, die ich da gerade geschrieben habe. Sie bieten keine Lösungen an. Glauben Sie, dass Sie mit 20 Milliarden zusätzlichen Steuererhöhungen, mit 40 Milliarden neuen Schulden irgendwas zur Befriedung in diesem Land beitragen? Sie haben sich vom Sparen komplett verabschiedet. Sie haben sich schlichtweg verabschiedet, meine Damen und Herren. Mit Bürgergeld, mit Heilsgesetz, mit Steuererhöhungen haben Sie die Polarisierung in diesem Land weiter vorangetrieben. Und jetzt spricht der Finanzminister gestern hier an diesem Rednerpult. Grund davon, dass er nicht mehr über einen Sparhaushalt nachdenkt, sondern über einen Gestaltungshaushalt. Meine Damen und Herren, Sie sind keine Koalition der Gestaltung. Sie sind eine Koalition der Spaltung. Das sehen Sie auf den Straßen jeden Tag in diesem Land. Und in dieser Situation, in der Sie Deutschland gebracht haben, spricht der Bundeswirtschaftsminister davon, dass Unternehmen mehr Standortpatriotismus zeigen sollten. Das ist in der Tat ein beeindruckender Versuch, Ursache und Wirkung umzukehren. Die Unternehmer sind nicht schlullt an der schlechten Wirtschaftssituation. Sie sind das Opfer ihrer schlechten Wirtschaftspolitik. So ist es. Aber diejenigen, von denen man mehr Standortpatriotismus erwarten müsste, die sitzen am Kabinettstisch. Standortpatriotismus würde heißen, nicht die deutschen Kernkraftwerke abschalten und dann französische Kernenergie kaufen. Standortpatriotismus würde bedeuten, die landwirtschaftliche Produktion im Land zu erhalten, anstatt sie abzuwürgen. Standortpatriotismus würde heißen, den Mittelstand zu entlasten, anstatt die Steuern zu erhöhen. Und Standortpatriotismus würde bedeuten, die Erbschaftssteuern zu regionalisieren, anstatt sie zu erhöhen und die Leute damit zusätzlich zu belassen. Das wäre Standortpatriotismus in diesem Land. Die Arbeitgeber sprechen davon, dass die Unternehmen das Vertrauen in die Regierung verloren haben. Die IG Metall spricht davon, dass es eine schleichende Deindustrialisierung in diesem Land gibt. Und Sie, Herr Bundeskanzler, sprechen davon, dass Sie alles dafür getan haben, dass sich Arbeit lohnt. Meine Damen und Herren, das ist der glatte Hohn gegenüber denjenigen, die heute das Gefühl haben, dass sich Arbeit in diesem Land nicht mehr rentiert. Ihre Politik überfordert schlichtweg dieses Land. Die demotivierte Gesellschaft, das war ein Artikel, der von Allensbach veröffentlicht worden ist, immer mehr Menschen glauben, dass sich schlichtweg Arbeit nicht mehr lohnt. Und dass sich gerade Menschen mit mittlerem und den kleinen Einkommen so äußern, dafür gibt es doch auch einen Grund. Drei Viertel der Menschen sind der Überzeugung, dass das Bürgergeld davon abhalte, in Beschäftigung zu kommen. Drei Viertel glauben, dass das Bürgergeld Beschäftigung verhindert. Ihr Bürgergeld hat schlichtweg an Akzeptanz verloren. Und Ihr Bürgergeld sorgt dafür, dass auch Arbeit an Akzeptanz verliert, weil die Arbeitnehmer nicht mehr respektiert werden von Ihnen. Schauen Sie sich doch mal an, was mit diesem Bürgergeld entstanden ist. Es gibt neue Rechnungen, die sagen, würde sich eine Familie, die heute 2.000 Euro, 3.000 Euro verdient auf den Weg machen und mit weiteren 2.000 Euro verdienen wollen, dann kämen Sie gerade auf 32 Euro mehr netto. So sieht doch kein funktionierender Sozialstaat aus, der die Schwachen schützt. Nein, so sieht ein Sozialstaat aus, der die Leistungsbereiten bestraft. Und das ist die Realität mit Ihrem Bürgergeld. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt eine ganze Menge zu kritisieren an dem, was diese Ampel mit Ihrem Haushaltsentwurf an Fehlern macht. Aber sehr geehrte Frau Weidel, lassen Sie sich an dieser Stelle sagen, Ihre Einlassung, diese Regierung hasst Deutschland, die ist mit aller Schärfe zurückzuweisen. Diese Regierung regiert schlecht, aber sie hasst dieses Land nicht. Und ich sage Ihnen das, ja, es wird nicht besser, wenn Sie es wiederholen an dieser Stelle. Wissen Sie, ich gebe Ihnen hier auch was mit auf den Weg. SPD, Grüne, FDP und CDU und CSU, Wir hassen auch dieses Europa nicht. Wir hassen dieses Europa nicht, weil auch diese Europäische Union der Garant für Demokratie, für Freiheit und für Wohlstand zwischen unseren Partnerländern ist. Und ich weiß ja nicht, ob es überhaupt noch jemand bei Ihnen realisiert, was in Ihrer Partei passiert. Wo haben Sie sich denn eigentlich hingelegt? Von Lucke zu Höcke. Da stehen Sie jetzt. Wo soll es denn eigentlich weitergehen mit Ihrer Partei? Ich kann Ihnen sagen, wenn einer aus Ihrer Fraktion, aus Ihrer Partei sagt, diese EU muss sterben, dann ist er unser schärfster Gegner. Wenn Sie sagen, das Brexit ist der Modell für Deutschland, dann sind Sie unser schärfster Gegner. Sie arbeiten am Ruin dieses Landes. Um das mal sehr deutlich so zu sagen, und ich kann Ihnen auch nur ans Herz legen, sprechen Sie einfach weiter darüber, dass Sie aus der Europäischen Union aussteigen wollen, dass Sie den Euro aufgeben wollen, dass Sie aus der NATO aussteigen wollen. Reden Sie bitte auch weiter darüber, dass Sie sich Putins eurasischer Wirtschaftsunion annähern wollen. Reden Sie darüber, dass Sie das freie Europa zerstören und sich dem russischen Diktator anschließen wollen. Sie sind nicht die Alternative für Deutschland. Die Alternative, die Sie anbieten, das ist die Alternative der Unmündigkeit, der Unterwerfung, der Unfreiheit. Das hat mit Patriotismus nichts zu tun. Das ist Vaterlandverrat, was von Ihnen hier kommt. Die Wahrheit ist an dieser Stelle sehr schwer zu ertragen. Ich verstehe das. Sehr geehrte Damen und Herren, ich will Ihnen nur, Herr Dörr, für Ihre Rede den kleinen Hinweis geben. Sie haben davon gesprochen, Sie seien auf dem richtigen Weg. Ihre Umfragewerte haben sich von über 11 Prozent auf 3 Prozent entwickelt, 8 Prozent Verlust. Wenn das der richtige Weg ist, dann ist das ein Beispiel von Autosubdiktion, wie wir es hier selten erlebt haben. Sehr geehrte Frau Hasselmann, ich will Ihnen das auch mit auf den Weg geben. Sie haben hier in Richtung von CDU und CSU formuliert, reden Sie das Land nicht schlecht. Ich sage Ihnen, regieren Sie dieses Land nicht schlecht. Rechtsextremismus kann man auch nur dann bekämpfen, wenn man ihn nicht einfach nur wegdemonstriert oder verbieten will, sondern man muss ihn auch wegregieren. Und da haben Sie zurzeit noch Verantwortung, meine Damen und Herren. Und der nächste Redner ist für die SPD-Fraktion Dr. Rolf Mützenich. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, es ist gut, wenn man ein bisschen versucht, diese Debatte auch in einem Ton zu führen. Und ich muss auch für die größte Fraktion in dieser Koalition sagen, ja, in spannungsreichen und aufwühlenden Zeiten ist es fast unmöglich, immer und überall Zuversicht und Sicherheit zu stiften. Kriege, der Wandel, der internationalen Ordnung, wirtschaftliche Unsicherheiten und politisches Abenteuertum liegen außerhalb unseres Einflusses. Und ich muss es bekennen, dass wir aber durch unser Verhalten in der Koalition manchmal Verdruss und Besorgnis befördert haben. Das ist fahrlässig, und das betrügt mich auch. Und wir haben zugelassen, dass unsere Differenzen leider auch der Demokratie als solcher zugeordnet wurden. Das muss aufhören. Wir müssen anders arbeiten und unseren Ansprüchen besser gerecht werden. Politische Grundsatzdebatten darf man auch in dieser Koalition führen. Eigennutz, Unhöflichkeit und Besserwisserei untereinander, meine Damen und Herren, müssen dagegen aufhören. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Und ich sage das, ich glaube, Sie können das eben nicht, sich auch mal auf sich selbst zu beziehen. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Deswegen sage ich ja in dieser Koalition. Und das wussten wir von Anfang an. Wir sind unterschiedliche Parteien, aber das brauchen wir nicht jeden Tag zu betonen. Wichtiger ist, dass diese drei Parteien zusammengefunden haben, weil Sie wissen, dass Gesetze auch Kompromisse sind. Aber am Ende legen wir die Planken. Wir schaffen das Fundament für glasklare Veränderungen in diesem Land, weil das eben in der Vergangenheit nicht gelungen ist. Deswegen sage ich, die Vollkommenheit einer Bestimmung ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass dieses Fundament nicht wieder zurückgedreht werden kann, auch nicht von denen, die die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück wollen. Das ist die Leistung, und das ist der Erfolg, meine Damen und Herren, dieser Regierung. Und wir brauchen mehr von dieser Möglichkeitspolitik. Und wenn man das bedenkt und beachtet, kann man auch stolz auf das Geschaffene sein. Und es wird schwerlich möglich, vielleicht irgendwann für andere politische Mehrheiten etwas zurückzudrehen, was diese Koalition geschaffen hat. Und ich will mal sagen, das Recht auf Ausbildung, das ist ein fundamentaler Erfolg für die jungen Menschen in diesem Land, wenn sie keinen Ausbildungsplatz finden, außer betriebliche Bildung letztlich auch hier zu bekommen. Qualifizierungen und Mindestlohn, ein besseres Eltern- und Kindergeld, Wohngeld, Gesundheit und Renten für die Menschen, die erwerbsgemindert sind. Das sind die fundamentalen Entscheidungen, die in dieser Koalition getroffen worden sind. Und genau das ist das Fundament für ein soziales Deutschland, wo auch wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stolz drauf sind, meine Damen und Herren. Umso mehr, und das frage ich mich, Herr Kollege Merz, wissen Sie eigentlich, wenn Sie über das Bürgergeld so reden, mal unabhängig davon, dass Sie, und das haben wir ja jetzt schon öfter auch festgestellt, zugestimmt haben und dem Mindestlohn leider nicht, wissen Sie, dass das Bürgergeld von jedem Fünften, der in Beschäftigung ist, genutzt werden muss, weil das Gehalt, das Einkommen zu gering ist. Das sind Aufstocker. Wieso reden Sie über diese Menschen so, dass ihnen das Bürgergeld nicht zusteht? Das passt nicht zu einem christlichen Menschenbild. Und kranke Menschen, die eine Behinderung haben, ein Handicap, auch die bekommen Bürgergeld, weil sie eben nicht in dieser Situation arbeiten können. So kann man nicht mit diesen Menschen umgehen, die auf ein Fundament angewiesen sind, nämlich einem sozialen Netz, was dieses Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg schaffen wollte, meine Damen und Herren. Und deswegen, wir haben Wort gehalten. Nicht nur für diese fundamentalen Reformen, die wir in den letzten zwei Jahren auf den Weg gebracht haben, sondern eben in diesen spannungsreichen und aufwühlenden Zeiten genau das zu tun, um Wort zu halten, was wir den Menschen auch versprochen haben, nämlich Strukturbrüche zu vermeiden durch starke Haushaltspolitik, dass wir es geschafft haben, existenzielle Sorgen den Menschen auch in einer Situation zu geben, eben am Ende der Pandemie, wo Russland die Ukraine überfallen hat, wo die Kriegsangst wächst, aber eben auch die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen, da haben wir Halt gegeben. Und darauf können wir doch auch stolz sein, meine Damen und Herren. Und ich finde, gerade in diesen Tagen, wo wieder über Tarifpolitik gesprochen wird, Herr Bundeskanzler hat die konzertierte Aktion eingeladen. Das war gut, mit den Gewerkschaften, mit den Arbeitgebern zu versuchen, diese Strukturbrüche in unserem Land zu vermeiden, um gute Arbeitsplätze zu erhalten und Investitionen voranzubringen. Aber in dieser konzertierten Aktion ist auch der Grundstein für eine gute Tarifpolitik gelegt worden, weil nämlich, und da hat sich jede Gewerkschaft am Ende darauf bezogen, 3 000 Euro steuer- und abgabenfrei gewesen ist. Das ist ein wichtiges Zeichen gewesen. Und das zeigt, dass dieser Staat, dass diese Regierung Verantwortung trägt. Und das darf man nicht schlechtreden in diesen Zeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage das auch für eine Fraktion, die selbstbewusst ist, manches, was die Regierung in ihrem Haushaltsentwurf auf den Weg gebracht hat, war auch für die Mitglieder dieser Koalition, für die sozialdemokratische Fraktion herausfordernd. Das war nicht leicht, weil das ein oder andere, was dort in dem Haushaltsentwurf stand, das hat durchaus zu Sorgen, das hat zu Verunsicherungen in den Wahlkreisen geführt. Und ich fand manches, was uns da für die Tür gekippt wurde, war schwer, auch wieder zu reparieren. Aber wir haben es geschafft. Und das ist genau das, was dieses Parlament leistet, was diese Koalition leistet. Am Ende schaffen wir wieder Vertrauen. Und es ist gelungen, zum Beispiel im Bereich des Sports, im Bereich der politischen Bildung, bei den Freiwilligendiensten, bei der Migrationsberatung. Alles das haben wir wieder korrigiert. Und auch die Integration für den Arbeitsmarkt, die Qualifizierung, das sind wichtige Elemente gewesen, die in diesem Haushalt sich wiederfinden, meine Damen und Herren. Und es ist gut, dass die Mitglieder dieser Koalition auch deutliche Korrekturen an diesem Haushalt vorgenommen haben. Deswegen können wir auch guten Gewissens heute, am Freitag, diesem Haushalt zustimmen, meine Damen und Herren. Und was der Unterschied letztlich macht, wir wenden uns den Menschen zu. Ohne diese Abgeordneten wäre es nicht möglich gewesen, dass wir endlich das untersuchen, worunter Kinder und Jugendliche zu einem kleinen Teil leiden, aber was sie nach einer Covid-Erkrankung erleiden müssen. Jetzt muss geklärt werden, was können wir diesen Kindern und Jugendlichen anbieten. Das ist sozusagen ein Dienst am Menschen, am jungen Menschen. Genau diese Richtung hat diese Koalition eingeschlagen. Und der Haushaltsgesetzgeber, meine Damen und Herren, hat es korrigiert. Und vielleicht mal erinnernd an die heutige, wirklich sehr beeindruckende Holocaust-Gedenkstunde. Wir haben für jüdisches Leben noch mal mehr Mittel bereitgestellt, damit endlich das aufhört, was in dieses Land hätte nie einziehen dürfen. Ein Antisemitismus, der sich gegen unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet und manchmal von den geistigen Brandstiftern seit Jahren auch schon provoziert worden ist. Meine Damen und Herren, darauf bin ich stolz. Und wir haben diese Dinge angepackt. Und deswegen können wir uns auch besser erwehren, den Herausforderungen, die diese Demokratie, die so schwer errichtet wurde, sich in diesen Tagen auch stellen muss. Und die Voraussetzungen, meine Damen und Herren, sind besser denn je. Frau Hasselmann hat hier vorgelesen, in welchen Gemeinden, in welchen großen Städten, aber auch in den nächsten Tagen Menschen, sich nicht mehr mit diesem geistigen Gehalt abfinden wollen in diesem Land. Das ist wichtig. Aber es darf nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das sage ich auch, bei diesen Demonstrationen bleiben. Deswegen sage ich zu allen, die auf die Straße gehen oder allen, die sagen, ich möchte widersprechen, gehen Sie zu Ihren Nachbarn, zu den Kolleginnen und Kollegen, zu Ihren Freunden und sagen denen, was es bedeutet, AfD zu wählen. Es geht nicht darum, zu sagen, die Wählerinnen und Wähler anzuklagen, sondern es geht darum, wie fahrlässig man sein würde, wenn man das tut. Behinderte junge Menschen werden als Belastung in diesem Land von Herrn Höcke beschrieben. Und das werden nicht die Ersten sein, die eben auch in diese Situation kommen. Sie wollen den Mindestlohn abschaffen, aber gleichzeitig wollen Sie die Reichsten in diesem Land entlasten. Sie sind gegen alle Subventionen, auch gegen die Subventionen für die Landwirte in diesem Land. Sie wollen keine Subventionen für gute und neue Arbeitsplätze. Sie ruinieren das Land. Und ich bin froh, wenn diejenigen, die gegen Sie demonstrieren, dass auch Ihren Freunden, Ihren Nachbarn und Ihren Kolleginnen und Kollegen sagen, wir sind auf Sie angewiesen. Seien Sie eine Stimme gegen die Partei, die dieses Land ruinieren würde, meine Damen und Herren. Und ich will zum Schluss auf jeden Fall, das ist wichtig, auch noch mal auf zwei grundsätzliche Fragen eingehen, die in den letzten Wochen auch die öffentliche Diskussion beschäftigt haben. Ich will etwas zum Kindergeld und zum Kinderfreibetrag sagen. Wenn ich das mal so offen von diesem Rednerpuls auch erwähnen darf, ich empfinde es als etwas, als ein Trippenwitz der Geschichte, dass wir vor zwei Jahren es geschafft haben, für jedes Kind, für jedes Kind, 250 Euro Kindergeld deutlich anzuheben. Und erst jetzt fällt das in der Diskussion auf, dass einige meinen, jetzt geht es wieder um den Kinderfreibetrag. Ich finde das schade. Ich hätte mir letztlich anderes gewünscht, aber das ist auch an meine Adresse gerichtet. Aber was ich sehr deutlich sagen will, wir haben es nicht nur getan, weil jedes Kind die gleiche Leistung erhalten muss, sondern wir haben es auch gemacht, weil im Koalitionsvertrag steht, die Differenz zwischen Kindergeld und Kinderfreibetrag muss eingegrenzt werden. Und genau deswegen haben wir das vor zwei Jahren in dieser Koalition gemacht. Und ja, ich gebe zu, manche haben es nicht verstanden, auch als Vorleistung auf die Kindergrundsicherung. Auch das war ein wichtiges Element damals für die Erhöhung des Kindergeldes. Aber ich werde mich von diesem Rednerpult gegen eins erwehren, was manche versuchen, heute, ich finde es manchmal etwas perfide, in die Diskussion hineinzubringen, als ob es eine Verabredung gegeben hätte, dass nach der deutlichen Erhöhung des Kindergeldes jetzt der Kinderfreibetrag dran ist. Ich habe diese Verabredung nicht getroffen. Und wir haben das unter den Fraktionsvorsitzenden damals besprochen. Und Sie wissen genau, Herr Jisaray, was Sie damals, ja, weil Sie haben ja diese Behauptung in die Welt gesetzt, was Sie für diesen Kinderfreibetrag auch letztlich bekommen haben, nämlich den Inflationsausgleich für die Besserverdienenden. Auch das gehört, meine Damen und Herren, zur Wahrheit mit dazu. Und ich finde, eine ordentliche Debatte muss dann auch heißen, wenn der Kinderfreibetrag angepasst werden muss, sage ich, für meine Fraktion, dann muss auch das Kindergeld erhöht werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Dürr hat eine zweite Sache angesprochen, und die gehört in der Tat zur politischen Grundsatzdebatte in diesem Land mit dazu. Wie kann ein Land, das angewiesen ist auf einen modernen, auf einen aktiven, auf einen starken Staat, wie kann dieser Staat in den Umbrüchen am besten reagieren? Und da hat meine Partei, die Sozialdemokratische Partei, eine ganz glasklare Antwort gegeben. Auf der einen Seite muss die Frage der ungleichen Vermögen, der großen Vermögen in diesem Land thematisiert werden. Ich finde, da ist nichts Falsches dran. Es geht letztlich darum, die Solidarität auch der starken Schultern in diesem Land immer wieder anzusprechen. Und zum anderen geht es darum, wie konkurrieren wir mit den Ländern auf der Welt, die alles dafür tun, von uns Industriearbeitsplätze abzuwerben, mit großen Investitionen, mit letztlich großen Investitionsentscheidungen. Und da, finde ich, muss die Antwort sein, das kann Deutschland genauso gut, das muss in Deutschland auch in nächster Zukunft noch stärker sein, weil sonst werden uns die Industriearbeitsplätze abhanden kommen. Und die Leidtragenden sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deswegen auch für dieses Haushaltsjahr, was wir am Ende der Woche beschließen werden. Ich warne vor einem Dilemma. Der Bundeskanzler hat zu Recht die große Unterstützung, die Deutschland von Anfang an der Ukraine geleistet hat, hervorgehoben und appelliert an die europäischen Länder, Gleiches zu tun. Aber es gibt auch noch etwas Zweites, an das man appellieren muss. Wir dürfen nicht die notwendige Unterstützung der Ukraine ausspielen gegen andere notwendige Investitionen in diesem Land. Beides gehört zusammen. Und dafür bin ich für einen modernen und letztlich auch starken Staat, meine Damen und Herren. Und deswegen, Herr Merz, wenn Sie bereit sind, ich möchte Sie als Fraktionsvorsitzender darum bitten, es noch mal zu überlegen, auch vor dem Hintergrund Ihrer Kolleginnen und Kollegen, der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, die da gesagt haben, auch die Länder wollen in Zukunft starke Investitionen machen und wollen sich im Primat der Politik nicht einschränken. Wenn Sie bereit sind, mit uns über eine Reform der Schuldenbremse im Grundgesetz noch in dieser Legislaturperiode zu reden, sind wir davon offen. Ich lade Sie dazu ein. Überlegen Sie sich Ihr Nein noch mal. Ich glaube, dem Land, meine Damen und Herren, würde es gut tun. Wir haben einen guten Haushalt vorgelegt. Und es gibt am Ende eine weitere gute Nachricht. Die vorläufige Haushaltsführung endet mit dieser Woche und geht zurück an die, die vom Souverän damit beauftragt wurden. Dieses Mandat werden wir mit Kraft, Vernunft und Verstand zum Wohle unseres Landes ausüben. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zunächst einmal grüße ich Sie alle ganz herzlich und ich gebe das Wort an Tino Coppola für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, liebe Gäste auf den Tribünen. Ich möchte mit einem Zitat beginnen. Das schließt eigentlich auch an Ihre Rede, Herr Münzenich, an, weil Sie uns ja hier gerade so dargestellt haben, als wenn wir hier das Land ruinieren würden. Und zwar das Zitat Die Unternehmer in Deutschland hätten das Vertrauen in die Bundesregierung verloren. Zitat Ende. Und das sagte nämlich der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, der FHZ. Und ich muss sagen, auch bei Ihnen auf der Regierungsbank sollten mittlerweile die Alarmsignale doch längst angekommen sein. Wo bleibt eigentlich, Herr Bundeskanzler, Ihr Respekt, von dem Sie ja im Wahlkampf so viel gesprochen haben, gegenüber den Bauern und Bürgern, die über Generationen hinweg hier diesen Wirtschaftsmotor Deutschland am Laufen gehalten haben? Und wenn man keinen Respekt hat, dann liebt man dieses Land auch nicht. Und das zeigen Sie jeden Tag mit Ihrer Bundesregierung. Und es sind eben genau die Menschen, die uns alle hier gewählt haben, um eine Politik für Deutschland zu machen. Sie machen Politik. Aber für wen machen Sie eigentlich Politik, Frau Hasselmann? Für die Beratungsunternehmen und die millionenschweren Verträge im Rahmen der Energiewende, für ihre Rüstungslobby? Für diese Menschen ist Milliarden Euro an Geld da, aber nicht für die einfachen Bürger, für diejenigen, die jeden Tag hart arbeiten. Und meine Damen und Herren, jeder Steuereuro muss erst mal verdient werden. Erst dann können wir hier darüber entscheiden, wo er gut investiert werden kann. Und ich kann nur sagen, dass Ihre Schwerpunkte eben nicht nachvollziehbar sind. Denn die wirtschaftliche Lage in Deutschland, sie ist desolat. Dazu einige Eckpunkte. Deutschland ist der einzige G7-Staat ohne Wirtschaftswachstum. Deutschland ist im zweiten Halbjahr 2023 in eine Rezession gerutscht. Die Gründe dafür sind hohe Energiekosten, die grüne Transformation und schlechte Standortbestimmungen. Die Ernsthaftigkeit der Lage ist offensichtlich. Warum reduzieren Sie selbst als Bundesregierung und auch das IFO-Institut bereits die Wirtschaftswachstumserwartung für 2024? Und ja, jetzt kommen Sie wieder mit den internationalen Märkten und die Kriege, die wir leider wieder zu beklagen haben. Zu diesen haben wir als Alternative für Deutschland unsere Position oft genug dargelegt. Wir brauchen Frieden. Und wir, wie auch die Bürger, wollen keinen Kampf mehr von Systemen und von Ideologien. Und genau diese Kriege sind eben nicht verantwortlich dafür, dass Sie als Bundesregierung die von Ihnen selbst verursachten Standortnachteile weiter in Kauf nehmen. Schauen Sie endlich über den Tellerrand hinaus, auch wenn es anstrengend ist und sicherlich für Sie auch enttäuschend ist. Die Firmen wandern ab oder wollen abwandern. Und wenn man als Unternehmer ständig rote Zahlen schreibt, gibt es nicht die Möglichkeit, mehr Ausgaben als Einnahmen zu verursachen. Ein Unternehmer muss sich auch an geltende Gesetze halten und kann sie nicht einfach umgehen. Das kann nur diese Bundesregierung, indem sie die Schuldenbremse, die vor Staatsverfolgung schützen sein soll, einfach aussetzt. Bei dieser wirtschaftlichen Bilanz ist das verantwortungslos und vor allen Dingen staatsschädigend. Und wir haben es gesehen im letzten Haushalt, verfassungswidrig, was Sie hier in diesem Land betreiben. Werte Kollegen, die deutsche Wirtschaft lebt von Exporten und guten wirtschaftlichen Beziehungen in allen Ländern. Darüber sind wir uns, denke ich, in diesem Haus einig. Aber nun brechen selbst die Exporte nach China und in die USA ein. Wie kann sich eigentlich die Arbeit für die Bürger überhaupt noch lohnen, wenn ihnen die Grundlage genommen wird? Wie viele wollen Sie in die Alimentierung durch den Staat eigentlich noch treiben? Für einige scheint sich mittlerweile Erwerbsarbeit dank Bürgergeld kaum noch zu lohnen. Und bei all diesen Befunden senden Sie als Ampelakteure weder Demut noch Einsicht aus. Dafür treiben Sie einen Spalt weiter in die Gesellschaft. Und vor allen Dingen, Sie drehen die Verantwortung um. Das ist eigentlich der absolute Hammer, den wir aktuell hier erleben. Der Bundesfinanzminister Linder sprach am Wochenende davon, das Programm der AfD würde Deutschland wirtschaftlich ruinieren. Und Herr Habeck legt nach, die AfD sei Gift für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sehen Sie eigentlich nicht, wer das wirkliche Gift in diesem Land ist? Das sehen die Bürger jeden Tag, indem sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, indem immer mehr Unternehmen pleite gehen, indem immer mehr Unternehmen abwandern und immer mehr Bürger die Nase gestrichen voll haben von den Bauern, von den Handwerkern und von dem Mittelstand in diesem Land, sehr geehrte Damen und Herren. Und Frau Haselmann, dann stellen Sie sich hier hin und beten wieder das große Lied der Demokratie. Nie wieder ist jetzt. Da gebe ich Ihnen recht. Nie wieder ist jetzt. Auch indem man staatskonforme Medienhäuser quasi als zweite Stasi aufbaut und gegen die Opposition einsetzt. Auch das ist nie wieder jetzt. Das hatten wir alle schon. Und das erinnert an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte. Und wir sind nicht nervös. Die Einzigen, die nervös sind, das sind Sie und die SPD vor allem, wenn ich an die Wahlen dieses Jahr in Deutschland denke, an die Europawahl, an die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Sie bekommen die Quittung und zwar vom Souverän, vom deutschen Bürger. Und darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich. Hätten Sie wirklich in dieser ganzen Debatte und Kampagne mit Korrektiv, hätten Sie diese Leute noch mal recherchieren lassen. Bei Cum-Ex oder bei Nord Stream, da erwarten wir Ergebnisse hier im Parlament, die Sie immer noch schuldig geblieben sind, wer diese Terrorakte durchgeführt hat. Genauso die Geldverschwendung und bei diesen ganzen Problemen, die Cum-Ex verursacht hat. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, werte Kollegen, sage ich einst, die deutsche Wirtschaft lebt von den Exporten und guten wirtschaftlichen Beziehungen. Und wir als AfD werden uns dafür wieder einsetzen, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort attraktiv ist und dass Deutschland vor allen Dingen endlich wieder das verdient, was es hat, eine ordentliche und vernünftige Regierung. Vielen Dank. Als Nächstes erhält das Wort Andreas Audretsch für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, in unserer Gesellschaft, aber auch in unseren Parlamenten, auch hier bei uns im Deutschen Bundestag, sind Feinde unserer Verfassung. Wir haben es, glaube ich, in zwei Reden heute hier gesehen, in der Rede von Frau Weidel, in der Rede von Herrn Krupalla, Feinde unserer liberalen Demokratie, die die Eckpfeiler unseres Grundgesetzes, die Freiheit und die Gleichheit aller Menschen offen infrage stellen. Wir haben viel über das Treffen in Potsdam gehört. Es braucht gar nicht nur das, weil wir es auch ansonsten sehr, sehr offensichtlich auf dem Tisch haben. 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung will Björn Höcke aus dem Land schaffen. So hat er es im Dezember 2023 gesagt. Die Videos sind online. Jeder kann es sehen. Jeder kann es wissen. Man muss es nur wissen wollen. Um den Kampf, um unsere Demokratie erfolgreich führen zu können, brauchen wir alle in diesem Land. Wir brauchen als erstes starke Sicherheitsbehörden, die hinschauen, die zuschauen, was passiert, und dokumentieren, was los ist. Wir brauchen als zweites Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die herausarbeiten, zum Beispiel, dass Ihre Partei, das Umfeld Ihrer Partei, um konkret zu sein, das Umfeld von Beatrix von Storch ganz konkret von Russland finanziert wurde. Dreimal wurde ich verklagt von dem Umfeld Ihrer Partei, weil ich das offen sage. Dreimal haben Gerichte es bestätigt. Dreimal haben Sie gesagt, ich sage es zu Recht. Ich sage es hier noch mal. Sie, das Umfeld Ihrer Partei wird finanziert von Oligarchen aus Putins Russland. Wir brauchen diese Wissenschaftler, wir brauchen aber auch die freie Presse, die aufdeckt, was da los ist bei Ihnen. Und dass Sie genau das hier wieder infrage stellen, zeigt, wie wichtig das ist. Wir brauchen die freie Presse, wenn Sie sich mit Rechtsextremen treffen, wenn Sie die Deportation von Millionen von Menschen planen, ganz konkret durchdeklinieren. Und wir brauchen nicht zuletzt Hunderttausende von Menschen auf den Straßen, um sicherzustellen, dass Sie nicht die Deutungshoheit über unsere Gesellschaft erlangen können. Deswegen bin ich so dankbar, über die Mitte der Gesellschaft, die sich aufgemacht hat, genau das jetzt auch ganz öffentlich deutlich zu machen. Ich bin dankbar für 350.000 Menschen in Berlin, über 100.000 in Düsseldorf und in Hamburg. Aber ich bin fast noch beeindruckter über 5.000 Menschen in Düren, über 4.000 Menschen in Singen, über 1.500 Menschen in Saalfeld, über die 500 Menschen in Luckenwalde, über die 400 Menschen in Spremberg. All das sind Menschen, die ganz klar sagen, wir stehen auf gegen diesen Rechtsextremismus. Und dass Sie es jetzt versuchen, als Großstadtphänomen, als von der Regierung gesteuert darzustellen, zeigt, wie viel Angst Sie haben, zeigt, wie nervös Sie sind, dass für Sie jeden Tag deutlicher wird, dass das nicht weiter akzeptiert wird und dass jeden Tag deutlicher wird, dass Sie aufs Engste zusammenarbeiten, rechtsextreme, identitäre Leute aus der AfD und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen am Tisch, zusammen planend, das, was dieses Land zugrunde richten soll. Das, was wir heute Morgen beklagt haben, was Sie jetzt wieder ganz konkret planen. Und ein zweiter Grund, es gibt einen zweiten Grund, warum Sie so nervös sind, weil eine These gebrochen wurde, nämlich, dass die Rechtsextremen in diesem Land die Mehrheit der Menschen stellen. Das wollen Sie weismachen. Das Gegenteil ist bewiesen. Hunderttausende gehen auf die Straße, um deutlich zu machen, diese These trifft nicht zu. Die Mehrheit unseres Landes lehnt diesen Rechtsextremismus entschieden ab. Heute sagen wir nie wieder. Und wer sagt nie wieder, der muss wissen, was damals war. Das ist die Voraussetzung dafür. Deswegen haben wir heute an die Gräueltaten des Nationalsozialismus erinnert. Und deswegen sorgen wir mit diesem Haushalt, mit dem, was wir tun, dass in ganz Deutschland stetig daran erinnert werden kann. Wir haben bereits im letzten Jahr ein großes Paket über 80 Millionen Euro gepackt, um die KZ-Gedenkstätten in Deutschland stärker zu unterstützen. Und wir haben jetzt in diesem Haushalt noch mal nachgelegt, noch mal Geld zur Verfügung gestellt. So haben wir zum Beispiel die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, Bergen-Belsen und andere mit noch mal knapp 2 Millionen Euro gestärkt, weil wir wissen, wie notwendig es ist, dass sich Menschen in ganz Deutschland mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und wir stärken mit dem, was wir machen, kulturelles Leben in ganz Deutschland, mit dem Amateurmusikfonds, von der Blaskapelle bis zum Musikfest in ganz Deutschland, mit dem Festivalförderfonds ebenfalls. Wir unterstützen weiter das UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein, weil uns diese Geschichte wichtig ist, die aufrechtzuerhalten und gleichzeitig das Haus der Kulturen der Welt und das Heimatenfestival, weil dort aufgearbeitet und gezeigt wird, dass es Heimat in Deutschland gibt, und zwar im Plural, in Vielfalt, weil wir alle gemeinsam hier zusammenleben. Ich danke Ihnen. Bijan Diasaray spricht jetzt für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Eine haushaltspolitische Debatte ist mehr als das Vortragen von Zahlen. Das haben wir heute gesehen. Es geht in erster Linie um die Politik, die dahinter steht. Und diese Politik muss immer im Einklang mit der Realität im Land sein. Und wie sieht diese Realität aus? Wir haben enorme wirtschaftspolitische Herausforderungen. Wir haben enorme finanzpolitische Herausforderungen in unserem Land. Das Thema Migration wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Und wir haben zentrale außen- und sicherheitspolitische Fragen, die wir noch in diesem Jahr beantworten müssen. Es ist schon mehrmals heute angesprochen, was passiert, wenn wir Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres möglicherweise im Weißen Haus einen anderen Präsidenten haben, einen Präsidenten, der uns dann sagt, beispielsweise der Krieg in der Ukraine, kümmert euch, liebe Europäer, selbst. Liebe Europäer, kümmert euch selbst um die Sicherheitsarchitektur in Europa. Das hat ja nicht nur außen- und sicherheitspolitische Folgen, sondern eine mögliche Präsidentschaft von Herrn Trump hätte auch handels- und wirtschaftspolitische Folgen. Und deswegen ist es auch außerordentlich wichtig, dass wir in Deutschland und Europa auf diese Herausforderungen vorbereitet sind. Wenn wir in dieser wirtschaftlich schwierigen Situation ein starkes Land bleiben wollen und den Wohlstand in unserem Land bewahren und mehren wollen, dann müssen wir dringend den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken und Deutschland wieder fit für die Zukunft machen. Der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes ist von zentraler Bedeutung für unsere Zukunft, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen das auch an dieser Stelle ganz klar sagen. Wer ökologische Transformation will, wer funktionierende soziale Sicherungssysteme will, muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Menschen, Unternehmen und Betriebe in unserem Land in erster Linie entlastet werden und nicht belastet werden. Vielleicht hat es der eine oder andere in der Politik auch vergessen, aber wir erinnern gerne daran, es muss erst erwirtschaftet werden, bevor überhaupt verteilt werden kann, meine Damen und Herren. Und ich will die Gelegenheit nutzen, um auch zu verdeutlichen, wie wichtig in diesem Zusammenhang eine solide Finanzpolitik ist. Wir haben heute Inflation im Euro-Raum. Wir haben eine andere Zinsentwicklung als noch vor einigen Jahren. Wir haben Krieg in Europa. Wer in dieser schwierigen Situation eine Schuldenpolitik will, beschädigt den Wirtschafts- und Finanzstandort Deutschland und macht einen großen politischen Fehler. Alles muss heutzutage in Deutschland nachhaltig sein. Das ist auch gut so. Aber erstaunlicherweise wird gerne in der Politik vergessen, dass auch Finanzpolitik nachhaltig sein muss. Das heißt, keine Belastungen für die Zukunft und keine Schuldenpolitik auf Kosten künftiger Generation, meine Damen und Herren. Wir dürfen keine Schulden machen auf Kosten künftiger Generation. Auf Schuldenbergen kann man keine Zukunft bauen und erst recht nicht die Krisen dieser Zeit lösen. Und, meine Damen und Herren, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat selbstverständlich einiges verändert. Dieses Urteil bedeutet aber, lieber Rolf Mützenich, nicht, dass wir die Schuldenbremse umgehen. Dieses Urteil bedeutet auch nicht, dass wir die Schuldenbremse schleifen, sondern dieses Urteil bedeutet, dass wir die Schuldenbremse in diesem Land stärken, lieber Rolf. Und das ist die zentrale Botschaft des Urteils. Und ich will dir das auch ganz klar sagen, lieber Rolf, weil wir uns auch sehr lange kennen und dich auch sehr schätze. Aber es ist schon bemerkenswert. Die Einhaltung der Schuldenbremse steht auch so im Koalitionsvertrag. Gelegentlich ist es auch gut, sich den Koalitionsvertrag anzuschauen und sich hier hinzustellen und einfach Herrn Merz ein Angebot zu machen, über die Umgehung der Schuldenbremse zu reden, finde ich bemerkenswert, lieber Rolf. Wir sind beide Rheinländer. Ich habe sehr viel Verständnis für die Art des Humors hier. Und von daher ist es alles in Ordnung. Geschenkt, alles geschenkt. Meine Damen und Herren, ich will aber an dieser Stelle noch mal eine Sache deutlich machen. Denn das wird immer der Unterschied bleiben zwischen uns. Wir haben ein anderes Staatsverständnis als ihr. Und das ist der große Unterschied. Für uns ist das Geld des Steuerzahlers nicht eine beliebige Verteilungsmasse. Für uns ist es übrigens auch nicht das Geld des Staates, sondern das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist der große Unterschied. Und wenn wir sagen solide Finanzpolitik, dann heißt es in erster Linie Respekt vor der Leistung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesem Land. Das muss auch gelegentlich wieder in diesem Haus deutlicher gesagt werden. Meine Damen und Herren, der nächste Haushalt wird kommen. Die nächsten intensive Debatten stehen auch vor der Tür. Wir werden uns für die Einhaltung der Schuldenbremse einsetzen. Und wir werden Steuererhöhungen bekämpfen und vermeiden. Wir sind seit vielen Jahren in Deutschland ein Hochsteuerland. Ja, wenn Sie mir das nicht glauben, ich kann Ihnen nur empfehlen, sich dort die Tabellen der OSZD anzuschauen. Wir sind seit vielen Jahren in Deutschland ein Hochsteuerland. In diesem Land sind die Belastungen für die Menschen, für die Betriebe, für die Unternehmen außerordentlich hoch. Und wer in dieser Situation eine Schuldenpolitik macht, macht nicht nur einen Fehler, sondern das ist gerade Gift für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und ich will auch an der Stelle noch einmal, weil das ja auch eine haushaltspolitische Debatte ist, der deutsche Staat hat keine Einnahmeprobleme. Das Problem sind die Ausgaben, meine Damen und Herren. Und da müssen wir ran. Und wenn wir über die Ausgaben reden, dann müssen wir selbstverständlich auch über das Thema Haushaltskonsolidierung reden. Und ich will euch noch eine Sache sagen, wenn ich schon hier vorne stehe. Wir werden auch gemeinsam über die Zukunft des Sozialstaates reden müssen. Denn das ist eine zentrale Frage der sozialen Gerechtigkeit in diesem Land. Der moderne, funktionierende Sozialstaat darf nicht nur gerecht sein gegenüber denjenigen, die die Hilfe brauchen, sondern auch gerecht sein gegenüber denjenigen, die die Hilfe finanzieren, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will nur darauf hinweisen, jetzt haben alle mal irgendwie mehr oder weniger, eher mehr überzogen. Und wir haben ja auch fleißig hier alles Mögliche abgezogen. Aber da nicht mehr so viele nachkommen, werden wir jetzt sehr genau auf die Redezeiten achten. Und ich bitte Sie natürlich alle, das auch zu tun. Und die Erste, die das gleich unter Beweis stellen kann, ist Kirsten Radomsky für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Nach den außergewöhnlich langen parlamentarischen Haushaltsberatungen debattieren wir jetzt über den Einzelplan 04, der von der Kultur über die Integrationspolitik bis zu den Anliegenden, Vertriebenen und den Aufgaben des Ostbeauftragten reicht. Im Bereich der Kultur bleibt die Filmförderung ein Sorgenkind. Die Filmindustrie fordert seit 2022 eine dringend benötigte und zudem versprochene Reform. Aber statt eine Reform in Angriff zu nehmen, wird weiterhin an Symbolpolitik festgehalten, wie dem sogenannten Green Culture. Diese Fokussierung auf symbolische Maßnahmen lenkt von den eigentlichen Herausforderungen ab, die der Kulturstandort Deutschland gegenwärtig zu bewältigen hat. Der erste Leitfaden aus dem Green Culture Desk zur Theaterproduktion zeigt bereits, was Betreiber von Theaterbauten technisch empfohlen wird. Es wird empfohlen, auf Bewegungsmelder und Zeitschalter für die Beleuchtung umzusteigen. Bei Wärmepumpen soll auf Luftwärmepumpen anstatt Erdwärmepumpen umgestallt werden. Das Dach soll begrünt werden, Regenwasser soll aufgefangen werden und auf Kondensationswasser soll geachtet werden. Diese technischen Maßnahmen sind sicherlich gut im Baubereich aufgehoben, aber sie haben tatsächlich überhaupt nichts mit Kultur im engeren Sinne zu tun. Das große Ziel dieser Regulierung scheint der gesamte kulturelle Sektor zu sein. Wir haben daher gefordert, dass der Ansatz Green Culture Desk bei der Staatsministerin gestrichen wird. Die Koalition hat das abgelehnt. Nun zur Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie Antirassismus. Die Vielfalt ihrer Aufgabenbereiche ist beeindruckend. Und beeindruckend sind auch die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit. 750.000 Euro für das kommende Jahr. Und nach eigenen Angaben hat die Staatsministerin im Jahr 2022 40 Prozent dieser Mittel für Social-Media-Aktivitäten genutzt. Schaut man sich das einmal genauer an, stellt man fest, zwei bis drei Posts pro Woche sind, glaube ich, eine eher unterdurchschnittliche Aktivität. Auch bei der Pressearbeit kann man die Staatsministerin als eher mäßig aktiv bezeichnen, mit einer bis maximal zwei Pressemitteilungen pro Monat im letzten halben Jahr. Das und das bei einer Staatsministerin, die einen so wichtigen und umfassenden Aufgabenbereich betreut. Im Dezember fällt dann eine Pressemitteilung mit dem Titel Kontrollquittung schafft mehr Transparenz bei der Bundespolizei ins Auge. Zur Erklärung für alle Anwesenden. Künftig haben alle von der Bundespolizei Kontrollierten das Recht auf eine sogenannte Kontrollquittung. Warum die Bundespolizei kontrolliert, beispielsweise in Zügen, Bahnhöfen oder an Flughäfen, das schafft nach Meinung der Staatsministerin transparent gegen rassistische Vorurteile und Diskriminierung. Liebe Frau Staatsministerin, leider sind Sie nicht anwesend, aber vielleicht können die Kollegen aus dem Kanzleramt Ihnen das mitteilen. Ich bin der Meinung, dass Rassismus und Diskriminierung in diesem Land keinen Platz haben dürfen. Die von Ihnen gelobte Kontrollquittung schafft keine Transparenz, sondern Bürokratie und letzten Endes ein Misstrauen gegen die Bundespolizei. Und wenn Sie sich dann auch noch rühmen, eine wissenschaftliche Evaluation für diese Maßnahme umgesetzt zu haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Schaufensterpolitik der Sonderklasse. Wenn Sie selbst am Ende der Pressemissteilung nämlich feststellen, die meisten Kontrollen finden gar nicht durch die Bundespolizei statt, sondern durch die Landespolizei. Und kommen wir am Ende, ich muss mich ja beeilen, Frau Präsidentin, zum Etat des Bundeskanzlers, der mit 200 Millionen angesetzt ist. Und allein davon die Hälfte sind für den Erweiterungsbau des Kanzleramtes vorgesehen. Wir gehen genau wie der Bundesrechnungshof davon aus, dass dieses Geld nicht reichen wird und haben die Bundesregierung aufgefordert, den Erweiterungsbau zu stoppen. Leider hat die Mehrheit im Ausschuss dieses abgelehnt. Zusammenfassend stelle ich fest, die Legislaturperiode ist zur Hälfte vorbei. Sie setzen falsche Prioritäten bei Investitionen und Gesetzesentwürfen. Sie haben die Ernst der Lage nicht erkannt. Deutschland braucht Reformen und eine Bundesregierung, die diese angeht. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die SPD-Fraktion Achim Post. Ja, ich gucke mal. Andi, du traust mir einiges zu. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist gut, dass wir in dieser Woche den Haushalt beraten und beschließen. Und es ist auch gut, dass wir in diesem Zusammenhang über unser Land reden, über Deutschland, über die größte Volkswirtschaft in Europa, in Zeiten von großen Herausforderungen. Und wir tun das im Jahr des 75. Geburtstags des Grundgesetzes, der besten Verfassung, die wir in diesem Land je hatten und haben. Und wir tun das angesichts beeindruckender Demonstrationen im ganzen Land. Demonstrationen, der Kollege Dürr hat es gesagt, der Stärke für ein weltoffenes und europäisches Deutschland. Wir tun das angesichts von Demonstrationen der Stärke, die für Zuversicht und Zusammenhalt kämpfen. Und wenn ich mal nach rechts, nach ganz rechts in diesem Hause gucke, schauen Sie sich um in diesem Land, in kleinen und in großen Städten, im Norden, im Süden, im Westen und im Osten. Das ist Deutschland. Das ist unsere Demokratie. Das ist die Mehrheit. Das ist die Mitte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lassen Sie uns über diese Haushaltswoche reden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu jeder Haushaltswoche, zu jeder Plenardebatte gehört auch Streit. Das ist auch gut so. Inhaltlicher Streit, zugespitzter Streit. Aber zur Demokratie gehört auch die zweite Seite der Medaille, nämlich Kompromiss und Konsens. Und deshalb, der Kollege Merz ist gerade nicht mehr da. Ich bin und bleibe zuversichtlich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, dass wir, da Sie auch dafür sind, dass Wachstum in diesem Land generiert wird. Ich bleibe zuversichtlich, dass wir was hinbekommen beim Vermittlungsausschuss für das Wachstumschancengesetz. Wir sind gar nicht so weit davon entfernt. Wir sind gar nicht so weit davon entfernt, einen Kompromiss zu erzielen. Also, ich setze darauf, dass Sie vernünftig sind, vernünftig bleiben und auch hier alles dafür tun, dass wir Wachstum in Deutschland generieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein zweiter Punkt. Sie sind doch auch dafür, dass die wehrhafte Demokratie gestärkt wird. Ich habe keinen Zweifel daran. Lassen Sie uns doch zusammen darüber reden, wie man das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, besser schützen kann gegen Umtriebe von ganz rechts. Und ich bin auch sicher, dass Sie da auch nicht einfach Nein sagen werden, sondern sich genau überlegen, ob Sie mitmachen oder nicht. Ich setze darauf, dass Sie mitmachen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir dabei sind, wir alle wollen starke Kommunen, wir alle wollen handlungsfähige Kommunen, Sie doch auch. Ich habe gehört, es gibt auch CDU-Bürgermeister und CDU-Bürgermeisterinnen. Und auch in der CSU gibt es viele Bürgermeisterinnen. Die brauchen alle finanzielle Mittel. Deshalb überlegen Sie nochmal ganz genau, ob Sie denn mitmachen wollen beim Altschuldenfonds, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir über diesen Haushalt reden, muss man darüber reden, dieser Haushalt gibt Sicherheit, Investitionssicherheit, Rekordinvestitionen von über 70 Milliarden Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dieser Haushalt organisiert soziale Sicherheit. Und der Arbeitsminister wird bald einen Vorschlag machen, um das Rentenniveau zu stabilisieren, und zwar über einen längeren Zeitraum. Das ist gut für Deutschland, das ist gut für die Rentnerinnen und Rentner, und das ist auch gut für dieses Land. Und kommen wir zu dem, was ich vorhin gehört habe von Seiten der AfD, dass man sich überlegt, vielleicht sogar mehr aus der Europäischen Union auszutreten. Dexit ist das Wort. Ich empfehle nur einmal ganz kurz einen Blick nach Großbritannien. Von allen Versprechungen, die diejenigen, die das Land aus der Europäischen Union rausgeführt haben, es gäbe mehr Wohlstand, es gäbe ein stärkeres Großbritannien, es gäbe mehr Arbeitsplätze, es gäbe weniger Migranten, ist ein einziges Versprechen, ein einziges in die Tat umgesetzt worden. Der Pass ist wieder der Pass des Vereinigten Königreiches, der ist jetzt blau und nicht mehr der Pass der Europäischen Union, der ist rot. Das ist das Einzige, was Sie umgesetzt haben. Und deshalb kann ich nur sagen, das ist ein Programm der Wohlstandsvernichtung, der Arbeitsplatzvernichtung und würde Deutschland in die Isolierung in Deutschland und Europa und weltweit führen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb kann ich nur allen raten, gucken Sie genau hin, was diese Partei vorschlägt. Das geht so nicht. Und letzter Punkt. Ich bin zuversichtlich, sicher, und zwar bei allen demokratischen Parteien, bei der Regierung, bei den Ampelfraktionen und auch bei der größten Oppositionsfraktion, dass wir in diesem wichtigen Jahr 2024, in einem Jahr der Entscheidungen, alles dafür tun werden, dass die Demokratie und Menschenfeinde verlieren und dass die wehrhafte, die lebendige, die tolerante, die liberale Demokratie in Deutschland gewinnen wird. In diesem Sinne, alles Gute. Schönen Dank. Der nächste Redner ist Martin Erwin Renner für die AfD-Fraktion. Ja, hochverehrtes Präsidium, ich begrüße die demokratische Fraktion der Alternative für Deutschland, aber natürlich auch alle anderen Fraktionen hier im Hause, vor allem die neue Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die NSED, die sich hier so gerne als die alleinigen Demokraten gerieren, in Wirklichkeit aber zumeist gegenteilig handeln. Wir sprechen über den Haushalt der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Der damalige Bundespräsident Johannes Grau sagte im Mai 2003 richtigerweise, wenn wir Kultur nur für die Sahne auf dem Kuchen halten und nicht für die Hefe im Teig, dann verstehen wir die Politik und unsere Gesellschaft falsch. Der Mann hatte Recht. Die Ampel und alle Parteien der neuen Sozialistischen Einheitspartei Deutschland verstehen unsere Gesellschaft nicht nur falsch, in Wirklichkeit wollen sie eine neue Gesellschaft mit dem neuen Menschen schaffen. Ihre Politik bewirkt eine Unkultur des Hasses, der Entmenschlichung und der Spaltung. Sie diffamieren eine demokratische Erosionspartei als extremistische Rattenfänger und entwürdigen damit auch deren Wähler zu Ratten oder auch zu Schmeißfliegen, die sich auf einen Haufen Verdauungsendprodukte versammeln. Das ist doch ziemlich strack, so eine Zuschreibung, selbst für einen Zimmermann, oder? Zwietracht, Misstrauen, Argwohn, Spaltung, Bespitzelung und Verdächtigung, das ist die Saat der linksgrünen Bolschewoken Unkultur, die auch mit den Kulturetats der vergangenen Jahre bestens aufgewachsen ist. Nehmen wir exemplarisch die chronisch linkstrehenden Schonaktivisten von Korrektiv. Die wurden in den Jahren 2023 mit 600.000 Euro aus der Staatskasse bezahlt, Bund und NRW. Von diesem selbsternannten Medienhaus hört man eigentlich nicht viel, und plötzlich kreieren sie ein Spuk- und Gruselmärchen, aufgegriffen und aufgebauscht durch die klassischen Medien. Ein bisschen Framing, ein bisschen was hinzuerfunden und so weiter. Die im Endstadium ihres Niedergangs befindliche Ampelregierung dankte herzlich und rief sofort ihre steuergeldfinanzierten ökosozialistischen Apparatschickapparate zu Demonstrationen. Auf Heureka, wir haben es gefunden, den Stein der Weißen. Und wieder einmal das Totalversagen der gebündelnden Mainstream-Medien, die sich wie Moraliban mit dieser Thematik beschäftigt haben. Der über Jahrzehnte üppig gemestelte Linksapparat, der Vokaria, wuchert in immer größeren Dimensionen und verteidigt so seine errungene kulturelle Hegemonie in unserer Gesellschaft. Sie haben sicher alle Antonio Gramsci gelesen, der hat das schon so beschrieben. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Es ist hoch an der Zeit, dass alle diese Fördertöppe im Bundeshaushalt gestrichen werden. Und wir von der Alternative Förder Deutschland werden die Spülmeister sein. Alerta, Alerta, AfD ist da! Die nächste Rednerin ist Dr. Paula Pierre-Cotta für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 2024 ist auch das Jahr wichtiger Landtagswahlen in Ostdeutschland. Und deswegen steigt auch gerade wieder die Frequenz steiler Thesen zu Ostdeutschland in den deutschen Politik-Podcasts, die vielleicht nicht normalerweise bekannt sind für die größte Ostdeutschland-Kompetenz. Und da gab es neulich unter anderem so einen Satz im Podcast Machtwechsel. Die Bundesregierung versucht sich, die Stimmen in Ostdeutschland damit zu kaufen, dass sie den Ostdeutschen teure Arbeitsplätze hinstellt, zum Beispiel in Magdeburg mit Intel. Meine Damen und Herren, nichts könnte falscher sein. Und jeder, der so etwas behauptet, der hat sich weder mit Ostdeutschland noch mit der Notwendigkeit dieser strategischen Chip-Investitionen beschäftigt. Denn das, was Ihnen jeder Abgeordnete aus Ostdeutschland der koalitionstragenden Fraktionen berichten wird können, stimmen kann man auch in Ostdeutschland für die Demokratie nicht mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt sich einmal erkaufen. Aber was man tatsächlich machen kann, ist anzuerkennen, dass hier sich Magdeburg und Dresden mit TSMC und Intel durchgesetzt haben, auch gegen westdeutsche Standorte, die sich beworben haben und aufgrund der Verfügbarkeit zum Beispiel von Flächen und den guten Investitionsbedingungen von Ort sich hier diese Standorte durchgesetzt haben und die Bundesregierung das finanziert, weil es geostrategisch notwendig ist. Und wer behauptet, dass das wieder nur ein Subventionsgeschenk an Ostdeutsche wäre, der verstetigt nicht nur Klischees, sondern der beleidigt und macht einmal mehr Ostdeutsche klein. Und das ist über 35 Jahre nach der Deutschen Wiedervereinigung. Und ich finde, das könnte jetzt wirklich mal zu Ende sein, auch in den großen deutschen Politik-Podcasts, meine Damen und Herren. Was Ihnen aber die ostdeutschen Abgeordneten der koalitionsfragenden Fraktionen werden berichten können, ist, und das erleben wir jeden Tag zu Hause bis in die eigene Familie hinein, da wo Prosperität ist in Ostdeutschland, da wo Zuzug statt Wegzug stattfindet, da ist dann plötzlich auch nicht nur die Lebenserwartung höher in Ostdeutschland, da sterben die Onkel auch in Ostdeutschland nicht mit 65 am Herzinfarkt, wie in anderen Regionen Ostdeutschlands noch viel zu oft, sondern da ist auch die Zufriedenheit mit der gelebten Praxis der Demokratie plötzlich höher. Und dass wir uns deswegen dafür einsetzen, auch mit den Bütteln des Bundeshaushalts, dass wir noch mehr Regionen in Ostdeutschland haben, die prosperieren, das ist nicht nur gerecht angesichts der Geschichte, das ist auch die ureigenste Aufgabe jeder Bundesregierung, weil die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist die Aufgabe jeder Bundesregierung. Und das machen wir in diesem Bundeshaushalt nicht nur mit Intel und TSMC, nicht nur mit der Unterstützung für Schwedt und für Leuna, die wir übrigens jetzt im parlamentarischen Verfahren noch mal gerettet haben, auch für die Forschung an regenerativen Kraftstoffen, lieben Dank, Sepp Müller, auch für die gute Zusammenarbeit an der Stelle, aber nicht zuletzt auch mit der Absicherung des Chemnitzer Wasserstoffstandorts, mit zusätzlichen Geldern für das Zukunftszentrum in Halle für Deutsche Einheit und natürlich auch mit dem neuen Standort für die Dati in Erfurt. Das sind alles Punkte, wie wir neue Regionen in Ostdeutschland zu prosperierenden Regionen machen wollen, meine Damen und Herren. Und das ist am Ende auch einfach nur fair, weil dieser Landesteil, der einfach so viel mehr Pech hatte als alle anderen Landesteile und indem die Bevölkerung jetzt noch Generationen später für dieses Pech, dieses Pech am eigenen Leib spürt, in Form von niedrigerer Lebenserwartung, in Form von niedrigerem Wohlstand, weil wir einfach alle gemeinsam diese Aufgabe haben, Jahrzehnte später diese Ungleichheiten endlich Stück für Stück abzubauen, meine Damen und Herren. Es ist heute schon viel über die aktuellen Demonstrationen gesagt worden, und wenn Sie sich die Karte des aktuellen Demonstrationsgeschehens für die starke Demokratie anschauen, dann ist das plötzlich eine der Karten, wo Sie die ehemalige innerdeutsche Grenze nicht mehr erkennen können. Und das ist neu, das ist neu, selbst im Vergleich zu 2018. 2018, und Sie erinnern sich die Ausschreitungen in Chemnitz, Hase, du bleibst hier. Da gab es danach im September diese Demo, wir sind mehr in Chemnitz. Und da hat man es den Leuten vor Ort noch nicht zugetraut, dass sie alleine genug Leute auf die Straße kriegen. Da kamen Leute aus ganz Deutschland, vor allen Dingen auch Berlin, wir fuhren nach Chemnitz, wir waren an dem Tag mehr, und am nächsten Tag waren wir schon wieder nicht mehr mehr Leute in Chemnitz. Und jetzt demonstrieren die Leute in Chemnitz genauso wie in Braunschweig, in Leipzig genauso wie in Esslingen und in Berlin genauso wie in Hamburg, weil wir auf der einen Seite endlich in Westdeutschland akzeptieren, dass es kein ostdeutsches Regionalproblem ist, die Demokratie zu verteidigen, und weil wir in Ostdeutschland genug Menschen haben, die sich jetzt trauen, auf die Straße zu gehen. Da ist Deutschland wieder ein Stück weiter zusammengewachsen in den letzten fünf Jahren, und das ist ein extrem großer Grund zur Freude. Meine Damen und Herren, viele von uns fragen sich, warum müssen wir eigentlich dafür auf die Straße gehen? Sollte es in diesem Land, selbst in dem Landesteil, wo die Demokratie nur nicht mal 40 Jahre alt ist, nicht selbstverständlich sein, dass in diesem Land niemals wieder jemand auf die Straße gehen muss gegen Parteien mit Deportationsfantasien. Da kann man das Gefühl haben, dass man eigentlich nicht hier auf der Straße stehen sollte. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, wir können überhaupt nur auf der Straße stehen, wir können überhaupt nur für die Demokratie demonstrieren, weil in den Fünfzigern in der alten Bundesrepublik Menschen so klug und weise die Demokratie aufgebaut haben und in Ostdeutschland so mutig die SED-Diktatur zu Fall gebracht haben. Und deswegen ist es auch ein großes Geschenk, dass wir da gemeinsam auf der Straße stehen können. Und auch das kann einem ein besseres Gefühl geben, wenn wir diese Demonstrationen jetzt in den nächsten Monaten weitertragen, in Ost und in West. Vielen Dank. Und der nächste Redner ist Otto Fricke für die FDP-Fraktion. Geschätzte Frau Präsidentin und Frau Kollegin Pichotter, und genau das ist das, dass das eben wie von Ihnen beschrieben ist und dass selbst, wie ich immer sage, so ein Ultra-Wessi wie ich, der vom Linken niederreinkommt, an der Stelle seinen Mitbürgern vor Ort und sagen kann, seid weiter so neugierig aufeinander. Und dann stellt ihr fest, dass bei allen Unterschieden ihr doch gleicherweise deutsche Demokraten seid. Das ist wichtig in unserer Gesellschaft, und das müssen wir auch halten. Meine Damen und Herren, ich möchte dennoch als haushaltspolitischer Sprecher, der versucht hat, mit den beiden Kollegen in dieser Koalition das hinzubekommen, und ich glaube, es auch ganz kurz hinbekommen hat, noch mal auf ein paar Dinge hinweisen bei diesem Haushalt, der zeigt, was diese Koalition schaffen kann, wenn sie, ja, sich weniger streitet und wenn sie am Ende nach schwierigen Vorgaben Lösungen findet. Wir halten die Schuldenbremse ein, wir setzen die Vorgaben des Verfassungsgerichts um, die Investitionsquote ist auf Rekordhöhe in den letzten zehn Jahren, wir sorgen sowohl dafür, dass die NATO-Quote mit 2,1 Prozent eingehalten wird, wir sorgen dafür, dass bei der Entwicklungshilfe wir mit 0,63 Prozent weit über dem EU-Durchschnitt sind, weit über dem, was vergleichbare Länder machen. Ja, ich weiß, da gibt es Leute, die sagen, mich interessiert nicht, was in anderen Ländern passiert, aber ich glaube, wer in dieser Zeit noch national alleine denkt, er muss auch national, aber national alleine denkt, der wird am Ende auch alleine bleiben. Meine Damen und Herren, wir bauen Sondervermögen ab, wir sorgen dafür an der Stelle, dass das, was abgebaut wird, integriert wird in den Haushalt, wir helfen den Menschen im Ahrteil, trotz der Tatsache, dass uns das Verfassungsgericht nicht mehr die Möglichkeit gibt. Wir stoppen den Personalaufwuchs, übrigens zum ersten Mal seit 2013, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass das an der FDP liegt. Wir halten dabei zugleich das soziale Niveau an der Stelle, wir sorgen aber auch gleichzeitig dafür, dass diejenigen, die sich verweigern, entsprechend auch Konsequenzen fühlen müssen. All das tut diese Koalition zugleich sinkend noch, das darf ich mit Freude sagen, die Steuerquote. Und bei alledem wird immer gesagt, aber bei euch selber macht ihr nichts. Und da gebe ich den kleinen kurzen Hinweis nur, bei den Besucherfahrten, die uns allen sehr wichtig sind und die ja übrigens zugleich eine Vermittlung von Demokratie sind, hat der Bundestag dann aber auch gesagt, ja, wir kürzen bei uns zweieinhalb Millionen. Und bei den Besucherfahrten des Bundesrates, die übrigens nicht die Länder bezahlen, sondern die der Bund bezahlt, kürzen wir auch um eineinhalb Millionen. Das heißt, ja, mag klein sein, aber wir haben auch immer geguckt, wo betrifft es uns an der Stelle, und ich sage das auch deutlich, in dem nächsten Bundestag, der in dann etwas mehr als, naja, zwei Jahren, wer weiß, mal gucken, wie sich das alles darstellt, kleiner sein wird, werden wir auch dann noch mal an der Frage ein wenig sparen. Aber woran wir nicht sparen werden, ist an der Demokratie, denn sie ist die Basis dessen, warum dieses Land mitten in Europa funktionieren kann. Und Demokratie ist etwas, und da komme ich dann zur CDU-CSU, deren Fraktionsvorsitzender nicht mehr da ist, deren zuständiger, stellvertretender Fraktionsvorsitzender für den Haushalt nicht mehr da ist. Nein, ich meine nicht den CSU-Kollegen, ich meine schon denjenigen, der hier als Herr Mittelberg uns erklärt hat, wir würden nicht sparen. Ich will als erstes der CDU-CSU doch mal sagen, Demokratie ist Diskurs, Demokratie ist Streiten um die besseren Lösungen. Und wenn hier gesagt wird von Ihrem Fraktionsvorsitzenden, wir würden die Anträge ablehnen, die Grünen haben letzte Legislatur über 1.500 Anträge im Haushaltsausschuss gestellt, wir über 2.000. Sie haben die immer abgelehnt, und doch haben wir sie jedes Mal wieder gestellt. Und wo sind wir dann gelandet? In der Regierung. Und da wollen Sie doch auch wieder hin. Und Sie wollen doch nicht in Wirklichkeit mit Leerheit hinkommen, um dann nachher zu sagen, oh, es tut uns alles leid, wir sind zufällig wieder an die Regierung gekommen, wir haben vieles versprochen, aber es ist eigentlich alles ganz anders. Eine solche Opposition funktioniert nicht. Und dann wird gesagt, Sie würden sparen, ich werde das am Freitag nochmal ausführen, die ganze Liste Ihrer Leute, die das als ich darstellen. Ich bleibe bei Ihnen, bei dem Schweigen, bei Hamlet. Erster Aufzug, zweite Szene. Doch bricht mein Herz, denn Schweigen muss mein Mund. Das tat Hamlet Kunt, weil er nicht nach Wittenberg gehen konnte. Herzlichen Dank. Und der nächste Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion Sepp Müller. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Bundeskanzleretat debattieren wir auch über den Etat des Ostbeauftragten. Warum eigentlich Ost und West? Weil der Ost in Deutschland noch strukturelle Probleme hat. Und da möchte ich mit einem Wort des Dankes beginnen. Ein Wort des Dankes an die Berichterstatter des Haushaltsausschusses, dass Sie die Möglichkeit gegeben haben, dass die Schipfabriken in Dresden und Magdeburg kommen und unter anderem die Möglichkeit gegeben haben, dass in Leuna demnächst grüner Treibstoff für Flugzeuge hergestellt wird. Herzlichen Dank dafür. Und der Wort, ein Wort des Dankes, gilt natürlich auch, dass das Transformationszentrum auf den Weg gebracht wird, lieber Staatsminister Schneider. Gewünscht hätten wir uns natürlich am Anfang erst eine Debatte über den Inhalt und dann über den Architekturbettbewerb. Ich nehme aber wohlwollend zur Kenntnis, dass am 13. März im Kulturausschuss über das Transformationszentrum sich unterhalten wird und dann natürlich über den Inhalt des Transformationszentrums miteinander gerungen wird. Das ist ein gutes Signal und eine herzliche Einladung an alle 84 Millionen Menschen hier in Deutschland. Kommen Sie in den Osten unserer Republik. Hier geht nicht nur die Sonne auf, weil wo wir sind, ist vorn. Und das werden wir in den nächsten Jahren auch beweisen. Und da meine Redezeit knapp ist, möchte ich trotzdem noch ein Dankeswort sagen an den Bundesrat, der heute bedauerlicherweise nicht mehr so gut vertreten ist. Denn der Bundesrat hat eine Repräsentationslücke geschlossen. Ostdeutsche sind in Führungsriegen zu wenig repräsentiert. Und der Bundesrat hat bei der Besetzung einer Bundesverfassungsrichterstelle jemanden eingesetzt und ernannt und gewählt, der an Karl-Marx-Stadt geboren wurde. Und das erhöht die Repräsentanz von Ostdeutschen. Und das ist so wichtig, dass wir miteinander zusammenwachsen. Herzlichen Dank an den Bundesrat. Aber natürlich gibt es auch Themen, und das wäre ja zu schade, nur Danke zu sagen, wo man auch die Regierung kritisieren muss, weil es zu lange dauert. Und lieber Carsten Schneider, ich würde mir ein wenig mehr Elan wünschen bei dem Thema Ratifizierung des Geldes für die Pipeline für Schwedt. Von Rostock nach Schwedt soll Geld fließen. Dieses Geld muss ratifiziert werden. Schwedt muss ausgelastet werden. Unser Vorschlag ist sogar noch weitergehender. Wir brauchen eine zweite Pipeline. Deswegen ein bisschen mehr Treif mit und diesen Treif mitnehmen, damit auch die Kohle- und Strukturmittel gleich ratifiziert werden, damit wir vor der Europawahl endlich auch da einen positiven Haken hinter machen können, dass der Osten weiter Wachstumsregion bleibt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und damit der Osten weiter Wachstumsregion bleibt, lasse ich mal andere für mich sprechen. Im Bundeskanzleramt ist ein Brief eingegangen der Industrie- und Handelskammern aus Ostdeutschland, in dem sie fehlende Einbindung verschiedener Interessen in den politischen Prozess bemängeln. Stattdessen machen sich eklatante Unterschiede zwischen Worten und Taten der Bundesregierung breit, heißt es in dem Brief. Als Beispiel führten sie den Eklat um den Bundeshaushalt Ende 2023 an. Außerdem kritisierten sie fehlenden Bürokratieabbau und Anreize für Nichtarbeit. All dies führe dazu, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands leide. So alle, alle Industrie- und Handelskammern in Ostdeutschland. Und das sollte uns ein Weckruf sein, ein Weckruf hier in diesem Haus. Denn das kleine Pflänzchen, was sich gerade zeigt, ist auch bedroht, bedroht durch die Politik Ihrer Koalition. Deswegen rufe ich Ihnen von diesem Platz aus und zu. Kehren Sie endlich um beim Planungsrecht. Das kostet kein Geld. Wenn eine Ortsumfahrung wie in Roslau seit über 30 Jahren geplant wird und nicht gebaut wird, dann macht das nicht nur die Menschen frustriert, sondern es führt auch zu keinem Ergebnis. Kehren Sie beim Planungsrecht um. Kehren Sie um beim Thema Bürgergeld. Wir brauchen nicht Bürgergeld, wir brauchen Bürger in Arbeit. Der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt hat die Bürgerarbeit eingeführt. Eine Million Menschen mehr in Arbeit aus Bürgergeld entlastet unseren Staatshaushalt und bringt zusätzliche Einnahmen und insgesamt bis zu 30 Milliarden Euro. Kehren Sie um beim Bürgergeld. Kehren Sie endlich um bei der Energiewende. Es war ein Fehler, die Atomkraftwerke abzuschalten. Diese hätten nach dem russischen Angriffskrieg weiterlaufen müssen. Kehren Sie um bei der Energiewende. Und kehren Sie um beim Heizungsgesetz. Sie belasten insbesondere den ländlichen Raum in Ostdeutschland, wo das Durchschnittseinkommen bei unter 40 Prozent liegt. Kehren Sie um beim Heizungsgesetz. Denn dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Ansonsten haben die Menschen das Gegenmodell auf dem Wahlzettel im Sommer dieses Jahres. Und das ist die CDU CSU, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Und die nächste Rednerin ist für die SPD-Fraktion Sonja Eichwede. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion! Wir diskutieren wahrlich in einer wichtigen Zeit für unsere Demokratie und für unser Land. Es ist angeklungen bei den Vorrednern, wir diskutieren über den Haushalt. Wir diskutieren aber in einem Jahr, in dem wir auch wichtige Landtagswahlen haben, in dem wir die Europawahl haben, in dem wir sehr, sehr wichtige Kommunalwahlen haben, gerade auch bei uns in Ostdeutschland. Deswegen ist es doch gerade heute hier in dieser Debatte sehr, sehr wichtig herauszustellen, dass sich hinter dem Haushalt, hinter den einzelnen Zahlen immer Personen, immer Projekte verbergen, die dieses Land besser machen, die diese Demokratie stärken und die sich für unsere Gesellschaft einsetzen, werte Kolleginnen und Kollegen. Eben aus diesem Grund tut es sehr, sehr gut. Und viele Vorrednerinnen und Vorredner sind darauf eingegangen, dass in den vergangenen Wochen Zehntausende Bürgerinnen und Bürger auf der Straße waren. Dass, wie die Kollegin Paula Pirotta gesagt hat, man eben keine Grenze zwischen Ost und West mehr sieht, sondern dass auch bei mir im Wahlkreis in Brandenburg, in Brandenburg an der Havel, in Rathenau, in Kloster Lenin, in Bad Belzig oder in Borkheit, eben auch gerade im ländlichen Raum viele Leute auf der Straße waren. Und dass es auch in Ostdeutschland die Mehrheit ist, die hier für unsere Demokratie streitet und sich für unsere Demokratie einsetzt, mit vielen, vielen Projekten, im Übrigen auch mit vielen, vielen Projekten, die Carsten Schneider als Ostbeauftragter in dem Projekt machen, ausgezeichnet hat im vergangenen Land. Das ist ein gutes Projekt, das ist gut für unsere Demokratie, das ist gut für das gesamte Land und das ist auch gerade gut für uns in Ostdeutschland, werte Kolleginnen und Kollegen. Es ist wichtig, dass die Mehrheit aufsteht. Es ist wichtig, dass an den Grundfesten unserer Demokratie kein Zweifel gelassen wird. Und es ist wichtig, dass in demokratisch gewählten Parlamenten eben auch Demokraten sitzen und nicht solche, die die Demokratie missbrauchen, um sie für menschenverachtende Zwecke zu nutzen. Gerade nach dem Treffen der neuen Rechten und von AfD-Politikern in Potsdam hinsichtlich der Frage der Deportationspläne von Millionen von Mitbürgerinnen und Mitbürgern in unserem Land müssen wir das deutlich machen. Menschenfeindlichkeit, Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist keine Meinung, das ist keine Option. Wir stellen uns hier gegen. Und dass die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag gleich eine Woche später einen Antrag gerade mit dem Thema der Deportationspläne und den Fragen von Remigration gestellt hat, ist doch auch bezeichnend, welch Geisteskind sie sind. Und deshalb ist es so gut, dass eben gegen diesen Hass, der keine Alternative für Deutschland ist, so viele Leute auf der Straße sind. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass auch wir hier im Haus darüber diskutieren, wie wir unsere Demokratie, wie wir unseren Rechtsstaat resilienter machen, werte Kolleginnen und Kollegen. Wir gucken uns unsere Gesetze an. Wir gucken nach, wie wir beim Bundesverfassungsgericht und in anderen Behörden, in der Exekutiven und in der Judikativen möglicherweise nachlegen müssen, damit eben gerade diejenigen, die Verfassungspatrioten sind, unsere Verfassungsschützen und Verfassungsfeinde, nicht unsere Demokratie unterwandern, werte Kolleginnen und Kollegen. Was mich aber sehr berührt hat und was ich hier auch heute mit Ihnen teilen möchte, ist, dass am Samstag, am 27. Januar, eben am Holocaust-Gedenktag, Holocaust, den wir auch heute hier im Hause gedacht haben, nahe dem Ort in Brandenburg an der Havel, in dem 1941 die erste Gaskammer eingerichtet wurde und 9000 Menschen, weil sie krank oder behindert waren, ermordet wurden, dass wir eben nahe diesem Ort demonstriert haben und dass die Leiterin der Gedenkstätte dort umso deutlicher machte, was nie wieder bedeutet, dass wir hier eben unsere Pflicht haben, zu gedenken, unsere Pflicht gegenüber der Vergangenheit. Aber es ist auch eine Sicherheit für die Zukunft, für eine bessere Zukunft und für unseren Rechtsstaat. Das machen wir in vielen kleinen Städten in unserem Land, eben auch bei uns im Wahlkreis. Das machen wir aber auch mit diesem Haushalt. Denn durch diese Gedenkstätte führen Guides, die selbst eine Beeinträchtigung haben und zeigen, weshalb es eben so wichtig ist, dass Demokratie Demokraten braucht, dass die gesamte Gesellschaft hier zusammen auch profitiert und auch durch den Bundeshaushalt mit vielen kleinen Projekten gefördert wird. Demokratie ist greifbar, Demokratie ist nahbar. Jeder kann mitmachen, jeder soll wählen gehen. Dann haben wir Bestand, so schützen wir unseren Rechtsstaat. Und das machen wir mit diesem Bundeshaushalt. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Der nächste Redner ist Dr. Gottfried Curio für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der Kanzler sagte kürzlich, die EU-Wahl sei die Chance, ein klares Votum gegen Rechts abzugeben, indem man demokratische Parteien und nicht die Rechten wählt. Das, was der Kanzler und andere sich da als Rettung der Demokratie schönreden, könnte antidemokratischer nicht sein. Nicht Extremismus wird bekämpft, sondern alles, was nicht links ist. Dabei sind links und rechts begrifflich gleichberechtigte, ganz normale Ausprägungen von Parteipolitik. Aber die Antidemokraten wollen mal eben die Hälfte der politischen Landschaft abräumen. Denn argumentativ ist diese Regierung längst komplett blank. Man wollte die AfD inhaltlich stellen, aber sie haben nichts. Deshalb die verzweifelten Rufe nach Parteiverbot, nach Grundrechtsentzug für Oppositionspolitiker, die Knebelung oppositioneller Meinungen soll es richten. Demokratie in Gefahr. In der Tat, meine Damen und Herren. Dafür der regierungsseitig zusammengerufene Protest aus der Mitte der linksgrünen Wählerschaft. Dafür all die Fahnen der Antifa, der SPD, der Jusos, die Schildermann sei bunt, die Regenbogenfahnen. Linke Lobbygruppen gepampert mit Staatsknete. Wie pervers ist das? Eine Regierung ruft zur Demonstration gegen die Opposition auf, lässt erst die Opposition verleumden und will dann deren Wähler einschüchtern. Hass und Hetze vom linken Straßensturm sollen es richten. Zusammen gegen Rechts, gegen rechte Menschen, angeblich für Vielfalt, de facto aber gerade gegen Meinungsvielfalt, damit gegen Meinungsfreiheit, damit gegen die essentielle Voraussetzung jeder Demokratie, Demokratie in Gefahr. In der Tat, meine Damen und Herren. So soll auch die ewige Leier vom Zusammenhalt natürlich mit der Meinung der Regierung nur oppositionelle Meinungen diskreditieren. Dafür wird die AfD-Forderung nach Rückführung, eine Staatspflicht, die die Regierung nicht erfüllen will, vorsätzlich politisch verleumdet. Alles, um die verheerende Regierungspolitik einer inhaltlichen Diskussion zu entziehen. Wer dagegen protestiert, wie Bauern, Spediteure, Handwerker, der Mittelstand, soll nicht mehr gehört werden. Wir aber geben weiter allen Regierungskritikern eine Stimme. Demokratie in Gefahr. Nicht mit einer vitalen AfD, meine Damen und Herren. Die nächste Rednerin ist Lamia Kador für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Ich glaube, der AfD ist es nicht gelungen, das Opfernarrativ ernsthaft stark zu machen. Die haben sich eher demaskiert, aus meiner Sicht. Die AfD und andere Nationalisten, völkische oder auch Rechtsextremisten haben ja tatsächlich die Vorstellung, sie könnten bestimmen, wer zu diesem Land gehört und damit deutscher ist. Wer und wer nicht, als ob gelten würde, je rechter, desto mehr Deutungshoheit. Aber in einem Rechtsstaat wird über Menschen nicht gnädig der Daumen gehoben oder gesenkt. Zur Gruppe der Menschen, die deportiert werden sollen, gehören auch Menschen wie ich. Deshalb möchte ich hier stellvertretend für Millionen von Menschen antworten. Ich bin Tochter syrischer Einwanderer und Mutter deutscher Kinder. Nein, meine Damen und Herren, wir lassen uns nicht von der AfD sagen und darüber entscheiden, wer hier Deutscher ist und wer hier leben darf oder nicht. Nein. Tausende von Menschen sehen das übrigens genauso. Und die sind nicht von uns orchestriert oder von irgendjemandem. Die haben genau das gleiche Bedürfnis wie jeder anständige Bürger und Bürgerin in diesem Staat und gehen fast täglich seit fast drei Wochen auf die Straße. Und dafür vielen Dank. Und das ist wirklich großartig. Denn eins ist doch klar, wer deportieren will, will keine Demokratie, keinen Rechtsstaat. Der will zurück in dunkle Zeiten dieses Landes. Und wir kennen diese dunklen Zeiten. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, fast 30 Prozent unserer Bevölkerung haben eine Einwanderungsbiografie. Wenn AfD und neue Rechte ernst machen könnten mit ihren Deportationsplänen, das sind keine Fantasien, das sind Pläne, das ist ein Unterschied, hätte dies katastrophale Folgen für uns alle. Und das wäre das Ende von Einigkeit, Recht und Freiheit. Und das lassen wir nicht zu. Und dem schieben wir auch durch unseren Haushalt trotz aller widrigen Umstände einen Riegel vor, meine Damen und Herren. Wir sorgen dafür, dass diese Demokratie, die uns seit über 80 Jahren Frieden beschert, vor ihren Feinden im Inneren wie im Äußeren geschützt wird. Fühlen Sie sich ruhig angesprochen. Wir werden bald ein Demokratiefördergesetz im Bundestag verabschieden. Wir stärken die politische Bildung und wir ordnen die Migration, indem wir für Austausch, wir ordnen die Migration, indem wir für Ausgleich sorgen. Wir sehen die Herausforderungen, aber eben auch die Chancen. Wir unterstützen das BAMF und die Migrationsverwaltung mit zusätzlichen 200 Millionen Euro und legen mit 95 Millionen Euro die Grundlagen für den Ausbau des Ausländerzentralregisters. Und wir hinterlegen Integrationskurse und Migrationsberatungen mit deutlich mehr Geld, meine Damen und Herren. Und noch eins. Wer meint, jetzt vor einem AKP-Ableger in Deutschland zu warnen und uns als Regierung Ideologie vorzuwerfen, der hat eines nicht verstanden. Alle demokratischen Parteien, wir alle, auch wir, wir, ich, wir, Sie, sind in der Verantwortung, Politik für die ganze Bevölkerung zu machen, zumal türkeistämmige Bürgerinnen und Bürger mit politischer Nähe zur AKP in Deutschland die Union wählen würden, wie eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung ja selbst zeigt. Es zeugt also ein Stück weit von verfehlter Integrationspolitik und vielleicht auch mangelndem politischer Adressierung dieser Menschen, wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, CSU, die Ihnen politisch zugeneigten Menschen nicht für sich gewinnen können und an eine Art deutschen Abbeger der AKP verlieren, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss, lassen Sie uns daher ungeachtet des Ringens um die richtige Haushaltspolitik diese großartige Protestbewegung auf den Straßen verstärken. Und das geht. Zuletzt habe ich das selbst in Ahlen, Westfalen gemacht. Oberbürgermeister Berger hat neben mir gestanden, als Grüne. Wir haben das nicht parteipolitisch ausgeschlachtet. Ich würde sagen, das geht. In diesem Sinne möchte ich gerne heute den Appell, mich dem Appell anschließen von Marcel Reif, dem sein Vater Ihnen immer wieder zugerufen hat. Ich glaube, er ist heute wichtiger denn je. Bleib ein Mensch oder sei ein Mensch. Vielen Dank. Und die nächste Rednerin ist für die FDP-Fraktion Anniko Kuglowski-Märten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr froh, in dieser emotionalen Debatte über Kultur sprechen zu können. Denn es ist uns gelungen, dass dieser Bundeshaushalt trotz enormer Herausforderungen einen klaren und starken Fokus auf unsere demokratischen Werte setzt, die wir gerade jetzt, das merken wir auch in dieser Debatte, gerade wieder mehr denn je verteidigen müssen. Und ich sage als Braunschweigerin Danke für 20.000, die gegen rechts auf die Straße gegangen sind. Und ich sage Danke für 1.000 Menschen in der Prignitz, meiner alten Heimat. Haltung zeigen, Zeichen setzen, darauf kommt es an. In Zeiten, in denen ein Nie wieder ist jetzt skandiert und tatsächlich wieder an den Fokus gerückt werden muss, bin ich sehr froh über dieses geeinte Signal der Koalition. Erinnerungskultur ist nicht nur ein Blick zurück auf das, was war, um daraus zu lernen. Erinnern ist Zukunft. Das, was uns hilft, nach vorne zu blicken und zu wissen, was unsere Gesellschaft nie wieder zulassen darf. Denn nie wieder ist immer. Die letzten Jahre waren immer wieder geprägt von krisenbedingten Sonderprogrammen. Nun müssen wir aber wieder in den haushaltspolitischen Normalzustand zurückkehren. Und auch wenn die Rahmenbedingungen herausfordern, haben wir als Koalition gerade auch für die Kultur viel erreicht. Wir bauen die Förderung der unverzichtbaren Arbeit der Gedenkstätten aus, die als Lern- und Erlebnisorte einen wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten. Wir fördern mit 3,3 Millionen Euro eine kulturelle Aufarbeitung zum Völkermord an den Jesiden. Im Hinblick auf die immensen Einflüsse aus Desinformationskampagnen und Fake News stärken wir die deutsche Welle in ihrem Kampf gegen Desinformation und Propaganda mit zusätzlichen 10 Millionen Euro. Und worüber ich mich sehr freue, ist die Entscheidung, den Kulturpass nach seinem großen Erfolg fortzuführen. Durch ihn ist ein niedrigschwelliger Zugang zur Kultur für junge Menschen möglich, Jugendliche, die dadurch Kulturen ihrer Vielfalt vielleicht zum ersten Mal selbstständig erleben können. Und was ich hier auf keinen Fall unerwähnt lassen möchte, ist die Förderung der Games-Branche, ein Herzensanliegen, für das ich mich nachdrücklich eingesetzt habe und einsetzen werde. Denn die Games haben kreatives und innovatives Potenzial, welches sinnbildlich für die Kultur und Kreativwirtschaft ist. Kommen Sie bitte zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in einer Zeit, die geprägt ist von Krisen und Konflikten, kann man nicht öfter genug die Notwendigkeit demokratischer Werte betonen. Und hierfür brauchen wir die Kunst und Kultur mehr denn je, denn sie ist eine laute Stimme der Demokratie. Ohne Kunst und Kultur ist alles stumm. Und dazu dürfen wir es niemals kommen lassen. Vielen Dank. Und die nächste Rednerin ist Dr. Christiane Schenderlein für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kollegen, sobald die Bundesregierung nach dem Grund ihrer Forscherei gefragt wird, ist die Antwort oft schnell und simpel gefunden, 16 Jahre CDU. Lassen Sie mich die Halbzeit Ihrer Regierung zum Anlass nehmen, um 16 Jahre unionsgeführte Kulturpolitik zu rekapitulieren. Verdopplung des Kulturhaushaltes auf über 2 Milliarden Euro, unbürokratische und effektive Corona-Hilfen mittels Neustart Kultur und den Sonderfonds für Kulturveranstaltungen in Höhe von über 4,5 Milliarden Euro und solide Finanzierung der Filmförderung. Dem stellen wir nun zwei Jahre Kulturpolitik unter der Ampelregierung gegenüber. Der jahrzehntelange überparteiliche Konsens, das an der Kulturpolitik nicht gespart werden darf, ist aufgekündigt. Anstatt die Restmittel von Neustart Kultur für den Kulturhaushalt 2024 zu nutzen, geben Sie diese 300 Millionen Euro ohne Widerspruch an den Bundesfinanzminister zurück. Dabei hätte dieses Geld unserer deutschen Kulturlandschaft gut getan. Unsere großen Kulturinstitutionen darben. Die Stiftung preußischer Kultur besitzt, ist unterfinanziert. Beim Humboldt-Forum wackelt der freie Eintritt. Dem Bundesarchiv fehlt massiv Geld für die Außenstellen des Stasi-Unterlagen-Archivs. Beim Freiheits- und Einheitsdenkmal gibt es kurz vor Fertigstellung einen Baustopp. Finanzierung immer noch unklar. Der Energiefonds für viele kleine Kultureinrichtungen, die ohnehin mit erheblichen Mehrkosten kämpfen, ausgelaufen. Sie kürzen beim Denkmalschutz- Sonderprogramm und der Kinoförderung. Überall fehlt angeblich das Geld. Ganz aktuell liefern Sie den Treppenwitz der Haushaltsführung. Sie streichen den Musikinstrumentenpreis in Höhe von 60.000 Euro, um Ihren Bundeshaushalt zu konsolidieren. Da weiß man nicht, ob man bei dieser Summe lachen oder aufgrund der offenbar fehlenden Wertschätzung für unsere Kultur weinen müsste. Nicht einmal Ihre eigenen Versprechen können Sie einlösen. Die Ampel und Frau Staatsministerin Roth persönlich haben zugesichert, Mindesthonorare für Soloselbstständige einzuführen. Auch hier ist seit dieser Zeit nichts passiert. Dafür steigen die Kosten beim Museum der Moderne inzwischen auf 600 Millionen Euro durch Mehrkosten für eine ökologische Nachhaltigkeit am Bau. Dafür ist Geld da. Auch für den Kulturpass für 18-Jährige 100 Millionen Euro. Es wird auf allen Kanälen geworben. Das ist ein Vorzeigeprojekt, ja, aber mehr auch nicht. Am schlimmsten leidet die deutsche Filmbranche unter ihrer Politik. Die Filmverbände schließen sich zusammen, schreiben einen offenen Prankbrief, damit endlich die seit zwei Jahren angekündigte Reform der Filmförderung umgesetzt wird. Zur letzten Berlinale haben Sie ein Acht-Punkte-Programm vorgestellt. In zwei Wochen ist wieder Berlinale. Bis jetzt liegt noch nichts vor. Noch nie war der Filmstandort Deutschland so in Gefahr wie heute. Es ist Halbzeit. Das Ende Ihrer Kulturpolitik ist in Sicht. Die Ampel hat es bis heute nicht geschafft, auch nur einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorzulegen. Auch beim Staatsziel Kultur nicht. Uns die Schuld für Ihr Versagen in die Schuhe zu schieben, ist ein reines Ablenkungsmanöver von Ihrer Untätigkeit und Uneinigkeit. Statt Ihrer regelmäßigen Green-Culture-Konferenzen hätten wir von Ihnen gern eine Äußerung zur Farbattacke am Brandenburger Tor vernommen. Was man positiv bewerten kann, sind hingegen Ihre Worte zum bitteren Schweigen der Kulturbranche nach dem 7. Oktober und gegen Antisemitismus im Kulturbetrieb. Wir sagen deutlich, Kultureinrichtungen oder Kulturprojekte, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden, dürfen Antisemiten keine Bühne bieten. Wir brauchen eine einheitliche Regelung. Die Documenta wirft bereits ihre Schatten voraus. An Herrn Kollegen Grundl an dieser Stelle. Wenn Sie als politischer Mandatsträger im Zusammenhang mit einer Antisemitismusklausel von einer Einschränkung der Kunstfreiheit sprechen, dann vergiften Sie den politischen Diskurs und spielen den Extremisten in die Karten. Wenn Sie als Vertreter der Grünen mittlerweile schon ökologische Standards zur Voraussetzung von Fördergeldern machen, dann muss doch erst Recht gelten, keine Steuermittel für Antisemiten. Der Kulturausschuss des Deutschen Bundestages wird in der Sitzung am 21. Februar sich mit diesem Thema befassen. Wir erwarten hier Klarheit. Wir wollen ein vielfältiges jüdisches Leben in unserem Land ohne Angst und Gewalt. Nächste Rednerin ist Dr. Wiebke Ester für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir haben einen Haushalt verhandelt. Das waren wahrlich keine einfachen Verhandlungen. Aber ehrlich gesagt sind auch die Umstände, unter denen wir diesen Haushalt verhandelt haben, schwierig. Damit meine ich nicht nur und gar nicht mal in erster Linie das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Denn wir werden in diesem Haushalt noch Auswirkungen der Corona-Pandemie finden, die Berücksichtigung finden. Ich möchte ein Beispiel herausfinden. Über 100 Millionen, fast 200 Millionen Euro stellen wir für die Long-Covid-Forschung eine Nachwirkung der Corona-Pandemie, der wir jetzt begegnen. Der Angriffskrieg Putins an die Ukraine läuft weiterhin. Wir haben mit dem Sondervermögen, das inzwischen zu zwei Dritteln gesichert ist, in diesem Haushalt auch sehr stark abgebildet, wie sehr wir uns um die äußere Sicherung halten. Und der steigende Handlungsbedarf gegen den Klimawandel, der mit Sicherheit auch damit zusammenhängt, dass, ich zitiere Olaf Scholz zu Beginn dieser Debatte, sehr viel liegen geblieben ist, dass wir ebenso einen hohen Investitionsbedarf haben, diesen Handlungsdruck begegnen wir, weil wir uns jetzt auch trauen, im Gegensatz zu der Großen Koalition vorher, dass wir beim Thema Verkehr und beim Thema Wohnen, da wo der CO2-Ausstrauß am größten ist, jetzt auch mit Maßnahmen politisch und meine Damen und Herren, darum ist es gut, dass dieser Haushalt eine steigende Investitionsquote hat, das brauchen wir, es ist eben sehr viel losgeblieben, aber wir brauchen eben auch die Debatte über die Schuldenbremse und ich freue mich sehr, dass der Sachverständigenrat sehr deutlich gemacht hat, dass auch er inzwischen der Auffassung ist, dass wir noch mehr Investitionen brauchen, dass wir diese Ausnahmesituation, diese multiplen Krisen, die wir haben, auch damit begegnen müssen, dass die Neuverschuldungsquote nach dem BIP angehoben werden müssen. Denn am Ende ist es doch so, es wird keinem einzigen Kind irgendetwas nutzen, wenn wir die Verschuldungsquote um ein, zwei oder drei Prozentpunkte schneller senken, dafür aber das Bildungssystem marode gespart ist. Und es wird auch keinem Unternehmer etwas nutzen, wenn das Schienenverkehr so marode ist, dass die Lieferungen über den Güterfähr dort nicht zuverlässig ankommen. Und es wird auch keinem Arbeitnehmer und keiner Arbeitnehmerin irgendetwas nutzen, wenn sie nicht im Homeoffice arbeiten kann, weil der Glasfaserausbau so sehr stockt. Und darum ist für uns klar, darum ist für uns klar sein, wir müssen über die Investitionen, die notwendig sind, bei denen es darum geht, dass wir gestalten wollen, für dieses Land reden. Und da gehört nach diesem Bundesverfassungsgericht auch eine offene Debatte über die Schuldenbremse dazu. Meine Damen zu haben ist. Demokratie kostet, und darum haben wir beispielsweise, und es ist sichtbar geworden, nach dem so barbarischen Überfall der Hamas auf Israel, wie groß in unserer Gesellschaft das Antisemitismus Problem ist. Es ist aber noch viel erschreckender deutlich geworden, wie rechtsextreme konkrete Pläne zur Deportation, zur Remigration haben, und wie gefährdet unsere Demokratie mit systematischen Plänen, in die auch zutiefst die AfD verstrickt ist, vorliegen. Darum bin ich so froh, dass so viele Menschen in diesen Tagen auf die Straße gehen und Flagge zeiten. Diese Demonstrationen sind enorm wichtig. Diese Demonstrationen können aber immer nur ein kleiner Baustein sein. Sie können nur ein erster Schritt sein. Das ist der Schritt, den die Bevölkerung, den die Menschen draußen auf der Straße machen. Wir in diesem Haus haben die Aufgabe einen finanziellen Rahmen für politische Bildung wir haben alle Kürzungen zurückgenommen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und für Demokratieförderung für den Kampf gegen Antisemitismus als finanziellen Rahmen zusammenzusetzen. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD? Nein, aus der AfD brauche ich keine Zwischenfrage. Wir werden diesen finanziellen Rahmen und die Proteste, die wir jetzt auf der Straße haben, in dem ganzen Jahr 2024 zusammenbinden müssen, zwei Bausteine, der dritte Baustein, der dazu kommt, ist, dass wir aktiv als Politikerinnen und Politiker, aber eben auch alle Menschen, die auf der Straße waren und noch viel mehr, aktiv widersprechen müssen, wenn sie am Arbeitsplatz, wenn sie in der Nachbarschaft, wenn sie in der Familie antidemokratische Äußerungen hören, wenn sie antisemitische, rassistische Äußerungen, wenn sie Diskriminierung hören. Das ganze Jahr alle Demokratinnen und Demokraten gemeinsam stellen müssen, weil es notwendig ist, das ist das Traurige, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen, weil wir damit die AfD, die ganz rechtsaußen und diejenigen, die Hass und Spaltung sehen, etwas entgegensetzen werden. Am Ende werden wir mehr sein, wir werden stärker sein und wir werden es auch länger durchhalten. Herzlichen Dank. Für eine Kurzintervention erhält das Wort Carsten Hilse von der AfD. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Es ist hier in fast jeder Rede der anderen Parteien von neuen Rechten und der AfD die Rede und Bezug nehmen Sie auf das sogenannte Geheimtreffen jetzt mal abgesehen davon, dass nie von Deportationen gesprochen wird und so weiter und so fort, was Sie hier wahrheitswidrig behaupten. Aber ich möchte Sie, ich wollte Sie eigentlich nur fragen, auch Sie zum Beispiel, kann ich nachher fragen, aber eigentlich frage ich Sie, Sie sagen, reden immer von Rechtsextremen und der AfD, von neuen Rechten und der AfD und jetzt frage ich Sie, Sie wissen ja sicherlich, dass auch CDU-Politiker an diesem Treffen teilgenommen haben und wo verorten Sie jetzt die CDU-Politiker also wo verstecken Sie, Sie, sind jetzt die CDU-Politiker die neuen Rechten oder also wie muss ich das verstehen also letztendlich wie gesagt CDU-Politiker waren dabei das vergessen Sie bloß immer zu erwähnen und wo verorten Sie die CDU-Politiker sind die jetzt Teil der neuen Rechten weil Sie die sonst nicht erwähnen vielen Dank für die Antwort und sehr froh bin dass in so vielen Reden angesprochen wurde welche Gefahr von den Rechtsextremen in diesem Land inzwischen ausgeht, dass wir uns alle in den demokratischen Parteien dafür bedankt haben, dass so viele Menschen auf die Straße gehen und dass wir froh sein können, dass es eine freie Presse und ein Recherchenetzwerk Korrektiv gibt, die das aufgedeckt haben. Und was ich feststellen muss dazu, ist, dass all diejenigen, nach den Recherchen, die wir kennen, all diejenigen, die bei diesem Treffen waren, Verfassungsfeinde sind. All diejenigen, die bei diesem Treffen sind, tragen die Verantwortung für diese menschenfeindlichen Pläne, die dort gestaltet worden sind. Und die Grenze zwischen Demokratinnen und Demokraten verläuft dort, wo diejenigen sich davon distanzieren, die sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Und der wesentliche Unterschied zwischen der Union und der AfD, um das auch ganz klar zu benennen, ist aber, dass sie eine Programmatik in der gesamten Partei haben, die menschenverachtend ist, dass sie als Ziel, als parteipolitisches Ziel Menschenverachtung, Rassismus und Diskriminierung ausgegeben haben. Und das werden wir als alle demokratischen Parteien in diesem Bundestag bekämpfen. Da bin ich mir sicher. Wir fahren fort in der Haushaltsdebatte. Das Wort erhält der fraktionslose Abgeordnete Dr. Dietmar Bartsch. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zu einigen Grundfragen des Haushalts zurückkehren. Ich will allerdings vorab eines deutlich feststellen. Ich will mich namens der Linken ganz herzlich bedanken für die Organisation der heutigen Gedenkveranstaltung. Und ich will mich auch sehr besonders bei Eva Cepesi und auch bei Marcel Reif bedanken. Das waren hervorragende Reden. Und ich würde mir wünschen, dass Sie in jeder Schulklasse einmal angehört werden und dass darüber gesprochen wird. Das wäre für unser Land meines Erachtens sehr wichtig. Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst daran erinnern, warum wir heute überhaupt zum Haushalt für das laufende Jahr diskutieren. Das Bundesverfassungsgericht hat die Tricksereien der Ampel ausgebremst. Verfassungswidrig war das Urteil. Das ist die größte Klatsche für eine Regierung, die es überhaupt geben kann. Darauf will ich noch mal verweisen. Und, meine Damen und Herren, im Gegensatz zu vielen Reden, die hier heute gehalten worden sind, ist die Situation im Lande dramatisch. Das Bruttoinlandsprodukt ist im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent zurückgegangen. In keiner anderen OECD-Nation ist das so gewesen. Die Inflation, die übrigens in diesem Jahr für das erste Quartal auch ein Minus prognostiziert, die Inflation war im letzten Jahr im Durchschnitt bei 5,9 Prozent. Das ist eine Katastrophe, nicht annähernd bei den 2 Prozent, die Zielrichtung der EZB waren. Das ist doch eine wirkliche Katastrophe, die Lage. Wir befinden uns in einer Rezession, und das muss ausgesprochen werden. Und mit dieser Rezension dafür haben viele die Verantwortung. Und wenn der Bundeskanzler sagt, die Stimmung im Land ist unruhig, da hat er schlicht Unrecht. Es brodelt im Land. Das ist die Situation, meine Damen und Herren. Und natürlich ist es korrekt, auch von der Ampel auf die 16 Jahre von Angela Merkel zu verweisen. Aber eins will ich dann den lieben Sozialdemokraten und Sozialdemokraten doch sagen. In den letzten 26 Jahren haben 22 Jahre Sie mit Verantwortung in der Regierung getragen. Da können Sie doch nicht so tun, als wenn die jetzige Situation mit Ihnen nichts zu tun hat. Das ist doch nicht der Fall. Meine Damen und Herren, gerade in stürmischen Zeiten braucht es eine Bundesregierung, die einen Haushalt vorliegt, der das Land und den sozialen Zusammenhalt stärkt und der auf die Zukunft schaut. Aber Sie tun genau das Gegenteil. Sie legen eine Belastungsorje für die Mehrheit im Land vor. Sie verteuern den ohnehin schon teuren Alltag für viele Menschen in diesem Land. Und Sie versuchen, uns hier und den Bürgerinnen und Bürgern X, V und U zu machen. Das ist doch alles nicht wahr, was Sie hier sagen. Ich meine, der Bundesfinanzminister, der jetzt auch nicht mehr da ist, obwohl hier eine Haushaltsberatung ist, der sagt anlässlich der richtigen und der friedlichen Bauernproteste, alle müssen einen Beitrag leisten, wenn wir keine allgemeinen Steuererhöhungen wollen. Das sind zwei Unwahrheiten in einem Satz. Die Wahrheit ist doch, sie schonen sich und sie schonen den Geldadel. Und natürlich steigen die allgemeinen Steuern. Ob das die Mehrwertsteuer heizen, tanken, essen gehen, Schulessen, vieles wird teurer, damit sie ihre Haushaltslöcher stopfen. Das ist die Wahrheit. Alle leisten einen Beitrag? Nein, eben nicht alle. Während Sie den Landwirten nur über den Agrardiesel in diesem Jahr 176 Millionen aus den Rippen schneiden wollen, haben Sie für mehr als 200 Millionen Helikopter gekauft, Luxushubschrauber für die Regierung? Das ist doch unangemessen. Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, in dieser Situation die Ausgaben für das Kanzleramt nicht auf den Prüfstand zu setzen? Eine Milliarde wird das am Ende werden. Wir haben jetzt schon die größte Regierungszentrale der Welt, und da soll die Fläche nochmal verdoppelt werden. Also denken Sie doch mal darüber nach. Alle? Nein, eben da wird genau nicht gespart. Und dann haben Sie noch die Chuzpe, dass Sie wirklich 11.500 neue Beamtinnen und Beamte einstellen. Die Mehrkosten sind sieben Milliarden. Ich will nur ein Beispiel sagen. Frau Gaiwitz. Frau Gaiwitz ist ja die, die für 400.000 neue Sozialwohnungen, das wird ja nicht annähert, nicht mal die Hälfte wird erreicht. Aber bei den Beamtinnen und Beamten gibt es ein Plus von 130 Prozent. Das ist die Wahrheit. Ihre Aufgaben, die lösen Sie nicht, aber sich selbst bedienen. Die Bundesregierung ist unter der Ampel zu einem Selbstbedienungsladen verkommen. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Sie agieren vielfach wie der Vorstand der Deutschen Bahn. Für unsere Leute muss zuallererst gesorgt werden. Ich will mich noch mal daran erinnern. 3.000 Euro Inflationsausgleich für Minister, Tausende neue Mitarbeiter. Was kostet die Welt? ist offensichtlich Ihr Motto. Nein, das geht so nicht, meine Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Linder, wissen Sie, der ist ja nicht da, wissen Sie, was die höchste Subvention nach Ihrem eigenen Bericht die höchste Subvention in Deutschland ist? Das ist nach Ihrem eigenen Bericht, sind das die Ausnahmen für Großerben. Denn je größer das Vermögen, die vererbt werden, desto niedriger die Steuerlast. Nach Ihrem eigenen Bericht kostet das 4,5 Milliarden Euro. Aber das stört Sie nicht. Herr Lindner ist der Vermögensverwalter des Geldadels, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Sie schützen diese Subventionen und holen sich das Geld lieber bei den Bauern und bei der arbeitenden Bevölkerung. Was ist eigentlich mit dem Respekt, von dem der Bundeskanzler im Wahlkampf gesprochen hat, geworden? Ja, Rolf Mützenich hat vorhin völlig zu Recht auf das Thema Kindergeldmacht verwiesen. Also, was ist da eigentlich los? Ich meine, da lese ich dann, dass Herr Lindner meint, dass er den Topverdienern noch mehr Taler zuschüßeln müsste. Mützenich hat ja hier gesagt, das findet nicht statt. Na, ich bin ja sehr gespannt, was da wird. Ich bin ja sehr gespannt, was da wird. Richtig wäre, Kindergeld für alle auszahlen und den Freibetrag streichen. Das wäre richtig. Das wäre auch direkt. Und das wäre auch eine Lösung. Meine Damen und Herren, auch Politiker tragen natürlich und müssen nicht alles wissen bei allen Themen. Das ist doch völlig klar. Aber bei Rente ist so ein Thema, was dann doch sehr viele berührt. 21 Millionen Menschen in unserem Land sind da betroffen. Und da liegt es leider nicht, die Rente durchschnittlich, bei irgendwas bei 2.000 Euro. Und das hat ja Riccardo Lang unlängst erzählt. Das trifft übrigens für Bundestagsabgeordnete vor zu. Nach acht Jahren, ohne dass wir einen Cent eingezahlt haben. Vielleicht gibt es da auch ein Problem. Aber für Rentner gilt, nach 45 Jahren durchgängiger Arbeit bekommen Sie circa 1.500 Euro. Das ist die Realität. Die sollte man als Abgeordneter kennen. Und dann kommt auch noch die Rentensteuer. Fast jeder zweite Rentner hat laut Statistischem Bundesamt weniger als 1.250 Euro Nettoeinkommen. Und Sie wollen die Rentner in diesem Jahr mit 3,5 Prozent nochmal abspeisen. Das ist wieder Einkommensverlust, Reallohnverlust. Das ist die Wahrheit. Das vierte Jahr in Folge weniger im Portemonnaie. Und das in der stärksten Volkswirtschaft Europas. Ist denn das normal? Unser Rentenniveau liegt 10 Prozent unter dem EU-Durchschnitt in der stärksten Volkswirtschaft. Da ist was nicht in Ordnung. Da braucht es eine Generalüberholung, meine Damen und Herren. Ich will nur einen kleinen Mosaikstein noch sagen. Machen Sie doch den Weg frei, damit endlich wir alle, wir alle Abgeordnete, verpflichtend in die Rentenkasse einzahlen. Wir hatten in der letzten Legislatur eine Diskussion. Da waren Sozialdemokraten dafür. Da waren Grüne dafür. Warum machen wir das nicht? Das könnte man doch mal machen. Am Ende brauchen wir einen Übergang zu einer Rentenkasse, wo alle einzahlen. Das wäre dringend notwendig. Meine Damen und Herren, wir haben in drei ostdeutschen Bundesländern im Herbst Wahlen. Ich finde es sehr ermutigend, um das auch deutlich zu sagen, dass Hunderte für die Demokratie und für Menschenrechte auf die Straße gegangen sind. Aber zur Wahrheit gehört eben leider auch, dass die selbsternannte Fortschrittskoalition mit ihrem Streit, mit ihrer katastrophalen Kommunikation, mit ihren gebrochenen Wahlversprechen, diejenigen gestärkt hat, die unser Zusammenleben offen in Frage stellen. Das muss ausgesprochen werden, meine Damen und Herren. Sie sind ungewollt zu einer Werbeagentur für die geworden. Das können Sie nicht wollen. Das können Sie nicht wollen. Und ich hoffe, dass Sie das verändern. Gucken Sie sich doch Ihren eigenen Koalitionsvertrag an. Kinder- und Grundsicherung. Was ist daraus geworden? Kommen Sie bitte zum Schluss. Klimageld, was ist daraus geworden? Auch nichts. Im Kern ist es doch so. Wenn Christian Linder sagt, er möchte das nicht, dann kommt das nicht. Mein letzter Satz ist der, dass der Haushalt wirklich eine Horrorrechnung für Otto-Normalverbraucher ist. Wenn Sie nicht real umsteuern, dann wird es so wie in der Deutschen Bahn, und dann kann das Land entgleisen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist Erhard Grundl für Bündnis 69 Die Grünen. Sehr verehrte Frau Präsidentin Oesus, meine Damen und Herren! Erinnerungskultur ist kein Freifahrtschein, der auf Erledigung zielt. Es geht um einen Prozess, der uns begleitet. Wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft, in der viele Menschen, auch die, die hier geboren sind, unsere Geschichte nicht wirklich kennen. Es geht darum, neue Wege zu finden, die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands, auch im europäischen Kontext, in ihrer Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft wachzuhalten. Es geht darum, dass diese Arbeit nachhaltig wirken kann und wir sie im Haushalt entsprechend finanziell ausstatten. Erinnerungskultur ist keine Drohkulisse, sondern ein Versprechen an uns alle, an eine menschenfreundliche Zukunft, eine Zukunft, in der Artikel 1 unserer Verfassung fest in den Köpfen und Herzen der deutschen Bevölkerung verankert ist. Sie hier rechts außen, für Sie ist die Würde des Menschen eben nicht unantastbar. Die Würde des Menschen ist Ihnen egal, wenn dieser Mensch durch irgendetwas nicht in ihr vom Stacheldraht eingerahmtes, kleinkariertes Weltbild passt. Spätestens seit Potsdam wissen wir, Sie sind Feinde unserer Verfassung, Feinde unserer Demokratie. Denn für Sie sind Menschen nicht gleich, sondern mit George Orwell formuliert, einige sind gleicher als andere. Wer da zugehört, das wollen Sie definieren. Aber das kann ich Ihnen versprechen. Wir werden verhindern, dass Sie hier Menschen aussortieren, dass Sie hier Menschen vertreiben. Wir, das sind die Bürgerinnen und Bürger auf der Straße, das sind die Parlamente in diesem Land. Und darum wird es keinen Schlussstrich unter die Erinnerungskultur geben. Denn sie weist auf die Mechanismen hin, die zu Faschismus und zur Herrschaft der Leutischinder geführt haben. Wir alle wissen, die Nationalsozialisten haben sich in Deutschland nicht an die Macht geputscht. Ihnen wurde durch die Unfähigkeit der Demokratinnen und Demokraten, vereint zu handeln, der Weg erst geebnet. Was uns heute aber bei aller Unterschiedlichkeit eint, und das haben die vielen, vielen Menschen auf den Demos der Zivilgesellschaft in den vergangenen Tagen gezeigt, ist, dass wir heute gemeinsam unsere Demokratie verteidigen. Wir brauchen uns die Demokratie nicht zurückzuholen. Wir haben sie, und wir wissen, wem wir sie ganz bestimmt nicht überlassen dürfen. Mit Blick auf diese Demonstrationen gegen den Rechtsextremismus in unserem Land, ja, auch in Niederbayern, und ich bin stolz, in Landshut, Passau, Straubing, Deckendorf und Regen, fällt mir eine Zeile von Lana Del Rey ein. Hoffnung zu haben, mag gefährlich sein, aber ich habe sie. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion erhält nun das Wort Thorsten Frey. Sehr verehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin ziemlich sicher, wenn man später einmal auf die Kanzlerschaft von Olaf Scholz schauen wird, dann wird diese Krise um den Nachtragshaushalt 2023 und den Bundeshaushalt 2024 eine Zäsur sein. Eine Zäsur deshalb, weil in diesem Moment viele Menschen auch den Glauben daran verloren haben, dass dieser Bundeskanzler die Probleme und ihre Lösungen vom Ende her denken. Es ist angesprochen worden in dieser Debatte, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November des letzten Jahres, das war kein unvermeidliches Naturereignis, das da über diese Koalition und unser Land hinweggekommen ist, sondern dieses Ergebnis, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts war durchaus erwartbar. Es gab diese verfassungsrechtlichen Zweifel. Die sind von vielen geäußert worden, vor allen Dingen auch vom Bundesrechnungshof. Aber der Bundeskanzler war derjenige, der seine Politik durchgezogen hat, wieder jeglicher Ratschläge, und der am Ende das Land in die Situation gebracht hat, in der wir heute sind. Wenn man sich dann mal die Folgen anschaut, dann sieht man ja auch, kann man in den letzten zwei Monaten sehr schön sehen, dass diese Bundesregierung auf dieses Urteil überhaupt nicht vorbereitet war. Überhaupt nicht. Es gab keinen Plan B. Sie haben lange gebraucht, bis Sie sich einigermaßen sortiert haben. Und als es dann, am 13. Dezember war es, glaube ich, die Koalitionsspitzen sich zusammengesetzt haben zu einem Grundsatzbeschluss, da hat es nur wenige Stunden gedauert, ich glaube keine 24, als sich zunächst einmal der Minister aus dem Kabinett, der fachlich zuständig ist, davon distanziert hat, dann drei stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Dann einer der Verhandlungsführer, der Vorsitzende der FDP. Und was man an der Stelle sehen kann, ist, dass die Autorität des Bundeskanzlers schmilzt wie Eis in der Sonne. Schmilzt wie Eis in der Sonne. Und ich sage das deshalb, weil man angesichts der gewaltigen Herausforderungen, die sich ja nicht nur in diesem Haushalt abbilden, sondern die sich in unserem Land jeden Tag zeigen, eigentlich einen Bundeskanzler bräuchte mit Autorität, der in der Lage ist, das Land zu führen und damit auch schwierige und kritische Entscheidungen durchzusetzen. Und ich will das mal anhand von drei großen Themen beleuchten. Erstens. Die Außen- und Sicherheitspolitik, die Gefahren, die uns drohen und die Frage, wie wir in der Lage sind, uns gegen diese Gefahren von außen zu schützen. Und da muss man sagen, dass dieser Bundeshaushalt keine Antworten gibt auf die Herausforderungen, die wir haben. Ganz im Gegenteil. Es gab so einen Moment, drei Tage nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, als der Bundeskanzler hier an diesem Pult seine Rede zur Zeitenwende gehalten hat. Da konnte man den Eindruck haben, dieser Bundeskanzler hat die Situation begriffen und ist bereit, die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Er hat hier an diesem Pult gesagt, dass ab jetzt zwei Prozent der Wirtschaftsleistungen unseres Landes für die Bundeswehr zur Verfügung stehen würde. Er hat gesagt, dass es darüber hinaus ein schuldenfinanziertes Sondervermögen in der Größenordnung von 100 Milliarden Euro geben soll, um große Waffensysteme zu beschaffen. Und heute muss man sagen, der Bundeskanzler hat sein Versprechen gebrochen. Er hat sein Versprechen gebrochen, wenn wir hier über einen Verteidigungsetat diskutieren, der sich überhaupt nicht verändert hat gegenüber den Vorjahren, der bei 50 Milliarden Euro stehen geblieben ist, der im Grunde genommen nur durch die Zuflüsse aus dem Sondervermögen die Ziele einigermaßen erreichen kann, wenn es darum geht, dass nach der Grundgesetzänderung im Grunde genommen nicht große Waffensysteme beschafft worden sind und werden, sondern einfachste Ausrüstungsgegenstände für die Bundeswehr, dann hat er nicht nur sein Versprechen gebrochen, sondern dann wird er den Herausforderungen, die wir haben, überhaupt nicht gerecht. Und wenn man jetzt nur darüber sprechen würde, dass das mit dem Geld so eine Sache ist, dann frage ich mich angesichts dieser dahinschmelzenden Autorität natürlich auch, wie die anderen großen Probleme bewältigt werden sollen. Wenn es beispielsweise darum geht, dass wir es derzeit nicht schaffen, die Personalstärke der Bundeswehr um 20 000 Personen auf 20 000 Soldatinnen und Soldaten anwachsen zu lassen, wenn wir darüber diskutieren, dass wir die Wehrpflicht wieder aktivieren müssten, wenn wir darüber diskutieren, dass erstmals Ausländer Wehrdienst Dienst in der Bundeswehr leisten sollen, dann sind es gewaltige Entscheidungen, die langfristige Konzeptionen revidieren würden, und dann bräuchte es dafür einen Bundeskanzler mit Autorität, um das tatsächlich bewerkstelligen zu können. Und wenn man sich die Wirtschaftspolitik anschaut, dann muss ich wirklich eine Anleihe nehmen an Dietmar Bartsch, der die Lage so analysiert hat, wie sie ist. Und dem Bundeskanzler, wenn er da wäre, müsste man zurufen, nehmen Sie Ihre rosa-rote Brille ab. Wir haben das doch heute in seiner Haushaltsrede wieder erlebt. Es ist doch schier unglaublich, wie man die Lage in unserem Land gesund beten kann. Und ich will Ihnen mal eines sagen, das hat nichts damit zu tun, dass man sie schlecht redet, sondern es hat damit zu tun, dass man die Lage analysiert, wie sie ist, um auf dieser Basis die richtigen Entscheidungen für Besserung zu erreichen. Und wer beispielsweise noch im März letzten Jahres behauptet, dass die Investitionen in den Klimaschutz zu einem Wirtschaftswachstum wie im Nachkriegsdeutschland führen würde. Und heute sind wir die einzige Industrienation der Welt mit einer schrumpfenden Wirtschaft. Minus 0,3 Prozent im letzten Jahr. Dieses Jahr vielleicht ein Plus von 0,5 oder 0,6 Prozent. Bei einer Weltwirtschaft, die um 3 Prozent wächst, muss man doch sagen. Ja, die Vorschläge haben wir in der Debatte doch elendlich lange gemacht. Welche, dann setzen Sie die doch mal an. Ich habe kein Eindruck. Dann sage ich es Ihnen, Frau Esther, wenn Sie das mögen, dann muss man Bürokratie abbauen, dann muss man Steuern senken, dann muss man die Preise für Strom, für Gas, für Energie senken. Wir sagen es Ihnen doch andauernd, dann muss man Arbeit wieder lohnend machen, dann muss man für Gerechtigkeit sorgen. Eigentlich doch Ihre Themen, Ihre Themen. Und wenn Sie das nicht realisieren können, dann zeigt es eben einfach, dass Sie sich die Welt so malen, wie sie Ihnen gefällt. Aber es hat eben mit der Realität nichts zu tun. Und deshalb muss man auf dieser Grundlage... Also Entschuldigung, Frau Esther, wenn Sie nicht zuhören, dann ist das Ihr Problem. Und Sie brauchen uns im Übrigen nicht nur in dieser Debatte hier zuhören, sondern wir haben die ganz konkreten Vorschläge in den Fachausschüssen und auch hier im Plenum des Deutschen Bundestages in den vergangenen zwei Jahren gemacht. Unser Fraktionsvorsitzender ist vorhin darauf eingegangen, wir haben zu jedem Thema konkrete Vorschläge gemacht, die Sie ausnahmslos abgelehnt haben. Wir übrigens unterstützen die Dinge, die vernünftig und wirkungsvoll sind. Und das bringt mich zum dritten und letzten Thema. Das ist die Bewältigung der Migrationskrise hier bei uns im Land. Und das hat ja der Bundeskanzler in seiner Haushaltsrede auch angesprochen. Und er hat angesprochen, dass wir die ausgestreckte Hand nicht ergriffen hätten. Er hat davon gesprochen, dass wir nicht bereit wären, gemeinsam diese Herausforderungen zu lösen. Das ist falsch. Wir waren und wir sind immer bereit, die Hand dort zu reichen, wo Ihre Politik dazu führt, dass die Verhältnisse bei uns im Land besser werden. Aber das, was Sie vorschlagen... Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus Bundesministerium, die Grünen? Bitte schön. Herr Frey, Sie haben gerade betont, dass Sie Projekte, die Sie für sinnvoll erachten, unterstützen. Im Einzelplan 60 werden unter anderem 7,5 Milliarden Euro für die robuste Unterstützung der Ukraine zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsausschuss hat sich Ihre Fraktion dazu enthalten. Wie bewerten Sie das? Also, Herr Kollege, wir reden hier über einen Einzelplan im Ganzen und nicht über konkrete Entscheidungen. Nein, das muss man schon unterscheiden. Wissen Sie, wir haben ja hier im Bundestag auch in der letzten Sitzungswoche eine ganze Reihe von Anträgen auch im Zusammenhang mit dem von Ihnen angesprochenen Thema gestellt, beispielsweise die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Die komplette Koalition hat dagegen gestimmt. Also, wir haben weder in Reden noch in Anträgen noch in Beschlussfassungen je einen Zweifel daran gelassen, dass wir bereit sind, die Ukraine in ihrem Abwehr- und Verteidigungskampf, aber auch im Kampf für Freiheit in Europa so zu unterstützen, wie es notwendig ist. Und deshalb ist es gerade ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, das ist etwas, wenn Sie es genauso sehen und große Teile der Koalition tun das ja auch, Sie tatsächlich auf unsere Unterstützung bauen können. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in der letzten Woche ich fahre dort fort, wo ich stehen geblieben bin, haben wir in der letzten Woche beispielsweise ein Rückführungsverbesserungsgesetz hier verabschiedet. Ja, wir hätten das unterstützt. Da waren ja auch ganz gute Ansätze drin. Sie sind aber selber davon ausgegangen, dass mit diesem Gesetz, und deswegen ist es der Name eigentlich ein Euphemismus, gerade mal 600 zusätzliche Rückführungen im Jahr erreicht werden können. Und die Grüne Fraktion hat es dazu noch geschafft, zwischen dem Kabinettsbeschluss und der Verabschiedung hier im Bundestag dieses ohnehin schon magere Gesetz weiter zu verschlechtern. Und da muss ich Ihnen einfach sagen, wir stehen nicht dazu bereit, als Feigenblatt für Ihre Politik, wenn wir davon ausgehen müssen, dass Ihre Politik nicht zu guten Ergebnissen in unserem Land führen, dann dürfen wir dem auch nicht folgen. Und wir haben es heute in der Rede von der Frau Hasselmann gehört, wie sie versucht hat, uns in Haftung zu nehmen für die Entscheidung für das Bürgergeld. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Und das ist ein gutes Beispiel. Wir haben versucht, das Bestmögliche für unser Land zu erreichen, die schlimmsten Auswüchse zu verhindern. Und die Folge ist dann, dass Sie so tun, als wäre das unser Gesetz. Das ist es mitnichten nicht. Ich würde im Gegensatz sagen, wenn wir die Möglichkeiten dazu haben, dann werden wir dieses Gesetz wieder abschaffen. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist die fraktionslose Abgeordnete Dr. Sarah Wagenknecht. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Bundesregierung scheint wild entschlossen, die Zeiten endgültig zu beenden, in denen unser Land für seine starke Industrie, für seinen erfolgreichen Mittelstand, für seine Erfindungen, für seine gut ausgebildeten Arbeitnehmer und für seine zurückhaltende Außenpolitik international geachtet und vielleicht sogar beneidet wurde. Statt Antworten offerieren Sie dem Bürger Ausreden und statt Konzepte Schönfärberei. Das haben wir vorhin auch vor allem in der Rede des Kanzlers noch mal ausführlich gehört. Und wenn Sie dafür Zorn und Empörung ernten, dann gehen Sie auf die Straße und demonstrieren heldenhaft gegen die Ergebnisse Ihrer eigenen Politik. Sie sollten sich lieber fragen, was Ihre Verantwortung dafür ist, dass die AfD sich verdoppelt hat und immer stärker wird. Ja, wir leben in einer Zeit der Kriege und wir leben in einer Zeit der Krisen. Und trotzdem wächst in anderen Ländern die Wirtschaft, Energie ist bezahlbar, Wohnungen werden gebaut, Rentnerinnen und Rentner können einigermaßen von ihren Renten leben, die Migration ist niedriger. Und in der Schule lernen die Kinder sogar relativ korrekt rechnen und schreiben. Es ist nicht Schuld der Welt, sondern es ist Ihr Versagen, dass das alles in Deutschland heute anders ist. Gas kostet in den USA aktuell ein Viertel dessen, was Unternehmen in Deutschland bezahlen. Und Biden stellt jetzt durch Kappung der Exportkapazitäten sicher, dass diese Preisdifferenz auch in Zukunft fortbesteht. Strom ist bei uns teurer als anderswo und Sie genehmigen den Netzbetreibern noch eine saftige Renditerhöhung obendrauf. Tanken und Heizen ist für viele kaum noch bezahlbar und Sie sorgen mit höheren CO2-Preisen und Mehrwertsteuererhöhungen für den nächsten Preisschub. Das ist doch alles absolut rücksichtslos. Und während andere Länder sich aus der Finanzierung des Ukraine-Krieges zurückziehen, bezahlt Deutschland inzwischen mehr als die Hälfte aller Waffenlieferungen aus Europa. Und wenn es nach Herrn Merz und nach den waffenbegeisterten Grünen und Liberalen geht, dann liefern wir demnächst sogar Taurus-Raketen, mit denen Selenskyj dann Moskau angreifen kann, und bringen unser eigenes Land in große Gefahr. Was für ein Wahnsinn! Immer mehr Waffen für einen nicht gewinnbaren Krieg, aber Kürzungen bei Renten, bei Gesundheit und Bildung, wie abgehoben, wie gleichgültig gegenüber den Sorgen normaler Bürger müssen Politiker sein, die solche Entscheidungen treffen. Senken Sie die Energiepreise, bevor es zu spät ist, indem wir Rohstoffe wieder dort kaufen, wo sie am preiswertesten sind, so wie andere Länder das auch machen. Kümmern Sie sich um mehr Lehre, um höhere Löhne und wieder echte Aufstiegschancen, statt weiter die Fleißigen zu enteignen und sich dann über Fachkräftemangel und fehlende Arbeitsmotivation zu beklagen. Der Spiegel sieht Ihr Kabinett inzwischen auf Dschungel-Camp-Niveau. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich glaube, die Bürger wären froh, wenn der Ampelspuch auch nur noch wenige Tage dauern würde und wenn sie auch bei Ihnen die Macht hätten, jeden Tag die schlimmste Niete rauszuwählen. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Helge Lindh für die SPD-Fraktion. Renate, bin ich nicht. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Union, liebe Frau Dr. Schenderlein, Ihre ziemlich kleinkarierten, geradezu apokalyptischen Visionen vom Untergang von Kunst und Kultur in Deutschland halten weder einem Faktencheck, und ich empfehle da unter einem an die Herren Fricke und Rohde zur Unterstützung, weder einem Faktenstand, noch wären sie dem Ernst der Lage, ehrlich gesagt, auch nur im Ansatz gerecht. Und wenn man dann, wie Sie, im Ausschuss von Kultur und Medien im Deutschen Bundestag vor aller Ohren, fast schon zum Fremdschämen, das Staatsziel Kultur madig macht und dann hier uns vorwurft, wir würden das Staatsziel Kultur nicht einbringen, dann wird man nur eingereicht, den schönen deutschen Wort scheinheilig. Ich möchte mich aber an diesem Tag auf das Wesentliche konzentrieren. Wir erleben nämlich, und das betrifft auch viele, die tätig sind im Bereich von Kunst, Kultur und Medien, einen regelrechten Kulturkampf von rechts außen, der nämlich darin besteht, nicht ertragen zu wollen, dass Institutionen sich öffnen, dass wir uns um Kolonialismus kümmern, dass die Gesellschaft dieses Landes, so vielfältig sie ist, sich auch im Bereich von Kunst und Kultur abbildet. Und wir können Ihnen sagen, dieser Kulturkampf, den Sie erklärt haben, wird von uns angenommen und er wird gewonnen für dieses Land, für dieses Land in der Breite und für alle Menschen, die zu diesem Land gehören und nicht in Ihrem Sinne. Wenn man aber diesen Punkt ernst nimmt, kann man auch nicht, wie Sie es tun, Antisemitismus instrumentalisieren, denn das ist das Einzige, was Sie tun. Ihnen geht es nicht um Antisemitismus. Wir müssen aber ernsthaft in dieser Minute über Antisemitismus im Bereich von Kunst und Kultur in diesem Land reden. Es ist nämlich kein annehmbarer und hinnehmbarer Zustand, wenn jüdische Künstler und Künstler einem und nicht nur Einzelnen schreiben, dass sie es nicht wagen, sich frei zu äußern und dass sie es zum Beispiel auch nicht wagen, in einem Kulturausschuss offen zu sprechen, weil sie dann keine Chance haben, künstlerisch weiter in diesem Land tätig zu sein. Das ist nicht etwas, bei dem wir sagen können, das sollte es nicht geben. Das darf es nicht geben, und darüber müssen wir reden. Und wir können eben auch nicht hinnehmen, so wichtig differenzierte Diskurse über Kunstfreiheit sind, dass wir die Kunstfreiheit von Jüdinnen und Juden in diesem Land nicht ernst nehmen. Wir haben heute gehört, durch Eva Schepesi und Marcel Reif, welche Schneisen der Verwüstung von Traumatisierung, Schmerz, Ausschluss und Verfolgung und Vernichtung von Jüdinnen und Juden in Familien geschlagen haben. Deshalb müssen wir aufschreien, wenn es der Fall ist, dass die Kunstfreiheit von jüdischen Künstlerinnen und Künstlern in diesem Land eben nicht gewährleistet ist. Das ist die politische Frage, die wir uns stellen müssen. Und das sind die politischen Bedingungen, die wir zu schaffen haben. Freiheit muss auch immer die Freiheit der anderen sehen. Und deshalb kann es nicht sein, und das ist mit diesem Haushalt zu beantworten, auch mit Nächsten und mit unserer Bundeskulturpolitik. Kommen Sie bitte zum Schluss. Dass wir bei anderen Themen immer selbstverständlich sagen, und zu Recht, gesellschaftliche Fragen sind zu berücksichtigen bei der Kunst und Kultur, aber bei Jüdinnen und Juden sagen, aber die Kunstfreiheit. Nein, es geht um die Kunstfreiheit derer, die jüdische Perspektiven einbringen wollen. Der haben wir gerecht zu hören, und dieser Verantwortung werden und müssen wir uns stellen. Der nächste Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Stefan Seidler. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach großen Anstrengungen können wir nun abschließend den Haushalt für 2024 debattieren. Ich möchte an dieser Stelle zunächst Danke sagen. Infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts musste an vielen Stellen gespart werden, dass die Positionen für unsere nationalen Minderheiten, etwa im Haushalt von Frau Roth, davon nicht betroffen sind und für die Zusammenarbeit. Dafür bin ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ausgesprochen dankbar. Gerade jetzt ist dies ein wichtiges Signal für kulturelle Vielfalt und eine gesunde, demokratische Kultur in Deutschland. Die Debatten um Einsparungen im Haushalt haben auch bei uns im Norden die Gemüter bewegt. Erst soll bei unseren Bauern gekürzt werden, und dann werden von einem Tag auf den anderen die Fischer belastet. So oder so, es trifft das Land. Bei uns an der Küste kommt dazu, dass viele weiter mit der Beseitigung der Folgen der schweren Jahrhundertsturmflut im vergangenen Oktober beschäftigt sind. Ich habe die zerstörten Orte und das Leid, das das Wasser der Ostsee verursacht hat, selbst erlebt. Auch in anderen Bundesländern, Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, mussten die Menschen in den vergangenen Wochen gegen Wassermassen kämpfen, um ihre Existenz zu retten. Wieder geht es darum, dass der Bund den Betroffenen hilft. Als Norddeutscher ist für mich klar, dass wir solidarisch sein müssen. Teil unserer DNA ist es, die Ärmel hochzukrempeln, anzupacken, wenn Land unter ist. Gerade weil Naturkatastrophen durch den Klimawandel häufiger werden, müssen wir zusammenstehen. Das macht uns als Land aus. Was aber nicht geht, ist, Hilfen ankündigen und sie dann zu versagen, so wie es der Bundeskanzler gemacht hat. Die Kritik wurde selbst von der SPD laut. Mit diesem Mal-Hü-Mal-Hott verspielen wir das Vertrauen bei den Leuten. Und was noch schlimmer und schlicht ungerecht wäre, in einem Fall zu helfen und im anderen nicht, das wäre Gift für den sozialen Frieden. Angesichts des Klimawandels ist es aus meiner Sicht unerlässlich, dass wir uns als Land besser vorbereiten, etwa indem die Leute sich endlich umfassend gegen Naturkatastrophen versichern können. Bis dahin ist es für mich ein Gebot der politischen Gerechtigkeit, dass Hilfen des Bundes dort, wo sie benötigt werden, verlässlich nach transparenten Kriterien gewährt werden. Was diese Kriterien in den Einzelnen sind, darüber sollte aus meiner Sicht nicht die Bundesregierung, sondern der Bundestag entscheiden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und die letzte Rednerin in dieser Aussprache ist Luise Amtsberg für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kultur ist existenziell für unsere Demokratie und für ein vielfältiges Land. Und ich finde, gerade heute, wo es um den Kulturhaushalt geht, ist es auch wichtig, dass wir nicht nur darüber reden, was wir nicht wollen, sondern auch, was wir wollen und was wir mit unserer Kulturpolitik auch ganz konkret fördern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, wenn es um die Kulturpolitik geht, nicht nur uns auf die großen Bühnen und die zweifelsohne hervorragende Hochkultur unseres Landes beschränken, sondern die vielfältige Realität auch in der Förderpolitik abbilden. Und ich bin sehr froh und der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, aber auch Finanzminister Lindner, sehr, sehr dankbar für den Kulturpass und vor allen Dingen, dass wir ihn weiterführen. Denn erstmalig gibt ein Förderinstrument die freie Wahl, was finanziell unterstützt werden soll. Erstmalig wird nicht vorgegeben, sondern nachgefragt. Und das ist schon eine kleine kulturpolitische Revolution, meine Damen und Herren. Unsere Kulturpolitik ist aber natürlich auch Ausdruck dessen, wo wir strukturelle Probleme sehen. Und weil es noch immer zu wenig Frauen auf und hinter den Bühnen sind, freue ich mich, dass wir mit MEWEM ein kleines, aber sehr wichtiges Mentoringprojekt für Frauen in der Musikwirtschaft finanzieren. Weil es sozusagen auch eine Unterstützung im Bereich der Amateurmusik braucht, haben wir mit dem Amateurmusikfonds das kulturelle Ehrenamt gestärkt, in der Stadt und auch auf dem Land, die Räume, die Menschen zu musizieren und für ihre Professionalisierung auch brauchen. Erstmals fördern wir die riesige popkulturelle Festivalszene, finde ich ja wirklich das Großartigste an diesem Haushalt, in unserem Land. Schon jetzt ist dieser Fonds um ein Fünffaches überzeichnet. Was für ein Erfolg und, liebe Claudia, wirklich was für ein klares Zeichen dafür, dass wir hier genau richtig lagen, was die Bedarfe angeht. Jetzt müssen wir die mittelzügig entsperren, denn für den kommenden Sommer brauchen die Festivals Planungssicherheit. Der Schallschutzfonds wird die Clubs in Lärmkonflikten mit Investitionen in den Lärmschutz unterstützen. Das ist ein weiteres Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, das wir jetzt umsetzen. Aber, meine Damen und Herren, wenn man über Kulturpolitik redet, muss man auch das erwähnen. Das Clubsterben werden wir nicht mit Geld aufhalten können. Das Molotow in Hamburg, Destillery in Leipzig, Harry Klein in München. Einige Clubs sterben laut, manche leise. Und das, so ehrlich müssen wir sein, würden wir in der Hochkultur niemals zulassen. Clubs aber sind Kulturorte, Schutzräume, gerade in dieser Zeit extrem wichtig, Orte der kreativen Entfaltung und des Ausprobierens. Und deshalb braucht es rechtlichen Rahmenbedingungen, die das stärken. Und hier liegt natürlich die Verantwortung in der Baunutzungsverordnung und der TA-Lärm. Hier sind wir als Regierungsfraktionen, das sage ich auch so offen, noch in der Pflicht. Und hier müssen wir noch liefern. Aber, meine Damen und Herren, ich habe das zu Beginn gesagt, Kulturpolitik ist existenziell für unsere Gesellschaft, existenziell auch genau diese Räume und Orte zu schützen. Denn Kultur ist Ausdruck des menschlichen Daseins, des Menschseins am Ende. Und ich bin stolz darauf, dass wir es geschafft haben, in diesem Haushalt, diesem Anliegen, das auch abzubilden, ein Stück näher zu kommen. Also vielen Dank auch für deine Arbeit, Claudia, und dafür, dass du diese Vielfalt und vor allen Dingen auch das Potenzial und die kulturelle Schaffenskraft in unserem Land auch siehst, das stärkst und uns da als Parlament auch so eine gute Leitlinie bist. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 04, Bundeskanzler und Bundeskanzleramt in der Ausschussfassung. Es liegt mir eine schriftliche Erklärung zur Abstimmung nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Entsprechend unseren Regeln nehmen wir sie zu Protokoll. Es ist namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben zur Abgabe ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Die Abgeordneten hier im Saal bitte ich noch einen Moment hier zu bleiben, denn es folgt noch eine einfache Abstimmung. Ich sehe, die Schriftführerinnen und Schriftführer haben ihre Plätze bereits eingenommen. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über den Einzelplan 04. Die Abstimmungsurnen werden um 16 Uhr 22 geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Wir stimmen nun ab über den Einzelplan 22, unabhängiger Kontrollrat. Wer stimmt für den Einzelplan? Das sind die Koalitionsfraktionen, die CDU-CSU-Fraktionen, die AfD-Fraktionen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Eine Reihe fraktionsloser Abgeordnete enthält sich. Damit ist der Einzelplan 22 angenommen. Ich rufe auf den Einzelplan 05, Auswärtiges Amt. Danke für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020